Oder nicht? Völliger Wahnsinn, Mann! Völlig verrückt! Danke, das ist... Oder nicht, ihr Lieben? Wirkt das nicht krank? Hans-Georg Winkelmann. Der kann's am besten. Doktor-Professor Hans-Georg Winkelmann, der Arzt und Spezialist in Sachen Fußspitzen setzen. Wie verrichte ich das Gebet am besten? Mit Doktor-Professor Hans-Georg Winkelmann. Ist das krank, ey? Stell dir mal vor, es gibt so ein Tutorial. Hans-Doktor-Professor Hans-Georg Winkelmann bringt dem Muslim das Gebet bei. Und dann macht er erstmal so eine Tafel, rechnet das erstmal aus mit Niederwerfung und den ganzen, mit der Höhe des Menschen und der Gewicht, hier, dem Gewicht des Menschen und wie weit der Winkel zum Teppich ist, wo die Stirn draufkommt und dann wie groß die Füße sind. Und dann hast du das richtig vollzogen, das Gebet. Es ist doch krank. Es ist doch einfach nur Wahnsinn. Möge der Jesus Christus diese blinden Augen öffnen, ehrlich. Danke. Mach's, boy. Hans-Georg Winkelmann. 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 das ist das wahnsinn ich komme gleich wieder einen moment so da bin ich wieder ich habe noch siegelstände zu verschenken muss man nur noch schwarz streichen also willst du eine kaba bauen oder was da gibt es sogar lgbtq haben ihre eigene kaba errichtet habt ihr das gesehen auch in wo ist das in indonesien oder was haben die ihre erste transgender moschee eröffnet transgender moschee das ist so krank das ist so heftig ich gehe mal wieder ich verstecke mich wieder wie allein hinterm hijab einfach das ist auf einmal trans männer in hijab und dann halten die hutbar eine predigt das ist wahnsinn mann ich freue mich was sie da lesen auf einmal lesen ja zum beispiel dass der mohrmann gesagt hat werft sie von hochhäusern und so für mein hofnach ist das natürlich am besten da kann er hingehen mit seinen nagellack hier nägel lackieren und so was das klar lgbtq moslem in einer zeit wo toleranz und lgbtq da macht der werbung dafür was für ein toller moslem das ist krass das ist echt krank erste gender moschee warte ich guck noch mal war das ja genau hier und das ist keine unseriöse quelle das ist aus dv dv news das kranke ist ihr liebe das kranke ist ja dass der ihr kennt kennt die überlieferung als der mohammed den leuten gesagt hat verletzt mich nicht denn die offenbarung kommt nicht eher zu mir wenn ich die kleider von aisha anziehe der mohammed hat die kleider von aisha angezogen damit die inspiration besser empfängt kennt ihr das stört mich nicht denn ich bekomme die die sagen wir schnell ja genau die kinderkleidung ja genau das ist heftig lüge ja ja lüge das habe ich doch in einem meiner videos doch gezeigt als der scheich ibrahim mich der mich so fertig gemacht habe also die haben mein bild benutzt und dann haben die es so hingestellt als würde ich die frage stellen hallo hier ist ex muslim amir ich habe meine frage darf ich auch als homosexueller wieder zurück zum islam finden so haben die mich so diffamiert und dann habe ich das natürlich genutzt um diese bande einmal schön auseinander zu nehmen und dann habe ich den gezeigt wer wahrhaftig lgbtq und so blödsinn machte wir müssen euch mal reinziehen ex muslim versus scheich ibrahim homoerotische religion so habe ich den titel genannt ex muslim versus scheich ibrahim homoerotische religion guckt euch das bitte an da zeige ich euch eins zu eins was in den islamischen schriften da abgeht mit homo basis und sowas die ganzen kalifen waren ein nach dem anderen alles homos der omar ibn al khattab hat seine an us linderung durch sperma von männern gelindert der hat sich immer die sperma drauf getan von von männern und der scheich al kamus ist auch eine große nummer der hat das zugegeben sagte ja der unser unser führer der omar ibn al khattab der hat sperma von männern genommen damit das damit sein anus nicht so weh tut ja und dann reden die von ihr seid verloren sehr sehr schön unfassbar wie klingt das wenn einer zu euch sagt ihr seid verloren kann mir das mal bitte einer beantworten ja genau nicht nur ein bordell in gender sondern auch ein auf erden genau so leute wir müssen jetzt so ein bisschen wieder liken wenn ihr könnt drei zwei eins auf die hunderttausend jetzt komm lass uns auf die hunderttausend gehen damit wir ein bisschen weiterkommen gott segne euch ihr lieben in der cennale 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 in der cennale können wir fliegen und mit hudeling vergnügen cennale 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 cenn gucku und so ich komme rein und da mir seine schöne stimme genau du muss sagen immer viele und gute stimmen gibt es hier bei dr schäckig aber ist schon heftig wenn die so die lgbtq gemeinde total verteufeln verfluchen und ihr wisst ja ich dieser ölmann dieser ölmann der macht ja immer so lgbtq fahne oder was da habe ich mal ein paar mal habe ich mir also seine livestreams mal beobachtet und der produziert ja die muslime aufs übelste hier mit lgbtq fahne im hintergrund der hansi kam auch glaube ich mal rein der gute alte hansi hatte aus österreich der sein barthaare glättet mit glätteisen mit bügeleisen und das ist natürlich dunkelbraun wir alle sind natürlich farben blind wir erkennen nicht dass er schwarz ist dunkelbraun das ist nicht schwarz wer sagt das ist schwarzes farben ihr habt keine ahnung ihr könnt nacken therapieren das dunkelbraun da kam da einmal bei ihr rein sagt er du schweine du du schmucke so redet er mit ihm sagt mach das weg da was soll diese was soll diese ihr wisst ja wie hansi immer ausdeckt der nicht mal in der lage ist zwei minuten ruhig zu sein zwei minuten der immer nur auf dauerstress ist wie mein bruder gesagt hat jetzt sie dir das mal rein haben ja den ganzen tag hatte die kinder da am rumschreien und rumspielen natürlich ist er total aufgedreht zieht euch mal bitte die debatte rein zwischen mir mein bruder und hansi ihr lacht euch so kaputt ne aber das war das erste mal dass hansi einmal ruhig geblieben ist dass er zugehört hat ein bisschen und geredet hat ne wo ich immer wo ich immer gesagt ja beruhige dich doch an sie ist doch kein problem wir können doch miteinander vernünftig reden warum musst du immer so nervös reinkommen und niemanden ausreden lassen warum ja klar an sie werden sonst an sie hatte hallo kinder ich muss kopfel pur kaputt machen also ich muss das mal finden wo hat er das gesagt das war ich bin aufgeschehen ich konnte nicht mehr vor lachen kinder ruhe ich muss kopfel pur kaputt machen wo hat das noch mal gesagt warte ganz kurz ich muss das finde ich will schlafen ja der heilige bernhard war natürlich die oberhärte der heilige bernhard das war das aller brutalste was ich jemals gehört habe der heilige bernhard hansi was ist eine quelle ein bild von von google und ein heterosexuellen christ zu werden ich bin auf dem weg ja das hört sich doch schon mal gut an aber bitte nicht diese vulgären wörter benutzen ja wo bist du denn gerade ich bin auf dem weg zu dir also wenn du schon mal da den teppich ausrollst da kann man dir schon mal einiges beibringen wie man die fußspitze setzt ich bin aber kein mosler ja ist ja nicht schlimm ich mache aus dir ein buddhistisch christlich hinduistischen moslem oh das ist ja gut bist du rasiert mit der lgbtq fahne an deinem hinteren ich hoffe du bist rasiert am arsch noch komm nie wieder hin ist das ein typ kommen sie nie wieder hin sie kleiner lüppel ja das ist das der satan manifestiert sich ja auch in solchen menschen das machen wir recht aber dass die muslime die lgbtq gemeinde hast und sie am liebsten erledigen will verstehe ich nicht also da müssen sie auch ein riesen probleme mit ihrem eigenen propheten haben der den kleinen penis eines kindes küsst der die zunge in den mund eines kleinkindes steckt der ja sag mal schnell die kleider von eicher anzieht also was ist denn dann der unterschied kann mir das mal bitte einen erklären ich weiß dass jesus mich liebt jesus liebt auch dich deswegen solltest du umkehren von deinem müll den du davon dir gibst musst du mein jesus christus umkehren Gottes segne auch dir Matthei Danke dir Matthei Amen Möge dich ja Herr Gottes von dir im Herzen Amen auch dich Möge der jesus christus jeden einzelnen von euch segnen und ihr wundervoll Gott segne euch und eure Familien ihr gesegnet des allerhöchsten lasst niemals so dass das Licht in euch erlicht sondern ihr denkt so oft ihr könnt an den Herrn Jesus Christus und zwar eigentlich täglich denn es gibt nichts heiligeres wie ihn Hallo Hallo Danke Nein mein lieber Gott segne dich und deine Familie Hallo Ja Ja sag doch was Was ist das da für ein Vogel? Ist das Jibril? Ja Ein engel Jibril im Islam Das war zu viel Sag doch was Ja genau ich wollte gerade sagen es ist ein Vogel Hallo Hi Gott segne dich und deine Familie Dankeschön Ciao Wo bist du? Glad in der Klasse? Ja genau Was heißt du da an? Hemd oder was ist das? Pyjama Pyjama Pyjama? Yes Wow Im Klassenzimmer Pyjama Nein Das war Spaß Das ist so alt Steh mal auf Steh mal auf Ich will das mal sehen Bitte Was ist da? Heftig Warum sieht man dich nicht? Ah du fährst Auto Ja ja ich fahre Auto man darf mich nicht sehen Warum heißt du Ex-Muslim? Weil ich den Islam verlassen habe und herausgefunden habe, dass der Islam Schwachsinn ist und eine riesen Lüge Ich habe den Islam verlassen, weil das ist eine Lüge Und was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Johannes 14,6 der Herr Jesus Christus Er sagt ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben Niemand kommt zum Vater als nur durch mich Er ist die Wahrheit Er hat auch nie gesündigt in seinem Leben Er hat auch nie gesündigt in seinem Leben Wie Mohammed Mohammed hat immer gesündigt Surah 48 Vers 2 Und Surah 47 Vers 19 Äh Was möchtest du noch wissen? Möchtest du wissen, dass Allah Spermien unter seinem Thron rausschießt? Ja Allah sitzt auf sein Thron und sendet Spermien unter seinem Thron Boah das ist aber Blödsinn Ja siehst du kannst es nicht glauben, aber das steht wirklich dort drin Komm, komm Sag ihm Sag ihm Sag ihm was Sag ihm was Sag ihm was Sag ihm was Wer ist dein Gott? Was? Wer ist dein Gott? Vater, Sohn, Heiliger Geist Wer ist denn deiner? Ein Bein? Allah 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 Ja wer was denn? Welcher Teil von Allah? Sein Bein? Seine lockigen Haare? Sein Fuß? Seine zwei Hände? Welcher Teil von Allah ist dein Gott? Das ist aber nicht lustig ne? Was? Wir machen uns nicht lustig über dein Glauben Lache ich oder was? Sehe ich aus als würde ich lachen? Ich meine das ernst Ja du lachst nicht, aber du sprichst so lustig rüber Ich spreche so lustig rüber? Ne mach ich überhaupt nicht Wurde hast du schon mal gepackt? Von wer soll mich denn packen? Die Zeit kommt dann Ich hab schon mal einen Karton gepackt Ja aber ich wurde noch nicht gepackt Weil ich viel zu groß bin Ich hab schon mal einen Karton gepackt Aber ich wurde noch nicht verpackt Okay mein Lieber ich muss dann weiter Ich merke das ist ein bisschen äh Kindergarten Machs gut ja? Okay Ciao 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 Der möchte dir drohen Ach der kann mir doch nicht drohen ey Wer will mir denn von denen da drohen? Sag mir mal bitte Ich gönne den Doktor Scheeck aber wo hab ich nichts 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 Der gute Doktor Scheeck geht überall hin wo er möchte Überall In ganz Deutschland Haben die dich schon mal gepackt? Ja die haben dich schon fast gepackt Hallo Servus Hörst du mich? Ja Alles klar Wann kommt dein Video mit ABK? Äh wenn du in die Kirche gehst und deine Schuld vor dem Herrenbeweis und auf die Knie gehst dann Nein das wird nicht passieren Aber wann kommt jetzt auf Ernst mit ABK im Video? War zu lustig? War zu äh Couple-Duo Ja wir waren zu heftig Du warst so wie die Dings hier wie heißt das? Nada und dieser Luisa? Genau sowas Ja Genau ABK und ich wir sind Nada Jindaui und Linda äh und hier Luisa Jindaui Ja genau Ja Ich bin Luisa und er war Nada ne? Warte ich muss wieder hinter dich abgehen sonst werde ich gesperrt Ey Effe Schwimmst du gleich Was? Ja ich hörst mich Gibt's dir noch gut oder was? Kannst du mal locker bleiben hier oder was ist da los? Ey wie leicht das hast du ein Mensch? Benimm dich mal Hör mal Hast du keine Manieren hier bei dir noch bekommen oder was? Komm mit Anstand hier rein erst mal hier guten Tag Ja gut Guten Tag Moin Salam Aleikum Ja so Ja so Dann musst du sagen wie geht's ihm Doktor Scheer? Geht's ihm heute gut? Geht's ihm heute gut? Geht's ihm heute gut? Ja Ich muss doch nach meinem Wohl gepackt sagen Du hast deine Manieren Ja dich da wohl gepackt Breschheizierer Breschheizierer Mann Du gehst nochmal raus Und dann kommst du nochmal anständig rein Wie sagt der Stürzenberger Wir müssen den Burschis Wir müssen den Manieren beibringen Burschi Dir zeig ich's auch noch Burschi Anzeige Schnell Aufnehmen Anzeige Das stürzt der Das haben wir ehrlich So krass Burschi Jetzt geht's aber hier los Das ist das Das will ich bieten du Hier Personalien aufnehmen Was der Stürzenberger alles schon erlebt hat Das ist heftig Ja stimmt Ich darf mich nicht zeigen Ja aber ab und zu mal Ihr müsst dieses Lachen nicht nur hören Also dieses Lachen nicht nur hören Ihr müsst das Lachen auch sehen Der Stürz ist hart natürlich Das ist heftig Danke dir Wie lange macht der Stürzenberger diese Arbeit schon? Über 15 Jahre oder was? Wie viele Jahre? 15 Jahre ist er auf der Straße und klärt über den Islam auf Das ist heftig Was der schon alles erlebt hat Das ist schon heftig So guten Tag Kahn Ja? Habe ich dir nicht verboten hier rein zu kommen Kahn? Sorry Tut mir leid Was? Du hast beleidigt ohne Ende Hä? Ich hab... Ach egal Entschuldigung Ich wusste sowieso deswegen Entschuldigung Für den Schale Wie geht's dir? Warum machst du sowas? Ja ich hab ein bisschen Abkussionsprobleme Aber das tut mir sehr sehr leid Was ich hier angetan habe Weil ich dich verletzt habe Ja aber das heißt doch nicht Dass du andere Menschen beleidigen sollst Du musst doch locker bleiben Ja richtig Du hast recht Das war nicht gut Ja sag ich entschuldige mich bei dir Doktor Chef Doktor Chef Ich entschuldige mich bei dir Ja so ist gut Und wie geht's eigentlich? Ja handel Jesus mir geht's gut Ich muss euch Burschis noch hier Manieren beibringen Ja Dings Ähm Wo ist dieser christliche Trinz oft live? Der was? Dieser christliche Trinz Dein Lehrer Ja der ist da Guck mal ganz kurz Wie fandst du den? Ah ne das ist doch wieder das Kind Moin Moin Was geht ab Leute Alles gut bei euch? Ja alles gut bei uns Ja bei dir Ja geht so ne He 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 Ja wird sich raus Was ist das? Nein bitte keine Anfrage schicken Wir Kinder Auf Kindergarten haben wir keine Lust Kann nicht wahr sein Was ist denn da los bei denen? Ich hab doch gesagt du sollst keine Anfrage stellen Willst du dass ich dich blockiere oder was? Im Rackentheater oder was? Kann doch wohl nicht wahr sein Amir wo ist Asis Ja keine Ahnung Wo der ist? Wo ist der Asis? Der Asis hat schon die Schnauze voll gehabt Der dachte sich so Boah Mit Ex-Muslim zu reden Das ist schon heftig Wie oft er mich da Auf dem Boden der Tatsache Geholt hat ne? Wie der das aber auch immer gelesen hat Wenn es um diese ganzen Sachen geht Ja du hast recht Ja so Ja dies Amir kannst du Tesla-Hand konvertieren Ich kann niemanden konvertieren Ich kann ihm nur ein bisschen ins Gewissen einreden Karn Ich hab dir gesagt du sollst keine Anfrage stellen Ja Ja Ich weiß nicht was der Ja das ist natürlich Die eine Sache Wenn wir natürlich wissen Die muss man sagen Wenn es den Oberen Ja Aber die andere Sache ist auch dann Das ist Um das Das ist Der ganze Zu sagen Guck 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 Wann wir uns Mal wieder her aus Sego-Grün beschützen Amit, du bist der Beste. Nein, der Jesus ist der Beste. Internet ist schlecht, stört ihr mich? So Leute, komm, wir müssen die 50.000 voll machen, 3, 2, 1, jetzt alle die 50.000 holen, alles mal 9 Millionen. Ohne Internet kannst du niemanden konvertieren. Ich habe auch gar nicht die Macht, irgendjemanden zu konvertieren. Und außerdem heißt es nicht konvertieren, sondern die Menschen müssen aktiv auf die Suche nach Gott gehen. Die müssen Gott fragen. Gott, wenn es dich gibt, dann zeige ich mich, suche nach dir. Der Sinn deines Lebens ist es, Gott zu finden und ihn anzunehmen und deine Schuld vor ihm zu bereuen. Das ist der Sinn deines Lebens. Das ist der Sinn auch, warum du hier auf der Erde bist. Du bist nur aus einem Grund hier, damit du wieder zurück ins Himmelreich kommst, da, wo wir eigentlich waren. Das ist das. Nur die Menschen begreifen es nicht. Die denken, das ist so, wir sind einfach zufällig auf dieser Erde. Das ist doch ein Blödsinn. Das muss weit, das ist was Höheres sein, womit wir hier bestimmen. Wir sind zu was Höherem bestimmt. Und das ist das ewige Leben in Jesus Christus. So wie er sagt. Und die Bibel ist akkurat. Denn niemand kann auch nur annähernd an die Bibel rankommen. An seine Authentizität. An seine Heiligkeit. Niemand. Etliche haben versucht, die Bibel zu widerlegen. Alle sind gescheitert. Am Ende haben sie alle den Herrn Jesus Christus angenommen. So wie Josh McDowell. Habe ich euch erzählt, als ich die Debatte geguckt habe, zwischen ihn und Ahmad didat. Was mich so umgehauen hat. Und seine ganze Geschichte auch wieder den Herrn verteidigt. Oder verteidigt hat. Absoluter Hammer. Absoluter Hammer. Ich hatte mir schon einige Debatten angeguckt zwischen Christen und Muslime. Und ich habe mir immer gedacht, wie kann es sein, dass es nicht einen Christen gibt, der annähernd so Ahnung hat von der Schrift. Und die alle so komische Antworten geben. Und dann kam aber Josh McDowell. Dann kam Josh McDowell. Und dann war für mich Feierabend. Da habe ich gemerkt, aha. Da ist jemand, der absolut gehört hat. Absolut weiß, wovon er spricht. Und wir haben es hier zu tun haben mit jemandem, der komplett on point ist. Ah, das bleibt mir hart. Ja, Sam Shemun war auch einer der Wegbegleiter auf meinem Weg zum Herd. An ihm kommst du ja auch nicht vorbei. Und das, was er da mit den Muslimen halt durchgeht, beziehungsweise bespricht und mit ihnen darüber diskutiert, das ist absolut gold wert. Sein Wissen über den Islam, über die Bibel, der ist wie eine wandelnde Enzyklopädie, der Typ. An ihm kommst du nicht vorbei. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum, wenn du zum Islam konvertieren willst, kommst du an mir nicht vorbei. Und im englischsprachigen Raum kommst du an David Wood, Sam Shemun und Christian Prince nicht vorbei. An diese drei. Die haben somit die größte Detonation im amerikanischsprachigen Raum ausgelöst und weltweit. Du kommst also an denen nicht vorbei. Wer Satan anbetet, den mag ich auch nicht. Ja, mögen nicht, mögen. Du musst für ihn beten, für jemanden, der... Ja, God-Logic ist auch heftig, ja. Aber wie gesagt, du musst für diese Menschen beten. Du sollst sie nicht hassen. Die sollen dir eher leid tun, weil sie gehen verloren. Danke, Gott. Danke. Gottes Segen, mein Lieber. Ich bin eingeladen, weil ich eingeladen habe. Boah, du hast voll den schlechten Empfang oder dein Handy ist kaputt oder sowas. Nein, ich bin im Bad, ich bin in der Wanne, weil du mich eingeladen hast. Ja, ja, ich wollte wissen, wie das Ganze mit dem... Du hast ja ein Video erstellt, richtig? Mit dem Stammbaum. Ja, genau. Das kannst du den Leuten auch nochmal erklären. Das ist ja der Widerspruch von Pierre Vogel, den er immer wieder erwähnt. Genau, da geht es um den Stammbaum, Matthäus 1,17, dass da drei Könige mehr aufgelistet werden. Du musst mal bitte näher ans Telefon kommen. Aber ich gebe mir zehn Minuten, dann komme ich rein, ja? Okay, alles klar. Ciao. Bis gleich. Wow, die Sonne, die blendet ein übelst. Die Straße ist nass, die Sonne knallt da drauf und dann hast du natürlich den Salat hier. Oh, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Auf deine Familie. Mein Lieber, ich würde gerne, weil du hast jetzt gerade 300 Zuschauer, wir sind von der albanischen Community und ich habe einen sehr, sehr guten Bekannten, der auch wirklich auch im öffentlichen Leben auch in der Musikbranche tätig war mit bezüglich AZ und so ein Quatsch und der hat sich jetzt zu den Herren Jesus Christus bekehrt. Halleluja. Halleluja. Und jetzt wird es aber so ernst, dass die Leute ihn Morddrohungen schicken. Es ist so ernst, dass ich möchte den Namen auch nicht erwähnen. Der Bruder hat sich eigentlich offiziell auch auf TikTok bekehrt und seitdem läuft sein Leben auf schreckliche Art und Weise mit seiner Familie. Aber das selber habe ich ja auch gemacht. Ich komme ja, ich habe, wenn ich das meinen Eltern gesagt habe, als ich zu den Herren gekommen bin, dass wenn du nach der Sunna gehen würdest, du gar keine Chance, das ist nicht die Liebe Gottes. Und wenn du dir das auch zeigst, sagen die, du bist ein Lügner. Und wenn du denn den Zuden zeigst, sagen die, das ist nicht der Koran. In groß und ganz würde ich euch sagen, wenn ihr schon so zahlreich seid, so bittet für die Christen, die derzeit sich bekehren und die Kriege Morddrohungen in Kosovo, in Albanien. Wir sind von der albanischen Seite. Sie mögen uns nicht. Es gibt Sekten. Inzwischen gibt es muslimische Sekten, die auf uns Jagd machen. Sie machen Jagd auf uns. Bitte, Leute. Wir haben unser Hass abgelegt gegenüber Serben, gegenüber unserer Flagge, gegenüber alles. Wir haben den Herrn angenommen. Bitte, 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 bitte. Bedenkt und betet für unsere Brüder. Weil das ist langsam ein, es hat ein Level angenommen. Vor allen Dingen, seit wir hier auf TikTok, was hier alles so abgeht, diese Morddrohungen, damit ist auch nicht zu Spaß. Ja, die versammeln sich und in Scharen kommen sie. Ich bitte euch, betet, weil das ist kein Spaß. Die Familie wendet sich ab, wie der Herr gesagt hat. Ich bin gekommen, um nicht um Frieden zu machen, sondern einen Bruder vom Bruder zu trennen, Mutter vom Sohn. Und das erleben wir gerade. Genau das erleben wir. Und bitte betet. Mir habe ich nichts zu sagen, weil... Ich wünsch dir, der würde mal hier reinkommen und uns das erzählen. Schade. Ich habe... Der wird euch das erzählen. Er hat sich wirklich... Das Krass an der Sache ist, das ist kein Unbekannter. Wenn ich sage, kein Unbekannter, das heißt wirklich, er hat mit Leuten zu tun gehabt, auch in der Musikbranche und hast du nicht gesehen, er wird sich dazu noch äußern. Aber es geht darum, dass seine Familie derzeit, jeder... Sein Vater droht ihm offiziell, seine Onkel, seine Cousins, jeder wendet sich gegen ihn. Warum? Weil er wahrhaftig den Herrn Jesus Christus angenommen hat. Der hat ihn geleugnet, so wie ich. Wir haben ihn geleugnet, Bruder. Wir haben gesagt, ach, das ist... Wie kann man an einen Menschen glauben? Wie kann man denn glauben, dass Jesus Gott ist? Bis wir beide von den Herren... Ja, wir wurden beide von... Wenn du einmal von den Herren angetatscht wirst, dann gibt es kein Zurück mehr. Und ich sage euch, nehmt das nicht so auf die leichte Schulter. Hört auf, das sind wirklich wahnsinnige, geistesgestellte Menschen unterwegs, die wirklich uns selbst verbieten. Ja, kommt man nach Kurshof, kommt man in der Stadt und dann werdet ihr sehen, was mit euch geschehen wird und sowas. Also das ist kein Spaß. Das ist nicht mehr Spaß, aber wir sind uns dessen bewusst, was wir angenommen haben und wen wir folgen. Amen. Wir wollten... Ich wollte nur sagen, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, 331 Leute betet für uns. Ähm, ich... Ja, natürlich. nicht erkannt, dass das alles Schwachsinn ist und der Herr die Wahrheit. Das wäre auch nochmal krass, ne? Der Herr ist wahrhaftig, wir haben es alle geleugnet, vor allen Dingen wir, aus unserem... Wir waren... Wir sind ja nicht gerade die hellsten Sterne gewesen, aber wir leben in einem Zeitalter, wo du alles prüfen kannst. Damals waren die Leute, sie haben einfach nur das angenommen, woran sie geglaubt, also was denen erzählt wurde, vor allen Dingen im Kosovo. Die sind... Die waren nicht so gebildet. Die Bildung war nicht da, du hattest nicht die Möglichkeit. Aber jetzt kannst du, jeder von euch kann recherchieren. Wir können doch nicht unsere eigene Familie hassen, wir hassen keine Muslime. Unsere Familien sind Muslime und hast du nicht gesehen. Wir hassen sie nicht. Aber bitte, das ist doch kein Spaß. Das sind keine Geschichten aus dem Paulaner Garten oder das sind keine Geschichten wie aus dem Film. Das ist die Realität. Jesus gibt es, er wird wiederkommen und wir haben es gerade schwer. Vor allen Dingen wir, die den Herrn jetzt auch annehmen, eben Muslime waren, ist es nicht mehr geil. Das ist genauso wie bei uns im Iran. Das ist genauso wie bei uns im Iran. Sobald sich jemand dort bekehrt, muss er um sein Leben bangen. Und dann siehst du, wie Muslime sich hier breit machen und so leben können, wie sie wollen, das Christentum kritisieren, Bibeln kritisieren und nichts passiert ihnen. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Bruder, die werden so lange friedlich sein. Guck mal, unsere Familien wenden sich gegen uns. Weißt du warum? Wir reden von den Herren und das ist wie Kratzen an der Wand für sie. An der Tafel. Wenn wir über den Herrn reden und du, dann merkst du, dein Freundeskreis, Freundeskreis, deine angeblichen, wie soll ich sagen, Patriotisten der albanischen Flagge, alles wendet sich dann auf einmal gegen dich. Ja, weil sie den Islam höher halten als das, was du sagst. Ja, dann ist das vorbei. Ist vorbei. Das Ende, alles ist dann auf einmal anders. Ja. Ja, und damit ist nicht zu spaßen. Inzwischen ist ein Level erreicht. Ich habe das auch auf die leichte Schulter genommen. Aber ich fürchte mich nicht, wenn der Tag so weit ist und wir müssen uns dann deutlich auch nicht fürchten. Jesus Christus hat ja den Tod überwunden und wir dürfen leben. Das ist das Gute. Wir dürfen sagen, ja, wir wissen, dass unser Erlöser lebt. Das ist das. Weißt du, ich bin als Busfahrer und durch TikTok und meine Bekehrung und alles habe ich inzwischen, Fahrgäste, die sagen, bist du nicht der Busfahrer von TikTok? Da sagen die Tchianonen, schämst du dich nicht? Du bist, wir sind doch Muson, und so fängt das an. Du hast gar keine Ahnung, wie weit die gehen. Ich sage, kein Problem, ich segne euch. Und der Bruder hat es jetzt auch nicht leicht, weil er kommt auch aus dem Untergrund und da laufen die Fetzen. Deswegen nimmt es nicht alle auf die leichte Schulter. Auch bezüglich dieser Provokation, Bruderherz. Ich weiß, du meinst es gut mit der Aufklärung, aber es kann ein Maß annehmen. Das ist nicht mehr normal. Wirklich, nicht mehr normal. Ja, damit muss man rechnen, wenn der Herr Jesus Christus sagt, ihr werdet verfolgt werden, weil ihr zu mir gehört und ihr werdet um meines Namens wild verfolgt werden. Wenn sie mich schon verfolgt haben, so werden sie euch auch verfolgen. Und wir wissen, dass diese Sekte weltweit uns verfolgt. Das ist das. Wahnsinn. Bitte betet, mehr will ich doch gar nicht. Vielen Dank, dass ich hier drin sein durfte. Okay. Gott segne mich und deine Familie. Ebenso. Vielen Dank. Alles Gute, mein Bestes. Ja, traurig, traurig, traurig. Armin, Gottes Segen, fühlst du mich besser jetzt? Ja, jetzt höre ich dich besser, ja. Ich war, ich war im Baden und da war, guck ich an, frage Armin, habe ich bis jetzt noch. Ich habe mich verdrückt, habe ich gedacht, weil ich habe sich, jetzt hört sich komisch an, neben dem Baden habe ich das Handy rechts neben mir gelegt. Ja, da war ja dieses, aus Markus, glaube ich, nee, Matthäus, dem Geschlechtsregister und Nehemia oder was war das, ne? Nee, das ist 1. 1. Matthäus, Kapitel 1, 17 und danach die ersten Chroniken, Kapitel 3, Vers 10. Da geht es um den Stammbaum Jesus und da werden, also in Matthäus steht drin, von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Wegführung 14 Generationen und von Babylon bis zu Christus 14 Generationen. So, wenn wir jetzt aber den Chronik gucken, 1, 10, 30, stehen da 18 Könige drin, also es tauchen vier Könige mehr auf. Also, um schon mal abzukürzen, es sind nicht vier Könige mehr, sondern drei. Einer wird doppelt erwähnt, das ist Joachim, das ist ein König, der doppelt erwähnt wird in der Bibel. Aber trotzdem drei zu viel. Also bin ich auf die Recherche gegangen und hierbei geht es um drei gottlose Könige und wenn man den Vers richtig liest, in Matthäus steht ja drin, von Abraham bis David, alles in Ordnung, aber dann, sagt Matthäus, von David bis zur Wegführung und da diese drei gottlosen Könige von der Wegführung abhanden gekommen sind, erwähnt die Matthäus nicht mehr im Stammbau. Und ich bin ja dann, das liest man den ganzen Königen, ich bin ja dann auf die Recherche gegangen und ich wollte mal wissen, was diese Könige gemacht haben und die haben zur damaligen Zeit einen Massaker angerichtet. Selbst ihre eigenen Kinder haben sie verbrannt, Unzucht, Kinder verbrannt, das haben diese gottlosen Könige gemacht. Und da gibt es auch eine akkurate Bestätigung und zwar 2004 wurden am Ben-Hinop-Tal, das befindet sich zwischen der Türkei und Jerusalem, die Santantreas-Kirche reformiert. Und bei diesen Ausgrabungen wurden unter der Erde 46 Euro Paletten, Boxen, Knochen gefunden. Und dafür sind diese Könige verantwortlich gewesen. Und das lesen wir in Jeremia, zum Beispiel Kapitel 7, Vers 32, wo der Herr sagt, darum, es kommen Tage, spricht der Herr, da man nicht mehr vom Tal Toppet oder vom Tal Ben-Hinom spricht, sondern vom Tal der Stachtung, da man begraben muss, da kein Raum mehr vor Ort ist. Das heißt, man wusste damals schon, dass das richtig akkurat ist, dass die ganzen Leichen unter der Erde verbuddeln mussten. Ja, heftig. Und dann geht es weiter, und dann ist ja das Nebental, das nennt sich Toppet-Tal, das Nebental von Ben-Hinop-Tal. Und ich wollte wissen, was ist da passiert damals bei den Königen. Und da wurden auch Funde, 1979 im Toppet-Tal unter der Erde wurden Ausgrabungen getätigt, da waren Kinderohren, hunderte von Kinderohren, so Baby-Kinderohren. Und das ist auch akkurat, steht auch in der Bibel, in Jeremia 7, 31, steht drin, siehe, sie haben auch in den Höhen Toppet im Tal Ben-Hinop errichtet, um ihre Söhne und Töchter mit Feuer zu verbrennen, was ich ihnen nie geboten habe, sagt der Herr, und was mir auch nie in den Sinn gekommen wäre. Und das sind diese gottlosen Könige, die rausgestrichen worden sind vom Stammbaum Jesus. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, hat mich auch zwei Tage Arbeit gekostet, um das Ganze zu recherchieren. Ja, sehr, sehr schnell. Sehr, sehr gut. Du machst das super. Ja, du antwortest auf, was du willst, auf deinem Kanal. Du antwortest auf alles. Auf alles, ja. Ja, soweit ich weiß. Soweit ich weiß. Ich habe ja jetzt zum Beispiel wieder geantwortet, da reden die ja über Elia und wollten mich gestern auf eine Debatte zwingen. Die ganzen Gummibärbanden haben die und alle. Und dann habe ich die eingeladen, die sollen zu uns reinkommen. Hat aber Joker sich nicht getraut. Gar kein Thema. Sie wollen also mit Elia sprechen, weil sie einen Widerspruch finden in Matthäus, dass ja Jesus sagt, wahrlich, Elia war schon da bei euch. So. Und der Prophet Elia tut sich ja manifestieren und repräsentieren in Johannes den Täufer. Weil Johannes der Täufer, genau, das steht vor prophezeit im Malachi Kapitel 3, 23. Aber Moment, die Bestätigung finden wir dann in Lukas 1, 17. Das ist die Bestätigung, dass er der Geist Elia ist. Also eine, deswegen sagt ja auch der Herr eine Stimme, wer auch in der höre ist. Der Herr meint damit die Stimme von Johannes. Johannes der Täufer, der nicht in jegliches Herrn ebnet. Genau, richtig. Also sieht sich Johannes hier nicht als Person, sondern als rufende Stimme in der Wüste. Ja. Und das kapieren die nicht. Sie denken, das wäre ein Widerspruch. Habe ich wieder ein Gegenvideo gemacht, Bruderherz, weißt du, was passiert ist? Das Video wurde mir grausgelöscht auf TikTok. Ist weg. Weil ich die alle widerlegt, die waren alle in einem Stream, alle waren da und haben sich lustig gemacht über einen Christen, der darauf nicht antworten konnte. Und dieses Video habe ich gegen argumentiert und das Video ist seit gestern weg bei mir. Ist unauffindbar. So, abgesehen davon, wenn diese Jahis richtig gelesen hätten, dann lesen wir das zum Beispiel in Matthäus 1,17. Da steht ja auch, dass der, nach dem sechsten Tag, dass Jesus die Jünger, die drei Aposteln, Johannes, Jakobus und, man weiß jetzt, noch ein Jünger, drei Jünger, mit auf den Berg nimmt und dann lässt er sich ja verklären, verheißen. Und dann sein Angesicht, genau, sein Angesicht strahlte ja wie die Sonne und sein Kleid wurde weiß wie das Licht. So, und dann begegnet ihm wer? Wer begegnet ihm denn da auf dem Berg? Moses und Elia. Und deswegen sagt Jesus, wahrlich, er war schon unter uns, er war schon da. Aber natürlich, Abir, wenn du ein Vers liest in der Bibel, wie willst du das kapieren? Das ist unmöglich, das geht ja gar nicht. Die Bibel legt sich mit sich selbst aus, das wissen wir alle. Du musst nur ein bisschen lesen und ein wenig recherchieren, dann wird dir das schon auffallen. Ja, jetzt pass auf, jetzt hat aber Pierre Vogel und die anderen da einen Widerspruch gefunden, weil ein Vers drüber in Matthäus 16, 28, sagt er hier, siehe, es kommen Tage, nee, Jesus spricht er, es stehen einige hier, sagt er, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie am Kommen sind, den Sohn in seinem Reich. Und die sagen, oh, das ist eine falsche Prophezeiung, sie haben ja den Tod schmecken sehen, aber sie gehen von dem jüngsten Tag aus, aber der Herr meint sein Königreich und seine Wacht und seine Eilpracht. Und das ist damit gemeint, die Menschen sterben ja auch nicht so, wie man es denkt, sondern sie leben noch, auch wenn sie sterben. Die Muslime glauben ja auch, dass die Märtyrer nicht gestorben sind, sondern dass sie leben bei Allah. Nein, 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 das ist der Vers direkt, der da drunter kommt, 17, 1. Er nimmt ja diese einige wenige, sind ja die drei Aposteln, die er auf den Berg nimmt. Die sehen seine Verklärung, seine Verheißung, wie sein Angesicht strahlt. Sein Königreich sehen die vorab, bevor sie sterben. Es geht ja nicht um den jüngsten Tag, nur um sein Königreich, um die Verklärung. Und das sehen die vorab, bevor sie sterben. Das kapieren die nicht. Sie vergleichen, genau, sie vergleichen den jüngsten Tag mit seinem Königreich. Das ist ja was ganz anderes. Das siehst du zum Beispiel in 1. Thessalonischer, Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Da sehen die auch einen Widerspruch, wo Paulus sagt, und die wir noch übrig bleiben. Da geht es ja um die Entrückung, dass wir den Toten nicht zuvorkommen. Aber was sie nicht kapieren ist, dass Paulus so schreiben muss, er kann ja nicht schreiben, die wir schon tot sind. Weil er weiß ja nicht, wann der jüngste Tag ist. Also was soll er da reinschreiben? Ja, aber wie gesagt, die Menschen, die gestorben sind, heißt ja nicht, dass sie gestorben sind, sondern, dass die Menschen in Christus immer noch am Leben sind. Diejenigen, die sterben, wird leben, auch wenn er stirbt. Verstehst du? Das ist das. Johannes Kapitel 11, Vers 15. Genau, das sagt er auch in Johannes 25, 11. Ja, genau, 11, 25. Johannes 18. Ja, genau. Ja, gut. Was soll man da machen? Keine Argumente. Ja, was willst du da? Fragst du dir aber, nach einem Widerspruch heißt es falsch übersetzt. Ich habe letztens einen gefragt, wie kann das sein, habe ich gesagt. Die Sonne, pass auf, guck mal, guck mal, was für eine Antwort er mir gibt. Du weißt doch, dass die Pläne... Ich komme jetzt gleich wieder, warte. Ja, ja. Ah, das heißt aber richtig laut, ne? Ja, Gottes Segen zuerst mal an jedem Einzelnen hier im Chat. Also ich mache das umgehende so Werbung oder so für mich, aber wenn ihr wollt und irgendwelche Widersprüche, die ja zum Beispiel angeblichen Widersprüche, die ja keine sind, sondern eigentlich simple Erklärungen, man muss einfach nur weiterlesen oder zuvor alle parallel stellen, dann schaut euch einfach bitte die Videos an von mir. Weil das nicht zu erklären, obwohl sie diesen Widerspruch gesagt bekommen und wissen jetzt die Antwort, machen sie nichts anderes, am nächsten Tag gehen sie in den nächsten Stream und stellen genau die gleiche Frage. Genau die gleiche Frage, die sie am Tag vorher. Also die kriegen die Antwort, am nächsten Tag gehen sie. Also man sieht, es geht denen teilweise gar nicht um die Wahrheit, sondern wirklich nur um eventuell unwissende Christen oder die frisch im Glauben sind, eben halt zu täuschen. Und das ist schade. weil auf diesen ganzen Videos, die ich argumentiert habe, der Pier Vogel sagt ja seit 20 Jahren, hat denen keiner diesen Widerspruch gebracht mit erster Matthäus. Okay? So, jetzt hat er ja die Antwort schon dreimal von mir bekommen und er muss das Video gesehen haben, weil es sind mehrere Videos. Warum macht er immer noch das Gleiche und antwortet auf diese Unwissen, die dann falsch antworten? Also es ist bewusst. Können wir nicht zu danken. Wie gesagt, dank dem Herrn, wie gesagt, alle Ehre gebührt immer den Herrn. Wie gesagt, ohne ihn sind wir ein Nichts. Wer bittet, wirklich, der wird gegeben. Wenn er ein bisschen mehr Verständnis für die Bibel haben wollt und tagtäglich wirklich was für tut, der Herr gibt euch diese Erkenntnis. Ihr müsst einfach nur bitten. Bittet ihn darum, wenn er spürt, dass er wahrhaftig daran wirklich Interesse hat, das zu verstehen, dann gibt er euch diese Weisheit. Natürlich muss man was dafür tun. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass von nichts kommt natürlich nichts. Man kann jetzt nicht sagen, oh, ich lese die Bibel jetzt nicht und will sie trotzdem verstehen. Dieser, ja, das ist das Problem. Also da kommen welche zu mir, kommt ja eh keiner schon mehr hoch, darum geht es gar nicht. Aber dann kommentieren die auf die Videos mit sieben Widersprüchen auf einmal. Du widerlegst den alle sieben, statt darauf einzugehen, oh cool, ich habe es kapiert oder verstanden. Nein, kommt direkt, oh, was ist mit Samuel, mit dem Ding, wo einmal der Gott sagt, der Teufel und dies, das. Dann denkst du dir auch, geh doch zuerst mal auf das ein, sag doch zuerst mal, du hast es verstanden, hast du gar nicht so gesehen. Nein, dann werden direkt wieder zwei nächste Widersprüche. Dann widerlegst du diese zwei anderen Widersprüche, wo er sagt, hundertprozentige Widersprüche, die hat noch nie immer, dann widerlegst du ihm die, dann antwortet er nicht. Und das Beste, was ihm einfällt, einfällt, ist statt zu anfangen zu sagen, danke für die Aufklärung, jetzt habe ich es verstanden, schreibt er, Allah, der Islam wird sieben. Das war's. Das ist dann die Schlussfolgerung. Manchmal denkt man sich, wo macht man das? Gut, ich mache das für die Zuschauer, die eventuell noch nicht befestigt sind im Glauben, die immer noch am Suchen sind. Da ist es für Dello, ja. Wie gesagt, Gott segne euch alle. Wie gesagt, der Armin macht hier einen Bombenjob, also parallel, nicht nur, dass er im Hetzmobil arbeitet, parallel, macht er auch noch hier die Aufklärung. Also er macht eigentlich zwei Dienste. Einmal den Dienst für die Obrigkeit, für den Staat, und einmal den Dienst für den Herrn, parallel, gleichzeitig. Und das ist sehr, sehr bewundernswert. Und wir brauchen hier echt einen starken Geist, einen starken Kampf mit dem Heiligen Geist, das Ganze hier zu überstehen. damit viele, viele das auch kapieren, weil es ist nicht einfach, jemanden zu überzeugen, der von Geburt an ihm eingeblendet oder eingetrichtert wird, dass die Bibel verfälscht ist, und, und, und. Und wir ganz genau wissen, dass es nicht der Fall ist. Und man muss verstehen, denn bei beiden Gotteskonzepten hat Gott beide, Adam und Eva, aus dem Paradies geschmissen. Warum? Wegen einer einzigen Sünde. Wo war denn da die Barmherzigkeit? Also sehen wir doch schon, dass Gott uns ein Anzeichen gibt, sagt, ey, ihr müsst hier raus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und ich kann keine Gemeinschaft haben mit Sündern im Paradies. Das geht nicht. Das ist hier ein heiliger Ort. Ja, genau. Das hat mein Bruder... Man kann nicht nur Barmherz sein. Das hat mein Bruder versucht zu erklären. Warum, wenn ihr sagt, Allah ist Barmherz, warum hat er den Allah, den ich Adam und Eva vergeben? Ja. Der hat sich nur rausgeschmissen. Genau. Ja, genau. Wo war denn da die Waage? Da gab es überhaupt keine Waage. Wo ist die denn da gewesen? Ja, deswegen hat mein Bruder gesagt, wenn ihr nur darüber nachdenkt, dann werdet ihr den Islam schon verlassen, weil das nicht aufgeht. Das Prinzip der Bibel geht auf. Und nicht das des Korans. Und auch die Geschichte von Adam und Eva gibt auch gar keinen Sinn. Der Gott des Islams verführt dazu, Adam sich vor einem Menschen, also er verführt diesen Iblis, sich vor Adam niederzuwerfen. Wo hat der Mohammed diese Geschichte her? Aus irgendwelchen jüdischen... Ja, Moment, aber da geht... Ja, Moment, aber da geht's... Ja, nein, da ist ja schon... Das befindet sich... Damit das befindet sich ja im Surah 20, Vers 20, 21 befindet sich das, ja. Und da steht ja drin, dass der Satan, also die Schlange, möchte Adam und Eva verführen, indem sie das ewige Leben bekommen. Aber sie haben doch da im Paradies schon das ewige Leben vom Herrn. Ja, genau. Also er verführt die mit der Sache, also ist das schon der erste Widerspruch. Der zweite Widerspruch ist, sie behaupten, in Jannah im Paradies bekommen sie 72 Jungfrauen. Der Koran sagt aber, dass sie vorher ihre Blöße gar nicht erkannt haben. Erst nachdem sie von der Frucht gegessen haben, erkennen sie ihre Blöße und packen sich Feigenblätter vor ihren Sachen. Ja. Also sehen wir doch schon, dass es da überhaupt keine Sachen gibt, womit sie damit was machen können. Ja, wenn du als... Es sei denn, sie gehen hoch und beißen nochmal von der Frucht ab. Ja, wenn du nach der Akkuralgeschichte suchen möchtest, dann findest du sie in der Bibel. Der Koran ist einfach nur so ein Counterfit. Ja, genau. Richtig. Ja. Bei uns macht ja alles, er hat ja alles einen Leitfall. Bei ihnen ist ja bei Maria, die Geburt Maria, okay, steht bei den Christen, können wir jetzt nicht einfach rauslöschen, müssen wir machen. Verändern die ihn zwar ein bisschen, bei uns geht es ja um die Erbsünde, bei denen einfach nur so ein Wunder. Also sie können ja gar nicht erklären, warum es passiert. Und dann hat ja Allah diesen Gesandten geschickt. Also bedeutet das doch, dass Jesus Isa schon von Ewigkeit existiert hat. Und nicht nur von Ewigkeit, sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil er lebt ja immer noch heute, seit 2000 Jahren im Paradies. Ja, genau. Also ist er Gott. Also ist er Gott. Amen. Suche 3, Vers 55. Amen. Jesus wurde zu Allah entkauft. Genau, wie bei uns. Weil was sagt der Gott der Bibel? Zu deiner Rechten des Thrones. So, und genau das hat er rauskopiert. So wie das Schienbein sich entblößt, hat er auch aus der Bibel. Philippa 2, Vers 10. Da sagt ja Jesus Christus, jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Oder die Toten lebendig aus dem Grab, hat er auch kopiert aus der Bibel. Erste Thessalonische 4, 18. Genau, 4, 18. Alles, die 40 Tage hat er auch rauskopiert. Jesus Christus bleibt 40 Tage bei uns. Bei ihnen bleibt er 40 Jahre auf dieser Welt. Jesaja, die Herzen sind mit. Alles aus der Bibel rauskopiert. Alles. Und das verstehen sie nicht. Ja, wir können nur beten. Ich weiß, ist das mein Netz? Wo ist der Armee jetzt geflüchtet? Ich muss kurz was erledigen. Einen Moment. Also, alles gut. Wie kann das sein, Leute? Wie kann das sein? Und da steht ja auch in der Sure 3, Vers 55, dass Isat das Wort erlass ist und der Geist erlass ist. Aber darunter sagt nicht 3. Das widerspricht sich doch. So, und dann sagt er, ich möchte dich viel mehr zu mir, Entschuldigung, in Sure 471. In Sure 3, Vers 55 viel mehr möchte ich dich zu mir entbuben und dich reinigen. Reinige von den Ungläubigen. Aber er ist doch ein reiner Sohn gewesen, laut Sure 19, Vers 19. Das passt doch nicht. Von was wir denn reinigen? Es funktioniert nur, wie bei uns in der Bibel, dass das Fleisch den Fluch aufgenommen hat, um zu reinigen. Also wieder sehen wir da eine Parallelstelle, die rauskopiert worden ist. Oder sage nicht 3, sagt der Koran. Also wissen wir doch schon, dass der Koran Mohammed schon damals wusste, zu der damaligen Zeit, dass die Christen an Vater, Sohn, Heiliger Geist glauben, an die Trinität. Nur sie hat sie nicht verstanden. Der packt stattdessen die Maria da rein, in die Trinität. So, und dann sehen wir Sure 57, Vers 3, dass Allah sagt, dass er der Erste und der Letzte ist. Aber Jesus Christus ist der Erste und der Letzte, steht in der Bibel. In Offenbarung 1, 17 und 18. Und sogar in Jesaja sagt er das, 1500 Jahre vorher. Hier spricht der König Israels und seiner Löser. Der Herr, der Herrscher. Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Was sagt Jesus Christus in Offenbarung 1, 17? Ich bin der Erste und der Letzte. Und er hat sogar die Schlüssel des Totenreiches. Gottes Leben. Das ist eigentlich nicht schwer zu kapieren. Und wenn die Muslime sagen, die Bibel wurde verfälscht. Da wurde gar nichts verfälscht. Wir haben über 5600 Manuskripte. Das bedeutet, wenn du die ganze Antike mal zusammenrechnen würdest, zum Beispiel Pontius Pilatus, zum Beispiel, oder Julius Caesar. Julius Caesar hat nur 251 Manuskripte. Die Bibel hat aber über 5600. Und dazu haben wir noch die Funde di Bologna über Moses. Und wir haben noch die ältesten Abschriften, die gefunden worden sind in den Kumran-Hüllen. 1947. Durch einen Beduin, der übrigens sogar Moslem hieß. Also wir sehen, unser Gott hat sogar Humor. Lässt sie durch eine Ziege finden in einer Höhle. Also er hat noch Steine nach ihr geschmissen. Und dabei wurden diese Tonkrüge getroffen. So. Und das hat er natürlich gehört. Und da waren die ältesten Abschriften der Bibel. So, von Moses, von Jesaja. Die Jesaja-Rolle ist übrigens in Jerusalem im Museum. 7,34 Meter. Jeder kann da einsehen. Auf Hebräisch und das mit der heutigen vergleichen. Sie stimmt eins zu eins überein. Aber wir sehen, unser Gott hat sogar Humor. Lässt das durch eine Ziege finden. Was sehen wir im Islam? Shunadim Imadja hat dies 1944. Ein zahmes Schaf kam rein, weil sie beschäftigt waren bei der Erdung Mormals. und hat die Koranverse, den zehnmaligen Stüllungsvers aufgegessen und den Steinigungsvers. Und bei uns, die heilige Ziege, findet die ältesten Abschriften. Gott lässt seine Worte nicht abändern und verfälschen oder verlieren lassen. Nein, er behütet sein Wort. Ist doch logisch. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Weil wir könnten ja dann später vor Gott anklagen und sagen, ey, du hast doch gar nicht aufgepasst auf seine Schriften. Du hast sie verfälschen lassen. Das verstehen die Muslimen. Ja, das verstehen sie nicht. Nee, das verstehen sie nicht. Du könntest Gott anklagen und sagen, du warst nicht in der Lage, auf dein Wort aufzukommen. Du hast dir 600 Jahre zurückgelassen, hast das gesamte Christentum entschuldigen lassen und dann willst du dich noch etwas bestrafen für das, was du schuld warst und die Leute es sehen hast lassen, dass Jesus da am Kreuz hängt. Ja, sag mal, willst du uns auf den Arm nehmen, Allah? Ja, richtig. Selbst die Muslime, diese 635 Jahre, die dazwischen sind, fehlen ja. Das heißt, jeder Moslem hat ja dann ein falsches Buch gefolgt und dann siehst du aber, dann fragst du einen Moslem, wann wurde denn die Bibel verfälscht? Ja, also du kannst ja kein Original. Wann wurde denn verfälscht? Vormund oder nach Mohammed? Ja, weiß ich nicht. Okay, ich helfe dir. Nach Mohammed macht es ja keinen Sinn, sonst bräuchte er ja nicht kommen, logischerweise. Ja, 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 stimmt, sagt er. Ja, okay, wie kann das aber sein, dass Mohammed sich die Tora bringen lässt? In Zunat aber, da wurde es 4449 und Schmutz selber hat er auf ein Verhältnis. Hast du gut gelernt, ja? Hast du gut gelernt? Ja, überleg doch mal. Ja, klar, wir müssen alle voneinander lernen haben, ja. Wie gesagt, wir müssen alle lernen, weil was der Herr uns gratis gibt, sollen wir gratis weitergeben. Den Geschwistern. Deswegen stelle ich auch, dass wir verloren gehen. Mein Lieber, deswegen stelle ich auch alles gratis zur Verfügung, da auf meinem WhatsApp-Kanal, damit die Leute ein Savilsurium haben, voller Beweise gegen den Islam. Ja. Ja. So, dann widerlegst du die 5 Mal. Okay. Dann gehen die nicht drauf an und sagen, okay, ich hab's kapiert. Nein, dann kommen die direkt mit wieder mit zwei anderen Widersprüchen. Hab ich gesagt, geh doch zuerst mal da drauf rein. Du hast mir gerade 5 Sachen genannt. Ja, aber was willst du sagen? Okay, dann gehst du wieder drauf rein. Widerlegst du wieder. Dem fällt dann nichts besser sein, zu sagen, Allah wa paa di Islam beziegen. Und geht raus. Oder denkst du mal, was ist das denn? Da kommt der nächste hoch. Ich darf ich dir eine, bei mir kommt ja fast keine hoch, da darf ich dir eine Frage stellen über die Bibel. Hab ich gesagt, ja, wenn ich dir danach auch eine Frage stellen kann, äh, ja, okay. Dann fragt er mich, wer ist denn der Gott der Bibel? Hab ich gesagt, Jachwe, wie er sich auch bei Moses präsentiert hat. Er hat ja, er hat ja von Mund zu Mund gesprochen. Und er sagt ja, sagt den Kindern Israels, ne, ich bin, ich bin der ich bin. Jesus Christus sagt ja in 100 Stelle ich bin. Hab ich gesagt, aber wie kommt das jetzt, dass Allah sich nicht Jachwe nennt? Kannst du mir die Frage beantworten? Ja, Moment, ich hab noch 3 andere Fragen. Äh, nein. Wir haben gesagt, eine Frage ich, eine Frage du. Sag ich, aber ich bin kein Moslem. Wie, du bist kein Moslem? Was bist du denn dann? Hab ich gesagt, ich will ja nicht über Briefmarken sprechen. Dann sagt er, äh, hab ich gesagt, sei doch mal, doch, doch, ich bin Moslem. Hab ich gesagt, hör mal, schämst du dich nicht? Du leugnest gerade deine Religion, um eine Frage nicht zu beantworten? Wie traurig ist das denn? Ja. Keine, ohne Worte. Wenn ich mich schämen müsste, oder habe ich rechtfertigung für ein Vers in der Bibel, ich wäre gar nicht mehr in dieser Religion drin, ein Vers, dass ich mich schämen müsste, oder rechtfertigen müssen vor Gott, dann wäre ich doch schon längst raus. Ja. Ja. Aber wie gesagt, Armin, du machst hier einen Bombenjob, nicht nur deinen Hauptjob, ich weiß nicht, ob du mir eben zugehört hast. Du machst auch parallel noch den Job des Herrn, deswegen, Leute, tut das bitte alle anerkennen, weil das ist nicht einfach, dieser geistliche Kampf jeden Tag. Äh, ja, ich habe auch schon schwer zu schlucken, weil jedes Mal, jeden Tag die gleichen Fragen. Wir haben schon Bingo-Spiele eröffnet. Das heißt, die kommen rein, und danach kreuzen wir an. Ah, okay, Johannes 13, 32, ja, ja, dann kreuzen wir an. Das ist immer die Gute. Und da einer kam rein, der hatte Tränen hintereinander gehabt. Lukas 18, 18, guter Meister, 18, 32, wo sagt Jesus, ich bin Gott, und dann Bingo. Ja, das ist eigentlich, weil es gab. Das ist so sensationell. Leute, ihr müsst das doch, jeder Moslem, der hier drin ist, und nicht gerade akzeptiert und anerkennt, was Amir gerade tut, oder wir anderen Geschwister, das nennt sich Nächstenliebe, eine Nächstenliebe. Weil, wenn er, wenn ihr ihm scheißegal wird, der würde sich überhaupt gar nicht die Mühe machen. Oder denkt ihr ernsthaft, wir machen das hier wegen ein paar Coins, mit diesen 10 Euro, 15 Euro, und sechs Stunden hier hinzustellen. Nein, machen wir nicht. Das nennt sich Nächstenliebe, und wenn wir es nicht tun würden, würde sich das eigentlich, auf gut Deutsch benennen können, unterlassene Hilfeleistung. Weil wir wissen ja, wo wir hinkommen. Jesus Christus sagt ja, ich bin die Auferstehung und der Weg. Wer mir nachfolgt, wird selbst leben, wenn er stirbt. Er sagt es in Lukas 23, dass er ihm in den Paradies bringen wird. Er sagt es eigentlich überall. So. Also wissen wir, wo wir hinkommen. Laut Koran, weiß selber Mohammed nicht, wo er hinkommt. Suche 46 Vers 9. Ich weiß nicht, wo ich hingehe, ich weiß auch nicht, wo ihr hingeht. So, und solch einen folgt ihr. Ihr folgt lieber jemandem. Ich stelle immer ein Beispiel. Ich stelle einem Moslem eine Frage. Hab ich gesagt, ich hab gestern einen Umfang gehabt, da waren 1000 Leute Zigarette draußen am Brauch. Ich bin so ein paar in den Auto reingefahren. So. Alle haben das gesehen, und Polizei kommt, schreibt alles auf. Ah, meint der auch, okay, gut. Hab ich gesagt, aber drei Stunden später steigt einer aus dem E36 raus und sagt, ey, Moment, ich war zwar nicht dabei, aber es erschien euch nur so. Das Park in dem Auto ist zurückgerollt und diesem Küsst doch dein Herz reingefahren. Frag ich, hab ich gesagt, wem würdest du jetzt glauben? Die 1000, die dabei waren? Ja, klar, meint er, die 1000. Ich hab ich gesagt, wieso glaubst du denn jetzt jemanden, der in eine Höhle gekommen ist? 636 Jahre später und 5000 Zeugen, die eigene Mutter, ich stempel die als Lücke dann ab, die übrigens den Leichnam, den Körper Jesus Christus nach der Kreuzung hatte, laut Suche 457, wurde er ja viel mehr empurrungen, und macht Maria als Lügnerin und glaubst den Römern nicht, die verräten, also alle Zeitzeugen, die da waren, werden ignoriert und der Einzige, der wirklich nicht dabei war, den glaubt ihr, mit einer einzigen Suche und fragt euch noch nichtmals und dann fragt ihr euch noch nichtmal, dass der Gott der Bibel, Yahweh sagt, in 4. Buch Moses, Kapitel 12, Vers 6, sagt er doch, wenn du ein Prophet des Herrn bist, möchte ich mich dir per Angesicht offenbaren oder durch einen Traum oder wie bei Moses von Mund zu Mund. Jetzt kommt da ein Engel. Also das passt ja nicht, weil die Bibel sagt, Propheten sprechen immer, direkt mit Gott. Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht ja gar keinen Sinn. Deswegen nennt man ja einen Propheten einen Propheten, weil er ausgewählt ist von Gott. Und wo sind die Prophetien? Und da machen sie schlecht, ja bei euch in der Bibel steht auch Jesus ist Prophet. Natürlich, er hat ja auch Prophetie abgegeben, wie willst du sonst einen so bezeichnen? Aber gleichzeitig ist er ja nicht nur Prophet, sondern so ein Gott, Gott im Fleisch. Ja weißt du, ich meine, das ist auch krass, ne? Ja, aber Gott steht, er ist auch Prophet. Jesus ist Prophet. Jesus ist Prophet. Ja, genau. Ich nenne das immer den Döner-Niveau. Das ist Döner-Niveau. Ja. Aber wie nennst du denn jetzt einen? Da können wir auch direkt in die Dönerbude gehen und auf diese Döner, sagen wir schnell, Döner-Basis miteinander reden. Genau so. Wahnsinn. Dann sag ich zu ihm, wie nennst du denn so einen, der sagt zu dir, bevor das passiert, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verlocken. Wie nennst du denn so jemanden, der vorher das weiß und dir das sagt? Ja, das ist doch eine Prophezeiung. Ja, also, Jan, siehst du doch. Das sag ich auch noch mal. Wenn die zu mir sagen, Jesus war unwissend, sag ich so, aber wieso kannte er dann die Zukunft, als der Petrus ihn verraten würde? Und da hat er ihn auch verraten. Genau. Also. Und Judas übrigens auch. Genau, wir sehen das also überall. Und selbst am Kreuz hat er ja noch mal die ganzen Gesetze erfüllt. Am Kreuz nicht nur die Sünde, sondern das Gesetz. Zum Beispiel, sie machen sich zum Beispiel lustig. Da steht ja, das siehst du, bei Matthäus, siehst du, er sagt ja, das sind ja beide gekreut, Gismas und Dismas, die beiden. So, und Gismas macht sich ja lustig und sagt, du bist doch der, du bist doch der Sohn Gottes. Rette dich doch selbst und uns gleich mit. Und da füllt sich die Prophezeiung im Psalm 22 ab Vers 10, 11, glaube ich. So, da füllt sich die Prophezeiung. Und dann, pass auf, und dann begeht der Gismas, begeht Treue und sagt, unser Gericht ist gerecht. Sagt er, wir sind zu Recht, aber er hat nichts Unrechtes getan. Bitte gedenk an mich her. Und das ist der Unterschied zwischen ihm und demjenigen, der guter Meister gesagt hat, in Lukas 18, Vers 18. Aber das nächste, was sich prophezeit ist, wo er sagt, mir dürstet es. Und er bekommt den Schwalm in den Mund gesetzt und bekommt der Essig, um Galle zu trinken. Wo finden wir das? Im Psalm 69, nee, warte mal, ich glaube 69, 22. Genau. Dass er in seinem Durst Galle und Essig und da füllt wieder das Gesetz. Und die Prophezeiung. Und sie tun das abstemmelt als Schwäche. Verstehst du das? Im Endeffekt tut er aber nur sein geschriebenes Blatt, was schon aufgeschrieben worden ist, durch die Propheten erfüllen. Ja. Ja. Ja, das ist das. Und so weit denken sie ja gar nicht. Wenn die nicht achten wollen, dass die Psalmen voller Prophetien sind auf den Herrn Jesus Christus. Die Muslime glauben ja auch an die Psalmen. Die nennen das Sabu. Aber sie lest die Psalmen Sabu nicht, ne? Das ist das Kranke. Ne, wir auch. Wie? Sie lesen dann auf einmal, habe ich mit diesen Ehren. Ne, sie lesen auf einmal Psalm 91. Und das behauptet tatsächlich dieser Ehren, dass es darum geht, dass Allah Jesus Christus vom Kreuz bewahren wurde. Habe ich gesagt, du Jahi, da geht es um ein höheres Gebet. Was hat das denn mit Allah zu tun? Du Jahi. Das ist jetzt so das neueste Wort. Die Jahi-Crew. Ja, aber sie tut alles selber. Der liest nur 91, statt runterzulesen bis 98. Und da wird er feststellen, dass es da um ein erhöhtes Gebet geht zum Herrn. Und der Herr sagt ja selber, ich weiß nicht, wenn du das abspielen möchtest, in Jesaja 43, 11. Was sagt der Herr da? Ich bin der Herr. Das ist nur der Retter Gottes. Außer mir gibt es keinen Retter. Richtig. Und was sagt der in Lukas 2, 11? Äh, euch ist heute der Retter geboren. Sagt der, genau. Euch ist heute der Retter geboren. Amen. Das ist Christus der Herr. Boom. Genau, richtig. Und sie sagen immer, ah, boom. Nur die zwei reichen doch schon. Das sagt ihr es doch schon. So, der Retter ist Gott. Und dann kommt dieses Christus als Baby und ist Gott. Wir wissen ja, dass es keinen Retter gibt, außer Gott alleine. Dass der Retter geboren wurde, wissen wir, Gott wurde Mensch. Ende aus. Und dann, dann, pass auf, dann sagen die, wo wurde denn Jesus angebetet? Dann zeigst du ihnen das sogar mit den heiligen drei Königen. Dann kommt Pierre Vogel und sagt, wo wurde denn Jesus Christus zum Alten Testament angebetet? Wo du sagst, hä, wie im Alten Testament? Aber egal, kein Problem. Machen wir auch ein Gegenvideo. Dann siehst du, dass diese Könige Tribut entrichten in Tarsis und Tesa und Gaben bringen werden und vor diesem, also auch alle Reiden, alle Könige vor ihm niedergehen. Im Psalm 72, Vers 9 und 10. Also selbst das ist bestätigt. Ja, egal. Also normalerweise könnte von morgens bis abends anfangen, die ganzen Prophezeiungen mit Herodes im Alten Testament, in Rama, wo das Passac war. Alles. Es passt alles zusammen. Alles. Okay, mein bester Land. Ich lasse dich wieder arbeiten, Bruder, jetzt. Nein. Ich auch, Bruder. Ich lasse dich wieder arbeiten. Bis dann. Ich lasse dich wieder jetzt. Ja, ja, genau. Ja, ja. Okay, danke dir. Mach's gut. Gott segne dich. Ich bin auf jeden Fall hier. Ciao. Nächste Dank. Alle Ehre, den Herrn. Ciao, ciao. Alle Ehre, den Herrn. Geh, super. Jetzt hast du jetzt voll getestert. Ja, das ist voll getestert. Ja, das ist voll getestert. Frank! Frank der Tank! Frank! Frank! Hallo! Franky! Coach Franky! Jetzt bin ich im Chat reinkommen. Ich habe mich gerade ins Auto gesetzt und dachte mir, Franky, jetzt bin ich im Chat. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Ja, ich verfolge deinen Chat schon ein bisschen länger und das ist ja absolute Champions League, was er da bringt. Und so weit bin ich nicht. Also ich bin ja schon immer Christ. Aber so gut kenne ich mich nicht aus, vor allem mit den Moslemen und so weiter, mit dem Koran. Da lerne ich ja von euch unwahrscheinlich viel und ich finde es ja auch mega, mega interessant. Und da siehst du mal, wie der Koran verbogen ist. Was aber in allen Chats, also ich verfolge andere auch, also wie jetzt gerade der Küsst dein Herz oder so, der jetzt gerade da war, den habe ich gestern verfolgt. Und was aber immer wieder, und das kommt mir, also ich kenne mich jetzt nicht so aus, wie gesagt, aber was mir immer und immer wieder einfällt ist, es gibt ja in Google diese eine Übersetzung vom Koran, wo sich ja früher die ganzen Herrscher bei den Moslemen quasi der Befehl kamen, dass alle Korane eingesammelt werden sollen. Und dann hat man sich ja auf einen Koran geeinigt, der 2011 quasi irgendwo dann in der Koran wurde. Und diese ganzen Widersprüche... Die haben sich nicht damals geeinigt, sondern der Osman hat das den aufgezwungen, daran zu glauben. Aufgezwungen. Die Offizierung von Osman. Richtig, ja. Und diese ganzen Widersprüche, die die Muslime selber erleben, also in ihrem eigenen Koran, ist ja kein Wunder, wenn alles eingesammelt wurde. Und es gibt ja heute noch Abschriften vom Koran, die nicht eingesammelt wurden. Also da gibt es so eine ganze Forschergruppe, die da unterwegs ist und sucht noch nach Abschriften vom Koran, die nicht eingesammelt wurden oder die heute noch existieren. Und da sind so viele Widersprüche drin, das was ihr ja aufzeigt quasi in den einzelnen Suren und so weiter und so fort. Also mir tut da jeder Muslimin leid, weil der Widerspruch ist ja dann schon aus der Geschichte in sich. Also die können gar nicht anders wie verzweifelt sein und man kriegt es ja auch immer wieder mit, wenn man dann auf die Suren eingeht oder wie du das ja auch immer machst, dass dann die Muslime alle sagen, ja da kenne ich mich nicht so aus, das ist aus dem Kontext gesprochen etc. etc. Die suchen dann immer und im Blinden glauben, dass das was da so steht, was der Widerspruch ist, immer wieder dann gut aussehen soll. Also das fällt mir da jedes Mal dazu ein, wenn ich das da so mitbekomme. Ja, das ist echt schlimm. Das ist ein schlimmer, schlimmer Zustand. Sehr, sehr schlimm. Ja und deswegen ist deine Arbeit, das ist wirklich hervorragend und auch von Kollegen, alle die da mitmachen und das kann ich also auch nur unterstützen. Langsam aber sicher unseren Mund aufmachen, auch wenn es natürlich gefährlich wird. Aber wir können nicht alle unseren Kopf in den Sand stecken und meinen, dass es sich von alleine alles löst. Nein, wir müssen hingehen und versuchen das Ganze aufzulösen und auch in Diskussion zu gehen und auch Aufklärungsarbeit zu machen. Ja genau. Aber da hast du ja auch mal gesagt, man soll einfach selber viel lernen und das bin ich auch dabei. Viel lernen und da in der WhatsApp-Gruppe etc., dass du auch die Möglichkeit hast, da was zu antworten. Weil wenn es mir jetzt ein Peer Vogel über den Weg laufen würde, der hätte natürlich alles Munition in der Hand, wo ich gar keine Chance habe. Und deswegen bin ich ja dankbar, Bruder, dass du das machst, weil du bist da fest und du kennst dich aus und ich lerne da nur im Chat. Und wie gesagt, jetzt bin ich rein durch Zufall zu dir gekommen, ja. Das, was die Muslime dir vorwerfen können, das hast du alles auf meinem WhatsApp-Kanal. Da kannst du dich schön in die Ecke drängen und sagst du, aha. Ist das ein Grund, den Glauben abzunehmen? Da musst du ja deine eigene Religion haben, verstehst du? Ist so, ja. Und dann kommen ja diese dummen Dinge, dass sie sich selber nicht auskennen. Es kommen ja auch viele hoch, ich würde mir das gar nicht trauen, wenn ich sage, ja, ich bin Moslem, aber ich kenne mich nicht so aus in meinem eigenen Koran oder in den ganzen Suren. Und das mit dem Arabischen etc. etc., das haben die ja auch widerlegt quasi mit dem Arabischen, dass man heißt, ja, ich verstehe kein Arabisch, ich kann das so nicht lesen etc. etc. Das ist ja alles mit diesem Einheits-Koran im Grunde genommen beantwortet worden, operatisch hin, englisch her, ganz egal was. Mit diesem einen Koran, den sie dann in Wikipedia gestellt haben, soll ja alle Sprachen sprechen, also so nach dem Motto. Ja. Da kommst du nicht mehr aus. Da kommst du nicht mehr aus, ne? Kommst du aus Stuttgart? Nee, aus Augsburg. Aus Augsburg? Aus Augsburg, ja. Da könntest du sogar noch heftiger reden, dass man sich fast gar nicht mehr versteht. Oh danke, Patrick. Schwäbisch. 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 Ja. Kannst du mal so richtig im Dialekt sprechen? Schwäbisch. Ja, bitte. Danke, Patrick. Ja, ich spreche von dir. Ein Schwäble. Ein Schwäble. Ein Schwäble. Als richtiger Schwabe ist Stuttgart. Aber ich sag jetzt mal, bei uns ist ja so die Grenze. Bayern, Stuttgart. Ja. Und viele, die meinen Dialekt hören, sagen, ah ja, man hört schon raus, du bist ein Darchi-Burger. Was für ein Ding ein Darchi-Burger? So sagt man Darchi-Burger. Darchi-Burger. Das ist gut, wenn ich meine Shisha fnir, dann bringe ich Pommes mit Darchi-Burger raus. Ja, genau. Genau. Dann kommen alle Augsburger zu dir. Augsburger kommen dann alle zu mir. Aber die wollen dann ihr Maß Bier trinken und nicht ein Maß Kamelorin, ne? Ja, so ist es. Den Kamelorin, den stellen wir dann ins Schaufenster, neben die Shisha. Ja, genau. Kamelorin, dann auch im Schaufenster damit. Okay, danke dir, Frank, dass du dabei warst. Gott segne. Ja, gerne. Danke dir, Armee. Und mach so weiter. Danke dir. Ciao. 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 Vielen Dank. Danke dir, DJ. Ganz schwer. Es wird dann ultra schwer, das zu entziffern, was sie da sagen. Wie kommt man in die Gruppe? Wie kommt man in die Gruppe? Du musst hier einen der Moderatoren anschreiben. Und die geben dir dann den Link. Ja, ihr Lieben. Oh, danke, Roter B&B. Red B&B. Ja, in dieser schwierigen Zeiten, wo die Muslime die ganze Zeit diese Dauerpropaganda von sich geben, ne? Da ist das natürlich sehr, sehr schwierig geworden, da ihnen so ein bisschen Einheit zu geben. Aber nicht unmöglich, ne? Die Dauerpropagandamaschinerie läuft ja auf Hochtouren, ne? Und die versuchen alles, um, äh, danke Toni. Die versuchen alles, um dich davon, äh, vom Herrn Jesus Christus abzubringen. Du siehst ja, oder ihr seht ja, wie viele, wie viele Menschen sich schon geschafft haben, vom Herrn abzubringen, ne? Durch diese Lügerei, diese Propaganda, äh, denn wenn du dir mal ihre Argumente anhörst und das, was sie so von sich geben, mal einmal so durchgehst, dann, dann merkst du ganz schnell, dass diese Leute absolut bösartige, äh, Absichten haben und gar keine Ahnung haben, wovon die da eigentlich reden. Das ist krank. Die Moderator hat angekommen. Ach, ich lasse es passen. Aber es ist ein Mann, wo man kommt. Wo bleibt, auch wo jetzt der Reihe, ich weiß nicht, wo der ist. Ja, wir haben es natürlich zu tun mit Menschen, die in der Lage sind, ihr wahres Gesicht zu verstellen, um an ihr Ziel zu kommen. Absolut bösartig. Genau wie ihr, wie ihr Gott, der mit List und Täuschung die Christenheit versucht, vom, vom Herrn Jesus Christus abzubringen. Gott. Ein absoluter Listenspiel. Ja, da redet der Richtige genau. Ich mache ja keine List wie dein Prophet. Ich mache keine List wie dein Prophet, um jemanden hinter uns zu eliminieren. Das hat der Prophet getan, als er Kaab ibn Ashab gewinnt hat. Ich kenne alle die Geschichte, als er der befohlen hat, den Kaab ibn Ashab umzulegen. Und der den Mohammed bin Ashab erlaubt hat, zu lügen, um anderen, um sein Vertrauen zu gewinnen. Das ist so krass. Und das soll der beste Mensch der Welt sein. Was schreibt der da? Ist das eine Beleidigung auf Albanisch, oder was hat der gemacht, dieses Teil mit? War das eine Beleidigung, oder was war das? Ex-Versager. Den kannst du nennen, den du im Spiel sitzt. Du dreckiger Hurensohn. Du solltest über deine eigene verfickte Religion und deinen eigenen Herkunft reden. Du scheiß Zigeuner. Wie kannst du dich als Albaner abgeben, obwohl du der letzte Dreck auf Erden bist? Ich bin doch kein Albaner, du Idiot. Warum sagst du dann, Albaner will Albaner umbringen? Du dreckiger Hurensohn. Wir sind in Mannheim. Bosporos wird deine ganze Familie ficken. Du Hurensohn, wir sehen uns. Das ist Moslem. Habt ihr gesehen, Moslem, wie Muslime sind? Und dann wundern die sich, warum ganz Deutschland auf Muslime ausklippen. Und sie am liebsten einen Arschtritt geben und rausschweißen wollen. Das ist doch kein Wunder bei so einem Dreckhaufen. Das ist doch selbstverständlich. Dass Menschen aufstehen und aufstehen in den Hintern treten und sagen, raus, bitteschön. Raus. Soll einen Dreckhaufen wollen wir nicht. Das ist doch verständlich. Ihr gebt den Leuten ja sogar noch Futter. Das ist ja das Kranke. Und dann wundern die sich, warum so Parteien aufstehen, um diese Leute rauszukicken. Samt der Familie raus. Siehst du? Und wegen solchen Leuten werden die Muslime halt sehr große Probleme bekommen. Aber die Muslime im Allgemeinen sind ja so im Geiste so. Versteht ihr? Und dann siehst du, dass diese weltlich gesinnten Leute Israel dann feiern, dass sie die Muslime platt machen. Versteht ihr? Daher kommt das. Versteht ihr? Wenn ihr verstehen wollt, warum es Menschen gibt, die sich freuen, dass Muslime auf einmal diesen Leid erfahren. Es ist aufgrund dieser Leute, weil sie wissen, dass das Muslime sind. Das ist das Problem, was wir haben. Und sie geben diesen Leuten Futter und sagen, siehst du, die haben doch absolute Berechtigung, euch zu eliminieren. Ihr seid ja das Allerletzte vom Letzten. Bestellte weltlich gesehen. Nicht wie wir Christen. Wir Christen. Wir weinen ja um eure Seelen. Weil ihr mit diesem Wahnsinn ja in die Hölle fährt. Aber du musst bedenken, dass wenn du so einer Religion angehörst und das aus deinem Mund raus raus gibt, es gibt Leute, die sich freuen, dass ihr eliminiert werdet. Und dann feiern die Grillparty, machen die sogar noch. Das ist das. Eine richtige Grillparty auf eure dann Familien. Und dann wundert ihr euch noch, warum sowas geschieht. Ja. Das ist das Problem, was wir haben, was ihr nicht erkennt. Deswegen darfst du diesen weltlich gesinnten Leuten ja gar nicht böse sein bei so einer Glaubensgemeinschaft. Versteht ihr, ihr Lieben? Wir haben ja nichts mit dieser Welt zu tun. Wir sind ja Christen. Wir beten ja für die Muslime. Ich hab ihn ja nicht zurückbeleidigt, seine Eltern oder seine Mutter. Weil die können ja nichts dafür, dass der so ein Typ ist. Aber seine Religion kann etwas dafür. Weil seine Religion ihn nicht verändert. Weil seine Religion tot ist. In sich. Weil wenn seine Religion leben würde, würde er sowas doch nicht sagen. Er gibt also den Menschen recht, dass seine Religion so ist. Versteht ihr? Die Leute sagen, dass der Islam eine einzige Katastrophe ist und dass die Anhänger des Islams eine Katastrophe sind. Was macht der Typ? Der kommt rein und gibt denen auch noch die Bestätigung. Und sagt, mit dieser Religion können wir nicht kompatibel sein. Wir müssen also vorgehen, also weltlich gesehen, weltlich spreche ich jetzt gerade. Nicht aus der Perspektive eines Christen, aus unserer Perspektive, sondern aus einer weltlichen Perspektive. Dass die Leute sagen, wir müssen etwas gegen den Islam machen und die Anhänger. Wir müssen sie also raustun aus unseren Reihen. Sie werden also des Landes verwiesen. Und dann wird der Islam in Deutschland verboten oder Europa oder wo auch immer. Weil diese Religion diese ganzen Köpfe der Menschen vergiftet. Versteht ihr? Mit Drohungen, Beleidigungen, etc. pp. Es ist doch selbstverständlich. Welches Land der Welt würde sowas denn mitmachen? Kein normales Land der Welt. Was ist das? Explosion, was geht? Nicht viel. Gott segne dich und deine Familie. Warum hast du die Krone auf dem Kopf? Weißt du, wem die Krone gebührt? Wem denn? Jesus Christus gebührt die Krone, weil er ist der König der Könige und Herr aller Herren. Der Herr aller Herren ist... Ja genau. ...hier da oben, das ist der einzige für Krone. Ja genau, Jesus Christus. Mein Gott. Mein Gott. Was? Gott. Ja Gott, Jesus Christus. Gott ist aber nicht Jesus Christus. Ja doch, er sagt in Offenbarung 1916, dass er der König der Könige und Herr aller Herren ist. Wer ist denn der König und Könige und Herr aller Herren? Der einzige wahre Gott, Mann. Dankeschön, Jesus Christus. So, raus mit dir. So, raus mit dir. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Wer will noch? Wie ihre sogenannten Radikalen. Ja genau. Ja. Die würden dich genauso lynchen. Hier, die ganzen muslimischen Kollegen von uns. Ja ja, ich weiß. Wenn die, die in Shisha-Bars sind und die mit dem Islam fast gar nichts zu tun haben. Wenn die könnten, Amir, die würden nicht... Das heißt, es ist derselbe Geist. Ob im IS. Ja. Oder in dem. Wenn du den Islam kritisch begutachtest, dann zieht es eher Hass auf dich und dann wollen die dich dann halt, ne? Kopf kürzer machen. Ich war geschockt. Ich war geschockt. Ja, aber so ist es. Also es gibt kaum Unterschiede zwischen sogenannten Radikalen und so Moderaten. Das alles ist nur eine Verarschung. Mehr oder weniger sind die alle gleich. Ja. Ja, es macht natürlich jemanden, der ja außerhalb Kultus guckt, sehr stutzig, ne? Warum ist das immer wieder das Phänomen bei Muslimen zu gestauen? Nicht bei Christen oder Andersgläubigen, ne? Ja, gut. Wenn du zurückschaust in die Geschichte von Europa und katholischer Kirche, da siehst du auch, dass die katholische Kirche genauso Leute kopfkürzer gemacht haben, die gegen die katholische Kirche was gesagt haben. Das ist derselbe Geist. Ja, sag ich ja. Die haben ja nichts mit Christus zu tun, ne? Ja. Katholischer Geist, deswegen. Ja. Wir können von Glück reden, dass die katholische Kirche entmachtet wurde. Sonst würden wir, Armin, weißt du, wenn wir sagen, du musst von Neuem geboren werden und Baby taufe, ist falsch. Der sagt, ich habe eine Verstoßverwarnung bekommen. Dein Life wurde wegen Belästigung und Mobbing gemeldet. Wiederholte Verstöße können dazu führen, dass dein Life eingestellt wird. So eine. Weg auf. Ich gehe raus und komme noch mal rein. Mein Life ist Altersbescheid. Ich gehe noch mal raus und komme noch mal rein, ja? Komm noch mal rein, ja. Bis gleich. John Carpenter hat auf Halloween gedreht. Ja? Ja, ja. Und was, ja Halloween, Michael Myers, ist nichts anderes. Warum wettest du, es steht immer wieder von den Toten auf. Du machst ihn kalt, der steht wieder auf von den Toten. Du machst ihn kalt, der steht wieder auf von den Toten. Ja. Wer soll das denn da stehen? Und er will ja diese Rachel, Rahel, also Symbolbild für Israel, das ist ein jüdischer Vorname für eine Frau. Ja, stimmt. Diese Frau, der ist immer hinter ihr her, um sie, ne, anzumachen. Ja. Und deswegen, Rachel tötet ja sozusagen den Michael Myers, die sind Serienkiller. Aber der Serienkiller steht immer wieder auf von den Toten. Und das ist natürlich Israel, als sie den Herrn Jesus getötet, gekreuzigt haben. Und Jesus Christus steht vor den Toten auf. Und aufgrund der Sünde Israel sucht jedes Mal Gott, Jesus Christus, immer wieder Rachel Israel, Israel, Ei. Um es. Haben wir. Haben wir. Sehr gut. Hallo, wer ist mit uns? Ja, hallo. Erstmal, Gott segne dich für deine Familie. Wann segne dich für deine Familie? Ich habe eine kleine Frage. Und zwar, du hast es in einem Leicht schon mal erwähnt irgendwie, dass der Profil Mohammed irgendwie Ablassbriefe verteilt hat, sinngemäß. Ja, Suche 64 Vers 17. Suche 64 Vers 17. Ja, genau. Hallo. Tafsir Ibn Kathir zum besseren Verständnis, damit du verstehst, was damit gemeint ist. Weil da steht, wer Allah einen Kredit gewährt, dem wird Allah auch etwas gewähren. Allah braucht Kredit. Okay, alles klar. Ein Darlehen. Du musst Allah Darlehen geben. Okay, ja, danke. Das wollte ich noch wissen. Ja, wir sind bei Targo Bank, deswegen. Allah ist nichts anderes als ein Bankier, ein jüdischer Bankier. Okay, stark. Okay, tschau. Okay, tschau. Tschau, tschau, machs gut. So, weiter im Text ist er. Ja. Ey, ich wollte halt den Leuten hier halt zugucken, mal kurz erläutern, was wirklich so versteckt in den Filmen hineingearbeitet wird und wurde. Ja, ist schon heftig, ne? Jetzt, wo du es erwähnt hast, keiner macht sich denn darüber Gedanken, dass die Namen nicht einfach so ausgewählt sind, sondern wirklich bedacht so gewählt wurden. Ja. Und beim Film Matrix heißt er ja, der Neo heißt er mit seinem echten Namen, heißt er ja Anders, Thomas. Man hört dich nicht. Anders, der setzt sich aus den Wörtern, Andros und Son. Andros, Andros ist ja der Mensch und Son ist der Sohn und der heißt Menschensohn. Heftig, heftig, heftig. Du hast ganze Matrix wichtig entschlüsselt, Jeffa. Du hast die gesamte Matrix komplett entschlüsselt. Genau, Teil 1 bis 3 kann sich jeder auf YouTube anschauen. Matrix entschlüsselt, Reza Arapo, mein Name eingeht. Und dann seht ihr, wie ich Sequenz für Sequenz euch das mit den biblischen Versen belege und dann die ganzen Sequenzen entschlüsselt, was der Film Matrix wirklich in Wahrheit bedeutet. Also der Okkulte, die okkulte Bedeutung, die versteckte Bedeutung, Botschaft dieses Filmes. Alle haben versucht Matrix diese Filme zu entschlüsseln. Keiner schafft es. Keiner. Warum? Weil sie nicht den Heiligen Geist haben. Und sie versuchen aus ihren eigenen Geistesgut diese Filme zu entschlüsseln. Das geht nicht. Du brauchst die Bibel, das Wort Gottes und den Heiligen Geist. Sonst schaffst du es nicht, die Machenschaften des Teufels zu beschauen. Du bist einfach nur Opfer. Du gehst ins Kino und denkst, du hast einen Actionfilm gesehen. Und dabei hast du die ganze Wahrheit gesehen. Nur, dass du es nicht begriffen hast. Das ist der große Unterschied zwischen einem, der erleuchtet ist, seine Augen geöffnet wurden und sie durch den Heiligen Geist und einer, der in der Finsternis tappt. Und dazu brauchst du die Brille des Heiligen Geistes. Übrigens in dem Film, sie leben. Da kommt es ja zu dieser besagten Szene, zu dieser Schlüsselszene, wo der Hauptakteur in diesen Kartons, was die Christen ja so verteilen an die Menschen, entdeckt dann Brillen da drin. Und er denkt, warum verteilen denn diese Christen so Brillen an die Menschen? Und geht hin und setzt sich eine von diesen Brillen auf. Und auf einmal sieht er eine ganz andere Realität in der Welt, was er vorher nicht gesehen hat. Er setzt die Brille wieder ab, guckt wieder mit seinen normalen Augen, mit seinen weltlichen Augen und sieht wieder die Realität, wie alle anderen Menschen das sehen, die blinden. Und setzt die Brille wieder auf und plötzlich sieht er wieder die wahre Realität, eine versteckte Realität vor seinen Augen. Und das kannst du nur mit dieser Brille sehen, die bösartig sind und den Menschen nicht gut gesonnen sind. Und das kannst du nur mit dieser Brille sehen. Und was ist die Symbolik dieser Brille, die dir die Augen öffnet, damit du die Wahrheit siehst? Das ist der Heilige Geist. Davon spricht der Herr Jesus, ja? Salbe deine Augen, damit du siehst, sagt der Herr ihn auf dem Augen 3. Unload it sehr. Das heißt also, das Wort salbe... Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich dir so zuhöre, was du alles herausgefunden hast. Das ist Gold wert, dass du das auch mit den Leuten so teilst. Ja, das ist ja, der Heilige Geist ist das ja, das bin ja nicht ich. Das macht der Heilige Geist. Alle Hebel. Und dank dem Herrn Jesus Christus. Ich bin nur ein Werkzeug, mehr nicht. Amen. In Römer 8 heißt es ja, ganz ganz wichtig, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht seins. Der gehört nicht zu Jesus Christus. Der gehört nicht zu ihm, ja. Ja, genau. Aber was ist der Geist Christus? Was ist denn der Geist? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist, genau. Der Paraklet. Der Paraklet. Das ist ein anderer Begriff. Der Geist des Herrn. Ja, genau. Parakletus. Und in Apostelgeschichte, du kennst ja diese ganz berühmte Stelle, wo Ananias und Saphira den Heiligen Geist betrügen. Apostelgeschichte 5. Genau. Und dann sagte Petrus, warum habt ihr den Geist des Herrn belogen? Belogen. Ja, ist das der Geist Christus. Sondern Gott belogen. Genau. Ja, aber der Geist des Herrn. Das heißt, der Heilige Geist, der wird auch als Geist des Jesus Christus betitelt. Ja. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, ja, ich werde euch den Beistand senden und der wird ewig bei euch bleiben. Und der wird in euch sein. Aber der Mohamed ist ja... Ja, Sekunde. Aber Mohamed war ja gar nicht da zu dem Zeitpunkt. Ja. Also der Herr Jesus sagt, wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann wird der bei euch sein. Von jetzt an, wenn der kommt. Und dann bis in aller Ewigkeit wird der in euch sein. Und damals gab es ja keinen Mohamed. Das ist ja 600 Jahre vor Mohamed. Und der Herr sagte, der wird ja bei euch sein bis in aller Ewigkeit. Jetzt schon zu Petrus Zeit. So sieht es aus. Das ist also der Heilige Geist und nicht Mohamed. Ja, aber die sagen, dass da der Parakletos mit Perikletos übersetzt. Also eigentlich das Wort Perikletos. Und das müsste dann der Mohamed dann sein. Weil er dann der Perikletos ist. Ja, aber der Herr sagt, der wird bei euch sein. Und wo war der Mohamed bei Petrus und Johannes damals? Ja. Wo war der denn? Wo war der denn? Da war der noch nicht da. Und schon gar nicht in ihnen. Das ist gar nur ein Geist von dir besitzt. Ja gut, dann hat aber auch der Jesus ihn gesendet. Dann ist er ja Gott von Mohamed, Jesus Christus. Ja. Das können wir hinnehmen. Halleluja. Halleluja. Kennste ne, wenn er es aufbaut. Ich bin mal kurz. Ja, ja, das ist heftig. Ich bin mal kurz im Hintergrund. Übernehme mal wieder. Okay. Okay, ja. Gott segne dich und deine Familie. Hallo. Hallo. Bisasam. Pokémon. Bisasam. 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 Stamm, stamm. Bisasam. Bisasam öffne dich. Bisasam du bist dran. Bisasam ja. Hallo. 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 Bisasam ja. Bitte du reden. Oh, jetzt ist es weggegangen. Oh. Ja, aber die Erkenntnis, die mein Bruder hat und mit den ganzen, also mit uns allen teilt, gegenüber auch den Filmen, wie der Satan so Jesus Christus verpackt und das dieser ungläubigen Welt sozusagen mitgibt. Und die feiern alle, ohne zu verstehen, dass eigentlich die Jesus Christus feiern. Das ist so heftig, ne? Jedes Mal aufs Neueste bin ich immer wieder erstaunt darüber, ne? Immer wieder. Wie, wie listig aber auch der Satan ist und das Ganze so verpackt, dass du ohne den Heiligen, ohne die Berücksichtigung der Bibel und alles Mögliche gar nicht verstehst, was der Satan da macht in seinen Filmen, in Hollywood. In diesen Hollywood-Filmen. Einfach nur krass. Bisasam ja. Eine Bisasamsa. Langsam bekommt der Doktor Shakey Shakey langsam ein bisschen Hunger hier, ne? Soll ich dagegen tun? Ich glaube, ich muss was zu mir nehmen. Ein bisschen muss ich schon was essen, oder? Oder soll ich noch weiter aushalten? Darf ich Marvel? Darf ich Marvel gucken? Natürlich. Es geht nicht darum, was wir nicht gucken dürfen und was wir gucken dürfen. Es geht darum, wie der Satan einfach Jesus Christus verschlüsselt, sodass die Leute das nicht checken, dass da Jesus Christus drin versteckt ist. Das ist bei euch auch so am Regnen, oder was? Auf einmal wieder angefangen, richtig? Ja, Platzregen. Nö, sonnig. Ah, schön. Nur bewölkt. Ich habe eine Frage über Orion, bis hier. Du hast aber keine Follower. Ah, ich liebe dich, ich liebe dich auch. Gott segne dich und deine Farbe. Ich liebe euch alle. Es regnet Camilorien, genauso wie ich das sehe. Berlin, 25 Grad. Boah, die ist gut, ey. Viele Herzen für euch, ihr Lieben. Von Herzen soll der Herr Jesus Christus euch alle segnen, wüten und beschützen, ihr Lieben. Stimmt das, dass er entführt wurde, weil er an Jesus glaubt? Ich glaube nicht, dass er entführt wurde, weil er an Jesus glaubt, sondern das, was er von sich gegeben hat, dass er sagt, dass die Elite weiß schon was mit Kindern macht. Das hat schlussendlich dazu geführt. Ja, bei uns war es auch fast 30 Grad. Das war sehr, sehr schön. Ich bin gestern noch Fahrrad gefahren, schön. Ein bisschen Cardio gemacht. Mit der er das öffentlich bestätigt hat. Ja, er hat ja auch von Jesus Christus geredet, ja. Aber bei so Stars muss man halt immer aufpassen, wenn sie da anfangen von Jesus, Jesus zu erzählen. So wie Kanye West, der den Herrn einfach nur verspottet hat, ne. Dass er sich selbst wie Jesus Christus macht. Aua, aua. Der arrogante Pate, der muss auch mal hinkommen. Und wenn ich sage, jetzt arrogante, dann muss er das machen. Flutschi, flutschi, aua, aua. Der ist auch so heftig, ey. Coach Frankfurt, ja. Der macht sich auch die übelsten Probleme mit jedem, ne. Coach Frankfurt. Ja, möge der Jesus Christus auch ihm die Augen öffnen, ne. Das ist heftig. Was der aus Mano Hälsel gemacht hat, na, unglaublich. Ja, wie gestern bei mir. Lou Bega war im Stream, aber dann von Charismatik sprach. Siehst du? Aha. Bei wem war der im Stream? Bei dir oder war es dieser Lou Bega? Ist das nicht der, der dieses Lied gesungen hat? Namunama-anamannamannamdama.... Is das der? Ja, ne. Rambo number five, genau, Rambo. Genau, Rambo- Lakpoke jal intellectual. Rambo number five. Rambo number five. Als der Lou Beger anscheinend, der sich bekehrt hat, hat er nicht gesagt, Leute, hört meine Lieder nicht mehr, sie sind weltlich, sie führen zu Sünde. Weil worum geht es denn in seinem Lied? A little bit Monica here by my, a little bit Erica by my side. Was propagierte, was propagierte denn durch diesen... Polygamie und Kacke, ne? Ja, natürlich. Sexuelle Ausschweifung mit vielen Frauen. Ja. Hat er denn darüber was verloren? Leute, bricht bitte mit meiner alten Vergangenheit. Ich hatte mit dieser Musikindustrie meine Seele den Satan verkauft, damit ich solche Lieder mache, damit die Leute in Sünde fallen. Hat er das gesagt? Natürlich nicht. Nein, einfach so weiter. Ja, ich bin Jesus. Jetzt musst du die Hände auflegen und schabalabalabalabalabalabalabalabalab. Ja, so was sagt er. Ja, der ist ein Charismatiker und verführt jetzt diese ganzen sogenannten Christen, also Christdarsteller, in die Charismatik. das ist die tolle Bekehrung von ihm mir kommt das so vor, als wären wir nur noch eine kleine Herde wo wir hier drinnen sind miteinander die dem Herrn Jesus Christus noch so gut ist gegen uns treu folgen das ist das endgültige, traurige Fazit von dem Ganzen zurück nochmal zu dieser Filmgeschichte ja, ist ok, ist ok, jetzt ist jemand hochgekommen ja, ich bin's, Violetta, der war bei mir gestern aus dem Nix war der auf einmal da bei dir war der drinnen ja, der war bei mir oben, weil der war schon einmal oder zweimal ich weiß nicht, er meinte, ich habe öfters dir zugehört hat dem Chat geschrieben und du redest oft Gutes und da habe ich gesagt, der Geist Gottes hat mich schon eingeben weil ich genau das gesagt habe, ich habe gesagt, hoffentlich bist du jemand der wahrhaftig wieder geboren ist und nicht die Laodicea-Gemeinden noch mehr verwirrt und verführt und was ist? nee, dann schrieb er im Chat, nee, ich bin Philadelphia hab ich gesagt, ah ja, dann komm mal hoch, dann erklär mal bitte was Philadelphia, ne, will ich mal sehen und dann schrieb er noch im Chat dass er und seine Frau irgendwie den Heiligen Geist den anderen Menschen auch übermittelt hätte durch Hände auf, irgendwie sowas, durch Gebet oder Hände, irgendwie sowas und dann hab ich gesagt, wie geht das denn? dann hab ich gesagt, komm mal bitte hoch dann kam er hoch und dann fing er an es gäbe heute noch Apostel, es gäbe noch Propheten Ende auflegen, ist absolut in Ordnung Zungenrede wäre auch in Ordnung hab ich gesagt, absolut stopp jetzt hab ich gesagt, hör auf damit man meinte, ich liebe dich trotzdem, Schwester auch wenn du dagegen sprichst du hast einen religiösen Geist schau mal, wie der Teufel das macht weil gerade wir, ja, sehr angefochten sind gerade hier auf TikTok, abgesehen von auch in der reellen Welt und hier auf TikTok auch und was kommt? er will mir einen religiösen Geist an dich, den anderen, die eh schon lauwarm sind zu sagen, oh sogar ein Lubega sagt das guck, Violetta ist falsch sogar Lubega das ist der Trick einfach dabei das ist der Trick dabei da hab ich gesagt, auch Michael Jackson Lubega oder Wooden Newsom von mir steht wenn du ungeblich leerst, verschwinde ich blockiere dich raus du hast hier keinen Müll auf mir raus mit dir egal wer du bist mit einem ein One-Hit-One-da was denkst du, weil du bist? sag ich, was soll das? ich hab keinen religiösen Geist sondern du bist hier um zu verführen und zu verwirren mit deinem Namen dass du anderen noch mitreißt hab ich gesagt viel Spaß wenn du bei mir bist ich bin raus hab ich ihn blockiert ciao das war der Trick dabei diese lauwarm ist noch mehr zu verwirren ja geht gar nicht und der Satan holt sich halt solche charismatischen Menschen die eben Massen bewegen können ins Boot damit sie eben für den Arbeiten und Massen verführen wie du schon sagst wenn ein Lubega schon sagt Violetta, du bist komisch wer ist denn heftiger? Lubega, der 100.000 Alben verkauft hat oder eine Schwester Violetta da im Internet die vom Heiligen also vom Wiedergebot erzählt die Menschen gucken natürlich manchmal auf das Äußere der Mensch ist oberflächlich und das weiß der Satan und deswegen holt er so oberflächlich schmeichelnde Menschen in sein Team um diese oberflächlich sogenannten Christen darstellen das ist das Traum gemacht und wenn du nicht höhrlich aufpasst wenn du nicht genau zuhörst wenn ein Christ hochkommt oder wenn ein Christ lehrt wenn du nicht auf die Lehre achtest was es von sich gibt da bist du verloren da kann er sich mit verschiedenen Lehren in dein Herz schleichen und dich verwirren und so dass du von vorne und hinten nicht mehr weißt was die wahre Lehre ist was ist der Weg ja und da bist du verloren das ist das Fazit ja und deswegen holte Satan solche Promis ins Boot auch Ryan Gassier genau dasselbe ja da sagen die zu dem immer Ryan hast du keine Angst dass sie dir was antun wenn du solche Sachen erzählst diese Geheimnisse über die Elite was du gesehen hast da sagt er wer will mir denn schon was antun ich bin Gott I am a God ja das ist der tolle Christ Ryan Gassier der jetzt auch die Christen verführt dass sie den schon wieder aus der Hand fressen das hat ja auch gesagt der sah I am God ja natürlich ja klar der hat gesagt wer will mich schon was antun ich bin Gott ja und leider hören dann die Leute nicht genau hin und lassen sich verführen er wusste ja nur einmal Jesus Jesus sagen schon schon fallen die alle drauf rein ne ja weil sie nicht genau wachsam zuhören was diese Leute von sich geben ja stimmt deswegen sagt der Herr Jesus seid wachsam seid wachsam wachet wachet 1. Petrus 5 Vers 8 seid wachsam und nüchtern der Satan läuft umher wie ein brüllender Löwe um euch zu verschlingen genau darauf wieder die Aufforderung wachsam zu sein Achtung aber man kann schreien wie man will die Massen voll nicht hören ja aber dass er sich auch hier hinten in Tichtung rumtreibt der will auch fischen der Lube hier was heißt ne und da hat sie mal direkt die Tür zu geschlossen hab gesagt hör auf hier das stimmt nicht das ist nicht biblisch hab gesagt rede damit mit den Brüdern bitte dann spielte die Leere und ich darf nicht spielen ich respektiere und liebe meine Herren aber ich sage dir das was du sagst ist gefährlich es ist falsch hör auf damit und nenn mich auch nicht Schwester weil wenn du so leer hast dann bin ich nicht dein Schwester das ist absolut unbiblich was du da verbreitest das ist sehr 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 schlimm hör auf damit ach jetzt macht der auch noch Jala Malagala und sowas ne ja ja ich hab auch gesagt Rattatatatam unsere Sprache die kann nicht nein du hast einen religiöden Geist als er das gesagt hat war bei mir vorbei hat er gesagt alles klar ich weiß nur warum es hier geht du bist hier hab ich mir gedacht in meinem Kopf du bist hier und die die sowieso schon eine Meinung gegen das Biblische haben in ihrer Religiosität diese Augen mehr auf uns zu hetzen weil ein Lübega das hat weißt du aber merkst du an mir was der hat sich an die Schwester Violette herangemacht du bist du jeden Tag live zehn Stunden ich bin doch auch jeden zweiten Tag er hat doch eine Frau er hat doch eine Frau er hat doch eine Frau hat er doch gesagt ja aber ich meine warum macht er sich eigentlich nein warum geht er zu der Schwester hin er hat es versucht er hat es versucht bei einer Frau woran erinnert uns das an ihr ja die Schlange die sofort zu Eva geht Eva gegangen ist und nicht zu Adam genau weil er wusste Adam kann ich nicht verführen Eva das schwächere Gefäß was auf ihre Emotionen sich verlässt die kann ich zuerst fischen und das hat geklappt was ist das Problem ich habe in der Küre sowas von zugeknallt ja gut klar also das war echt ich habe nur vor und gesagt stopp hör auf damit bei mir nicht habe ich gesagt egal wer du bist nur Vega Michael Jackson wenn er vor mir steht und sagt ratatata schackadam bist du wundervoll hüblich wenn ich das verschwinde aber gar nicht wachsamm und was haben die dann die Christen gesagt in deinem Chat nachzurichten ja die meisten waren auch die waren ja schockiert haben die halt so Smilies gemacht wie so Schock Smilies so krass was sagt der da also die meisten haben eher so wie wir reagiert Gott sei Dank ja gut dann sind die halt wachsamer jetzt ja deswegen achso hier warte mal der ein Bruder hat mir gerade geschrieben der sagte das soll ein Trickbetrüger sein Lubega und so ein Typ namens Jacques die zocken hier angeblich irgendwelche Leute ab Wahnsinn Leute also das war gar nicht Lubega oder was ich weiß es nicht war das Lubega oder ich habe keine Ahnung das hörst du doch an der Stimme Violetta Violetta Schwester ja bitte war das der echte Lubega mit seiner Stimme ja doch das war das war der echte das war der rechte hat er sich denn gezeigt nein nein aber das hat man auch an der Stimme erkannt ich habe ja auch sein sein sogenanntes Zeug das schon vor ein zwei Jahren oder so mal gesehen aber das war das war das war Lubega ja ja aber sicher bist du doch doch eigentlich bin ich mir sehr sicher dass er das auch selber war doch ich denke schon ja aber wenn du nicht Beweise dafür hast oder was dann ist das natürlich gerade ja ich guck mal ja ich guck mal in meinen Livestream ich mach mal eine ja ich kann das ja in meinen Live zurückgehen und mach ich eine Bildschirmaufnahme dann schick ich das zum Beispiel Bruder Danny oder so dann kann er sich das angucken ja gut aber wir wissen ja Lubega ist ein Charismatiker ich hab das ja mitbekommen schon wie die Schwester sagt vor zwei Jahren sein Zeug ist dass er dass er Charismatiker ist ach so ja das weiß ich auch also da war mir auch was im Sinne dass er so diese Charismatiker bewegung da ja das war ja auch charismatisch was er gesagt hat allein schon dass es heute noch Apostel geben würde und so hab ich gedacht sag mal geht's noch wie kann man sowas sagen tja aber wir sind in der Endzeit und die Leute sollten echt aufpassen ja weil ich höre ich sehe das so oft dass die Leute sagen wow hast du gesehen Justin Bieber er redet über den Herrn ach wie schön dann denke ich mir ja okay und weiter sage ich auch die Dämonen bezeugen dass der Herr der Herr ist wie lautet der Vers nochmal als der Herr sagte am Ende der Zeit werden sich viele von mir abkehren und irreführenden Geister zuwenden weil sie nicht mehr die gesunde Lehre ertragen können und sich zu Haupe Lehre aufstellen also das ist der erste Timotheus Kapitel 4 Vers 1 genau da sagt er in späteren Zeiten werden etliche vom Glauben abfallen und ihre also eheleren lehrenden Dämonen glauben das sind so ein paar Warnungen die schon prophetisch jetzt auch eingetroffen sind Leute wenn die Muslime sagen dass der Islam siegen wird dann sagst du Dankeschön dann bin ich auf dem richtigen Weg wenn deine Religion siegen wird dann heißt es dass mein Herr und Gott recht hatte und ich auf dem richtigen Weg ganz einfach die Muslime werden hier in Europa demnächst auch siegen mit einem Chip in ihrer rechten Hand und dann die Muslime denken wirklich dass sie das Land so islamisieren werden ja die werden das mit einem Chip in der Hand mit 666 da drauf islamisieren das Land vor allen Dingen Bruder Amir vor allen Dingen wenn die sagen der Islam wird siegen dann denke ich mir immer okay die Welt die wird Gott sowieso richten ja früher oder später nur der Herr kennt den Tag wir wissen nicht wann aber diese Welt wird doch von Gott so oder so gerichtet werden auch in ihrer Schrift steht es ja geschrieben dass der Herr Jesus zurückkommt und so weiter also warum die verstehen nicht was sie damit eigentlich sagen der Islam wird siegen aber inwiefern auf dieser irdischen Welt oder was weil es wird ja gerichtet werden also was genau bezäunigt ja wir sollen gerichtet werden also wir sollen dann in die Ewigkeit geschickt werden ja ja aber diese Welt wird gerichtet werden also sie können ja auf der Welt gerne siegen aber was ist in der Ewigkeit gehen sie aber verloren die verstehen das aber nicht ja sie sind ehrlich sind ehrlich gesehen genau genau richtig die denken nur irdisch auch wenn der Islam siegen wird du wirst aber nicht sagen wir mal die Erde würde noch 500 Jahre existieren keine Ahnung nur Gott kennt den Tag wann ein neuer Himmel eine neue Erde kommt und so weiter das heißt nur der Herr aber dieser Mensch der ja dann sagt Islam wird siegen er wird ja auch nicht 500 Jahre alt also was hast du von diesem Sieg irdisch gesehen wenn du sowieso sterben wirst also er meinte nicht er meinte nicht Islam wird siegen er meinte Islam wird fliegen fliegen ach zu fliegen ach so ja nicht siegen aber die sagen ja auch immer Islam wird siegen das sagen die ja auch immer andauernd Islam wird siegen aber wie Mohammed gesagt hat wenn eine Fliege in dein Glas fällt dann hol sie nicht heraus sondern funkt sie ein weil auf dem einen Flügel Krankheit ist und auf dem anderen das Heilmittel also nicht raus holen sondern trinken groß Mahlzeit senk jetzt endlich deine Fliege groß groß Mahlzeit oh Mann ey ja das ist aber glaube solche Sachen kennen wir aus anderen völkischen Gesagen und so du musst da nehm ein bisschen Spinnenbein und schmeißt das rein das ist diese Volksglaube aberglaube das ist in alle Länder kaffeesatz ja kaffeesatz Weisheit Katastrophe Katastrophe und das auch Bruder das kaffeesatz Weisheit jetzt mal Hand in Hand aufs Herz Schwester und Amir wie oft seid ihr in eurem Leben mit dem linken Fuß oder mit dem rechten Fuß auf Toilette gegangen habt ihr da Satane gesehen wie euch angegriffen haben deswegen Hand auf Herz ich habe viele Angriffe von vielen vielen Fliegen bekommen alle acht Milliarden Menschen sind 800 Milliarden Trillionen Mal mit linkem und rechten Fuß in Toilette gegangen und ist denn was passiert nein die haben noch nicht mal Durchfall bekommen ich schreibe mich dass da ein Dämon auf dich gekommen ist mit linkem Fuß in Toilette und rechten Fuß wieder raus damit du Hassanat bekommst das heißt kein aberglaube weil die Geister sich in Toiletten aufhalten die Dämonen und mit deinen Därme spielen jetzt den Hitze das Team haben der nimmt Haare von deinen Anus und die Leute sind am Lachen und lachen alle Mohammed aus und die sagen das steht in Hadith die Leute denken das ist so ein Witz von dem Prediger aber der meint das ja ernst ja die meinen das voll ernst aber genau das auch Brüder mit diesem Kaffeesatz lesen und so dass das voll dämonisch ist das ist so ein Aberglaube das ist so wahnsinnig du gehst mit linkem Fuß rein sprich dieses Zauberspruch und der Satan kann dich nicht sehen er ist dann so blind da drin ohje 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 die Leute glauben alles aber es darf nicht in der Bibel stehen das glauben sie nicht das glauben sie nicht obwohl alles nachweislich ist egal ob archäologisch historisch geschichtlich es ist alles nachweisbar genau wie dieses Buch Daniel das war für mich ein persönliches Zeugnis Bruder Reza wo ich am Anfang meines Glaubens eine Predigt gehört habe über diesen Traum mit dem Nebuchadnezzar im Buch Daniel als dieser Traum bekam von den nachkommenden Weltreichen das hat mich wirklich so vom Stuhl gehauen wie krass das einfach gesagt worden ist und alles hat sich so ereignet boah das hat mich so gestärkt in meinem Glauben am Anfang war das das waren gerade mal drei vier Monate oder so da habe ich diese Predigt gehört ich kann nur sagen jeder der noch nicht wirklich gefunden hat ja er muss sich weil es gibt Menschen die wollen auf logische Basis suchen Menschen brauchen wissenschaftliche Basis Menschen brauchen es auf der liebevollen Art und jeder Mensch ist anders und es gibt für jeden Menschen egal wie du tickst eine Tür die du öffnen kannst die eine Tür für dich persönlich dass du zur Wahrheit kommst weil Gott hat überall seine Fußabdrücke seine Spuren hinterlassen dass der Mensch ihn finden kann egal ob wissenschaftlich biologisch historisch geschichtlich egal was ihr könnt Gott finden auf irgendeine Art und Weise 100% auf jeden Fall das ist heftig absolut das Buch Daniel ist ja ein Meilenstein das ist so gigantisch wie du schon sagst es gibt vier Weltreichen und das Grandiose ist ja dass Daniel Sieben sagt nach dem römischen Reich und wir wissen das römische Reich wird ja nach Offenbarung in drei Teilen aufgeteilt also sozusagen es geht es war ist nicht mehr und wird wieder auferstehen aus dem Abgrund und das ist ja das heilige römische Reich ist da für eine kurze Zeit untergegangen das ist damit auch Europa genannt Europa gemeint mit Rom als Hauptstadt und das heilige römische Reich wird wieder auferstehen und das ist das was in Offenbarung Kapitel 17 gemeint ist es war nicht also es war ist nicht mehr ist untergegangen das römische Reich und wird wieder auferstehen aus dem Abgrund also aus den Weltkriegen die entstanden sind kommt das römische Reich wird wieder installiert und dann heißt es in Daniel Sieben und dann sah ich einen Menschen Sohn wie Gott wie ein Gott vom Himmel herabkomme auf einer Wolke das heißt also nach diesem römischen Reich wird der Jesus zurückkommen und das ist sehr sehr bald das ist wow wir sehen schon die Installierung die Installierung des wiederauferstehen römischen Reiches wird schon bald mit einem Diktator an der Spitze was auch wichtig ist zu erwähnen Bruder Reza ist diese Allversöhnungslehre dass sie auch im Buch Daniel steht dass sie eine Agenda fahren zehn Könige aller Welt tun sich zusammen und fahren in eine Richtung und das ist auch diese Religiosität die sich vereint ja Christlarm kann man es vielleicht nennen keine Ahnung das ist vielleicht auch wichtig dass du das so ein bisschen detaillierter nochmal mitgibst ja genau diese Könige und so weiter wird ja wieder Machtblöcke entstehen ja wir haben hier zum Beispiel was weiß ich G7, G8 und wie die sich alle nennen Gipfeltreffen ja von den mächtigsten Industrienationen und so weiter und das wird nochmal alles nochmal sozusagen neu die Würfel werden neu geworfen und entstehen wieder weitere Machtblöcke und diese wiederum werden sich zusammentun und dann im Endeffekt in den letzten Weltkrieg auch Israel angreifen mit den Muslimen zusammen aber Europa wird auf jeden Fall eine faschistische Diktatur werden mit einem Diktator an der Spitze und dann kommt es wieder zu Götzendienst Daniel 11 sagt ja dass dieser Diktator den Gott der Festungen anbeten wird der Antichrist auch genau genau und jetzt vielleicht einfach mal erklären Bruder dass du das erklärst mit dieser Altversöhnungslehre dass das sehr sehr gefährlich ist weil es steht da geschrieben es werden Spaltungen unter euch kommen müssen damit man sieht wer sich ja wahrhaftig in Christus bewährt und nicht um Christus herum sondern in Christus weil viele kommen immer ihr spaltet ihr dürft nicht spalten die verstehen nicht dieses einen Vers und diesen anderen Vers was es überhaupt bedeutet also Apostel Paulus sagt eben dass Spaltungen kommen werden und sie müssen kommen damit die damit die Bewährten unter euch offenbar werden und das haben wir jetzt in der Endzeit noch deutlich das hier zuvor natürlich sollten wir nicht gespalten sein Sekunde ja warte mir kurz Amir bist du da Bruder? Amir ist auch nicht da okay ja aber es ist halt wichtig einfach mal dass man das ausspricht dass Spaltungen geschrieben steht dass sie kommen werden müssen um eben zu sehen wer sich wahrhaftig in Christus bewährt weil ich höre das oft hört auf zu spalten wir müssen alle zusammenhalten aber überleg doch mal wie kann ich denn mit jemandem zusammenhalten der nicht den Geist Gottes in sich trägt und dass ich das prüfen kann anhand seiner Worte anhand seiner Lehre anhand seiner seines Standpunktes wie er gewisse Verse versteht und auslegt und beschreibt wie kann ich mich mit einem Eins machen der absolut unbiblich lehrt dass dem Wort Gottes komplett widerstrebt wie kann ich mich mit dem Eins machen das geht gar nicht das funktioniert einfach nicht ja und das ist halt wichtig einfach zu wissen dass man das nicht vermischen sollte dass wir mit Menschen in Liebe umgehen sollen dass wir Menschen das Wort verkündigen sollen dass wir uns nicht überheben sollen dass wir nicht hochmütig und stolz oder irgendwie lieblos sein sollen mit Menschen hat damit nichts zu tun wenn ich mich einem Menschen von diesen absondere die unbiblisch lehren und unbiblische Dinge verbreiten die dem Wort Gottes eben wie gesagt widerstreben das hat nichts mit Lieblosigkeit oder oder dass ich irgendwie schlechter behandle sondern ich mache dem Feind einfach damit die Türe zu darum geht es und nicht dass ich den Menschen abweise sondern das was er bringt das will ich mich nicht mit Eins machen egal ob die ganze Welt irgendwie denkt das ist was man über Vor vorstellen wenn ihr Eins werdet mit dieser ganzen Welt und sowas ja eben eben ganz genau und da erkennt man doch eigentlich dass man auf dem schmalen Weg ist wenn du überall Anfeindungen bekommst weil wenn ich doch dem der alles erlitten hat der alles auf sich genommen hat von der Welt gehasst ohne dass er auch nur eine Ameise irgendwas getan hat niemandem nichts Gott der im Fleisch kam wurde gehasst ohne Grund was denkt ihr denn was mit uns ist die wir auf diesem schmalen Weg sind und uns von allem absondern was unbiblich ist klar machen wir Fehler ich bin nicht sündenfrei ich falle auch ich treffe falsche Entscheidungen oder irgendwie so ja das machen wir alle darum geht es nicht aber im Fundament zu stehen heißt wer ist das Fundament das ist doch der der alles getan hat der alles vollbracht hat mein Herr und mein Gott und nicht irgendein Mensch dass ich von links und rechts applaudiert werde aber davon vom Weg des Herrn bin das ist doch nicht der Sinn der Sache weil diese Menschen können uns nicht helfen egal wie viele es sind auch wenn es fünf nur so eine Geschichte ist es nicht mehr ich habe mal Spannendes für euch heute Abend ich könnte Rätsel ist leider weg Rätsel ist leider weg aber ich habe gesehen Denny ist hier heute Abend könnte ich einen Freimaurer besuchen und mal ein paar Sachen herzeigen wenn ihr möchtet wenn ihr dabei seid was Freimaurer was ist das Ding? Danny was sagst du dazu wenn du live gehst später und ich besuche einen Freimaurer und ich darf seine Gegenstände herzeigen Ach Gottes Segen wäre doch was Gottes Segen ja das ist was für Danny das ist so sein Thema und Resa natürlich auch also wenn Danny später live geht dann ist er live dabei ich habe keinen Empfang der Empfang war gerade weg oder habe ich schlechten Empfang 19.0 ungefähr habe ich schlechten Empfang oder nee das war beim Danny Danny hatte schlechten Empfang Abi Resa ist da Abi Resa Abi Resa Resa hat Abi Abi Resa Hallo hast du gesagt einer aus meinem sag ich mal ist Freimaurer ja ich habe gehört du wolltest einen Freimaurer besuchen ja ich fahre hin mit dem Fordbike auf den Berg hier ich fahre das ist da hinten bist du leid um 19.0 da zeige ich euch paar Reliquien von dem aber woher kennst du den Freimaurer woher kennst du den ich weiß nicht ob du dich noch erinnerst wir haben ja von einem halben Jahr geredet damals in deinem Live habe ich mich ja vorgestellt und dir das erzählt und dir das erzählt weißt du das noch ungefähr ja 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 da ist leider irgendwo sag ich mal sehr tief in meiner Blutlinie ich will den Beziehungsgrad jetzt nicht erzählen aber sehr sehr nahe sage ich mal kann ich aber nichts dafür dafür kann es ja auch nichts solange du dem ich folgst und wahrhaftig wiedergeboren bist und ihm das Evangelium verkündigst in der absoluten Klarheit dann kann es ja auch nichts dafür wenn er sich diesen Weg begibt ich habe ihm gesagt wenn du weißt was die Pläne der Eliten als nächstes vorhaben verkauft deine ganzen Firmen hier der ist ja sehr groß und wir kaufen irgendwo eine Insel oder wandern aus und tatsächlich ist er schon ausgewandert und das heißt er weiß dass mehr kommt ja also irgendwas kommt dass der jetzt da ausgewandert ist und dann fahre ich später zu seinem Grundstück und wir sehen uns mal ein paar Gegenstände an 19 Uhr ungefähr ich würde gerne ein Bibelferst vorlesen bist du da live das wäre cool ja ich wollte ein Bibelferst vorlesen aber du kannst du kannst ja noch was wolltest du da noch sagen nein nein kannst du das noch machen ich habe nur gefragt ob du später am Abend live bist kannst du kannst du schon ich weiß es nicht ähm ich weiß nicht wie ich das schaffe Ari Reza bist du da Ari Reza ja ich bin der Ares Ares erst mal finde ich das nicht gut dass du meinen Namen verschlüsselst Reza als Ares und dich selbst dann so nennst das als erstes und zweitens wer ist denn Ares die Gottheit ist das so eine Gottheit erklär uns mal auf erklär uns mal auf ich höre hast du gehört was sie sagte wer ist denn Ares die Gottheit klär uns mal auf das ist ein Hintergrund das ist bei Reza ich wollte nur Tschüss sagen danke dass ich hoch durfte klar mir Gottes Segen und ich habe noch einen gesegneten Stream danke tschau 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 bei mir ist es mir echt ich habe die Frage schon verstanden aber es hat eine andere Bedeutung nicht wie der Kriegsgott Ares glaubst du nicht dass der Jesus Christus Gott ist nein nein ich sagte nicht der Kriegsgott Ares nicht deswegen ist mein Name es hat eine andere Bedeutung an was glaubst du denn? glaubst du dass der Herr Jesus Christus Gott ist Ares? natürlich Ares also ich habe mich wieder geboren bin ich seit 10 Jahren also das war meine Reise my journey my journey mein Zeugnis ist auch der Gestorne aber ja ja schön Ami wollte ein Bibelferst vorlesen? ja gerne doch Bibelferse immer her damit Philippa 1 Vers 27 ich lese aus der Schlachter 2000 nur spürt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus damit ich ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin von euch höre dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern was für sie ein Anzeichen des Verderbens zu euch aber der Errettung ist und zwar von Gott denn euch wurde was Christus betrifft die Gnade verliehen nicht nur an ihn zu glauben sondern auch um seine Willen zu leiden so dass ihr denselben Kampf habt den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört ich lese da noch einen weißt du wenn ich zu Christus gekommen bin durch das Aufdecken durch die Aufklärarbeiten aber die ich selbst betrieben habe vor 10 Jahren also ich bin in meinem Land Österreich da sage ich mal die stärkste Quelle gewesen vor 10 Jahren aber mittlerweile dann noch verspottet damals damals war ja nicht so realistisch aber mittlerweile ist jeder aufgeklärt das freut mich ja und durch diese ganzen Satanist und alles habe ich erkannt dass auch ein Gott geben muss und dann habe ich mich hier schrau gemacht also ich sage es mal so die Bibel ist jetzt der Schlüssel oder das letzte Puzzle auf den Verschwörungstheorien ohne den bleibt ein Loch im Puzzle und in deinem Herzen weil du dann eigentlich nur noch mit Verschwörungstheorien verrückt wirst du hast keine Hoffnung mehr aber die Bibel berichtet ja auch viel über diese ja sehr gut also den Weg wie mein Bruder war das bei ihm auch so ja genau der hat erkannt dass die Welt in Satans Hände ist und er hatte sich die Bibel betrachtet den Vers aus dem Matthäus Evangelium als der Satan den Herrn auf ein frohes Sinne mitgenommen hat und ihm die Reiche der Welt gezeigt hat und gesagt hat wenn du niederfällst und mich anbetest dann will ich dir dies alles geben also du merkst dass der Satan Power hat über diese Welt und er hinterlacht den Menschen Dinge zu geben erdisch gesehen zu Ruhm Reichtum Erfolg und alles wenn du niederfällst und ihn anbetest und er hat mein Bruder diese Schablone oder beziehungsweise den Satz genommen und er hat es auf diese Welt angewendet und hat erkannt dass der Satan wahrhaftig existiert und dass seine Schergen hier auf der Erde ihr Unwesen treiben beziehungsweise diese Stars und Filmregisseure alles alles was Rang und Namen hat du siehst ja alle dass die diesem diesem Wesen das mit dem einen Auge alle dienen und die machen alle dasselbe verdammte Symbol Entschuldigung dass ich das so sagen muss alle halten sich die Augen zu die Rang und Namen haben nochmal die 666 auf dem Auge diese Leute machen es nicht umsonst oder aus Zufahrt oder aus irgendwelchen Promoaktionen oder so nein das sind ultrareiche Menschen und Erfolg ist kein Zufall das ist das und die Stars gibt es ja auch zu I sold my soul to the devil die sagen es doch den Leuten Amir Amir wenn du jetzt zum Beispiel die Stars aus Afrika nimmst was haben die also jetzt die Schauspieler mit Amerika zu tun oder wenn du jetzt zum Beispiel die Stars aus Pakistan oder oder aus Indien nimmst wie du schon wie du schon sagst die machen wirklich alle das gleiche ehrlich so sieht das aus darf ich noch ein Bibelfest vorlesen natürlich als würde ich sagen der erste Timotheus 6 Vers 3 wenn also hier gibt es Warnungen vor Erlehrern also wenn jemand fremde Lehre verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre die der Gottesfurcht entspricht so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts sondern krank an Streitfragen und Wortgefächte woraus Neid Zwietracht Lästerung böse Verdrehungen entstehen unnützliche Streitgespräche von Menschen die eine verdorbene Gesinnung haben Gesinnung genau haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung von solchen halte dich fern damals in dieser Verschwörungsreise damals haben mich ja auch meine eigenen Eltern verspottet meinen der Erwachsenen dann haben sie es irgendwo gesehen nur weil sie den Pastor oder so bestätigt hat und jetzt würde ich mittlerweile kaum noch einen Pastor zuhören der nicht auch über diese Freimaurer und Illuminaten Bescheid weiß weil die kombinieren das dann zu viel mit dem Weltlichen also mit dem Punkt zum Beispiel dieser Mare Immanuel der ist da voll nicht nur Bibelkenntnisse sondern auch Bibel Freimaurer und so Gott segne dich und deine Familie was kann ich für dich tun ich wollte vorhin was sagen aber jetzt bin ich auf Besuch und geht gerade nicht was wolltest du ich wollte euch vorhin was fragen aber jetzt bin ich da auf Besuch und ich kann jetzt nicht so viel reden aber ich bin für euch Gottes Segen okay alles klar Gott segne dich Ciao Ja Rehsabas Marimmanuel Sag jetzt bitte nicht schlecht oder wie der heißt er trägt erst mal was auf seinem Kopf während der Predigt und damit schändet er sein Haupt nach 1. Korinther Kapitel 11 zumal hatte er einen orthodoxen Bezug zumal und dann noch dazu verherrlichte den Donald Trump also er hat eine weltliche Gesinnung der küsst auch die Kreuze der küsst auch Kreuze das kreft das wundert mich dass er hier Gefallen an Trump hat aber gleichzeitig über das System aufkommt damit damit unvorsichtige Menschen wie du drauf reinfallen warum warum fällst du auf ihn rein weil er ja ja weil er gut verführen kann aber davor waren der ja selbst ja ok was heißt das es gibt die größten Kinderhändler der Welt haben selber Kinderschutz wie nennt man das Kinderschutz Sachen Kinderschutz Organisation bestes Beispiel der Torwart der Metzler wie heißt der Metzler oder wie der Typ heißt Metzelder Metzelder eine Kinderorganisationsstiftung und was haben die bei ihm gefunden Kinder P Filme Kinder P Filme ja gut er sagt ja auch dass keine Kirche dann und Religion sondern nur Christus also es interessiert dich nicht aber es interessiert dich nicht was wir reden das geht ja am hinteren vorbeireden richtig ja also warum gehst du jetzt auf einmal auf andere Sachen warum bist du nicht geschockt was wir dir gerade sagen ja das war ein Beispiel mit Dechnungen aber ich werde es nicht mehr anwenden ich habe seine Predigten gehört und er vertritt ja nicht die Kirche oder Religion er predigt ja kein 1. Korinther 11 wenn jemand weiß sagt also predigt und etwas auf seinem Haupt trägt und das macht er die ganze Zeit er macht das nicht aus Versehen der schändet sein Haupt das heißt er hat keinen Herren über sich sondern er ist selbst sein eigener Herr warum sollten wir nichts auf unseren Haupt tragen weil der Herr Jesus unser Haupt ist das ist ein Zeichen dass wir den Herrn Jesus als Autorität über uns Männer haben aber er trägt immer die ganze Zeit was auf seinen Haupt kennt der 1. Korinther 11 nicht? dieser super Prediger der Bibel hat er noch nie 1. Korinther 11 in seinem Leben gelesen? ja das ist eine Frage wie er es auslegt was? gut ja aber ist das jetzt dass man ihn komplett in Frage stellt von seiner Predigten und da gefallen wie er spricht er dasselbe wie ihr über das Fehm, über Freimaurer und über Christen ist das eine komische Auslegung wenn ich sage Frauen dürfen nicht predigen bist du dafür dass Frauen predigen dürfen in der Gemeinde? predigen nicht nein predigen nicht ja woher hast du das? warum dürfen Frauen nicht predigen? wer hat dir das gesagt? ja weil ich beziehe das zu Eva und ja auch die Eigenschaften allgemein sie kommt nach dem Mann äh nein ich meine woher hast du das? dass Frauen nicht predigen dürfen? ja auch aus Korinther natürlich ja da bist du aber nicht so ein bisschen komisch mit der Interpretation oder? jeder hat seine eigene es ist eine Frage ob er jetzt unseriös ist oder etwas auf seinen Haupt tragen da ist auf einmal Interpretation weil du diesen Marie liebst auf einmal ist diese Stelle Interpretationsbedürftig nein die Frage ist ob das jetzt so schlimm anzusehen ist weil er was auf seinen Haupt trägt es ist sehr schlimm wie schlimm? es ist genauso schlimm wie wenn eine Frau predigt in der Gemeinde es ist genauso schlimm es ist genauso schlimm warum hat die Joyce Meyer kurze Haare und predigt in der Gemeinde? ja gut sündigt er so ja gut aber warum hat die Joyce Meyer kurze Haare und predigt in der Gemeinde? kennst du nicht 1. Korinther 11? das ist eine Frau wenn sie kurze Haare hat gibt es für dich eben einen Pastor den du ernst nimmst? empfehle mir den mal nein nein der einzige den ich damals empfohlen habe weil er die richtige Lehre gerafft hat ist der Roger Libby gewesen bis ich herausgefunden habe dass er Trump gut findet bis ich herausgefunden habe dass er sagt die Schweiz hat ein Problem mit ihrer Obrigkeit die Obrigkeit der Schweiz ist ein Problem für die Schweiz bis sie sowas von sich gegeben hat seitdem habe ich sie noch nicht mehr empfohlen und was war es? wer ist denn auch da? Trump ist evtl. die Marionette guter Eter guter Eter guter Eter aber warte ich wollte noch was sagen hat er nicht noch mal eine Predigt gehalten dass wir als Christen Polizist werden können das war er auch noch keine Predigt er war eingeladen bei der christliche Polizeivereinigung christliche Polizeivereinigung das muss man sich mal geben dass sie uns eine christliche Schutzgelderpresservereinigung ins Leben gerufen haben sodass sie Roger Libby so einfordern dass sie sagen Roger sag uns wie wir am besten Schutzgeld eintreiben sodass wir nicht zu viel sündigen aber so ein bisschen sündigen der wäre auch hingegangen christliche Scharfschützenvereinigung christliche Hooliganvereinigung was er nicht hingegangen ist und gesagt was was für eine christliche Polizeivereinigung ihr dürft keine Waffen tragen ihr müsst die Waffe niederlegen ihr dürft nicht auf Menschen schießen wir sollen die Menschen lieben wir sollen unsere Feinde lieben wir sollen nicht gewaltsam gegen andere Menschen vorgehen wir müssen den Menschen das Evangelium verkünden damit sie am Leben bleiben und nicht mit der Knarre dem was antun da sagte Roger Libby zu denen allen ernsthaft ihr habt einen sehr guten Job weil ihr beschützt ja den Staat und ihr müsst natürlich mit eurem Gewissen sehr gut umgehen können bei so einem schwierigen aber super Job dass er denen nicht gesagt hat ja okay wenn ihr schießt dann zieht direkt auf den Kopf damit die nicht leiden die Menschen das hat doch gefehlt dass er das gesagt hätte wenn ihr schon schießt dann schießt schnell in den Kopf tiktorsportlich damit die nicht leiden die Menschen das meinte er eigentlich damit ähm ähm Bruder Bruder Rilsa ja ja da warst du nochmal mit Yves in seiner Gemeinde und da hat er doch dieses ratatatatata gemacht auf die Palästinenser ja ja du warst ja zu Besuch nach Deutschland in unserer Nähe in einer Gemeinde ja genau und dann hat er ja genau dann hat er Yves gesagt er hat so so wie ein Gewehr und dann hat er so ratatatata gemacht und dann hat er dir das so erzählt ja 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 das hat er gemacht ja der hat genau da wir waren so geschockt wir waren richtig geschockt da ist der Roger Liby so erzählt er über Krieg von Israel in Sechstagekrieg wo Israel eben die muslimischen Länder dann äh niedergemacht hat und dann macht er mit seinen zwei Fingern so ein Maschinengewehr und macht ja gut aber Selbstverteidigung jetzt wenn man davon ausziehen könnte ist erlaubt oder seht ihr das nicht oder seht ihr das nicht hat man gehört das im Militär ja ja nach wie die israelischen Soldaten die muslimen abgeknallt haben in den Krieg Ich habe gedacht, ich hätte einen Serienmörder vor mir. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja gut, aber was sagt der allgemeine Volksverteidigung? Wir waren total nicht. Was? Was ist deine Meinung allgemein zu Selbstverteidigung? Welche Selbstverteidigung? Wenn jetzt, sage ich mal, Lebensgefahr ein bisschen fängig ist. Was hat der Jesus gesagt? Pazifistisch handeln, aber er hat auch gesagt... Moment, wir reden über zwei Arten von Selbstverteidigung. Ja, er hat auch gesagt, wer zu seinem Schwer treffend ist, sollte es eben tun, wenn es auf Ankommen kommt, oder? Aber wer das Schwer nicht... Was, 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 wer zu seinem... Wer zu seinem Schwer treffend greifen möchte, oder wer sich eines kaufen möchte, ich sage mal, Matthäus. Also ich denke, damit ist ein wenig Selbstverteidigung gemeint. Aber natürlich, jener, der zum Schwer treffend, kann auch durch das Schwerd umkommen. Aber er hat ja gesagt, wer möchte, soll sich ein Schwer treffend machen. Ihm betrifft aber jetzt die Selbstverteidigung. Als er ermordet wurde, hat der Herr Jesus sich gewehrt mit seinem Schwert, als er ergriffen und ermordet wurde. Natürlich er nicht, aber er hat das ja auch gesagt. Hat der Stephanus? Hat der Stephanus? Ja, Stephanus kam doch in einer lebensbedrohlichen Lage durch die Juden, als sie ihn gesteinigt haben. Und? Was hat er gemacht? Bist du überhaupt nicht für Selbstverteidigung? Ich bin überhaupt gar nicht für Selbstverteidigung, weil das nicht biblisch ist. Amir, wie siehst du das? Selbstverteidigung jetzt, wenn du evangelisieren gehst und du verpredigst den Herrn. Ja, ich würde direkt Highkicks verteilen und Lowkicks und alles. Ich würde direkt, wie mein Streetfighter, so was würde ich machen. Direkt so ein Drehkick. Ich würde direkt Finisher machen. Okay, sagen wir nicht beim Iskandieren, aber jetzt so im Haus. Ja. Wenn mir jemand so nahe kommt, ich mache den Sonic Boom. Sie fass, fass, wapparuken. Oh, Juken. Yoga auf dem. Da reißt du wie da als im. Da reißt du wie da als im. Yoga auf dem. Da reißt du wie da. Okay, ich habe ihn genommen im Haus, weil ich bin in der Lieblingssalade. Jetzt kommt du nicht mit Apfagat so hoch. Tiger Apfagat. Was ist das? Oder die Behrendung alles bei? Wo ist mein Bruder? Bruder. Woher kannst du das? Du kennst ja alle Charakter da irgendwie. Es gibt kein bestes Street Fighter als das EX3, also das toppt nicht mal die Neuen. Ab und zu mal müssen wir alle ein bisschen Street Fighter sein. Nein, flestig ein 2 war das damals. Egal. Ich habe keine wahlle Verbindung. Hört ihr mich überhaupt? Ja. Ich lese mal ganz kurz. Ich komme so abgehakt rüber oder was? Manchmal, aber irgendwie jetzt. Jetzt geht's. Ja. Auf jeden Fall, ne? Ja, wenn du jetzt in deinem Haus, deine Familie steht in Lebensbetter. Aber das ist so eine Lage. So eine Lage wünsch ich nie machen. Ja. Ja. Aber deswegen habe ich es recherchiert und die meisten sagen dasselbe, die meisten treiben. Also ich wünsch, dass du nie was machst. Okay, hares Gott segne dich und einfach mich schon mal in den nächsten ein Jahr. Gott segne dich. Du siehst noch ein Bibelfest vor, ja? Ja. Zweiter Timotheus. 2 Timotheus 3. Das aber soll zu wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Geldgierig sein. Schmalerisch. Überheblich. Lästerer. Den Eltern ungehorsam. Undankbar. Unheilig. Lieblos. Unversöhnlich. Verleugnerisch. Unbeherrscht. Gewalttätig. Den guten Feind. Verräter. Leiden sind aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das ist heute in der Welt genauso. Genauso wie es die Bibel sagt. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ja, Amen. Hallo. Amen. Gottes Segen an alle. Gottes Segen mein Lieber. Gottes Segen Ex-Muslim. Gottes Segen Evangelist Christ. Und alle die hier drin sind. Ja. Ich möchte euch alle einladen zu den Herrn Jesus Christus. Dass wir ihn alle näher kommen. Dass alle ihn einladen. Die ihn vielleicht noch nicht gefunden haben. Die gerade hier in den Livestreamen drin sind. Ja. Wunderschön. Amen. Und. Dass wir als Christen alles zusammen halten. Ob jetzt evangelisch, katholisch oder orthodox. Dass wir alle eine Einheit bilden. Das wollte ich nur kurz sagen. Okay. Danke. Gott segne dich. Okay, Bruder. Hast du schon runtergeworfen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber das ist der Jan. Nee, anhand der Stimme und anhand dieser Auslegung. Und dann habe ich sofort gesagt. No. 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 Ja, ich wusste nicht, ob du den kennst. Aber das ist dieser Jan. Nein. Nein. Anhand des, was er da von sich gegeben hat. Habe ich gesagt. Weil diesen falschen Jesus wollen wir nicht. Den könnt ihr behalten. Aber am besten sollten sie auch bitte umkehren und den wahren Jesus Christus annehmen. Und nicht den katholischen, unrealistischen, unbiblischen Jesus Christus. Der ist nicht wahrhaftig dort zu finden. Okay. Alles klar. Danke dir. Alles klar. Aber wo hättest du denn? Ja, ihr Lieben. Ja, ja, Störe ich dich in deiner Ruhe, Elsa? Du bist generell eine Störung. für die ganzen Menschen in Deutschland, Europa. Du bist die größte Störung, Störenfried, Stören... Störfaktor. Wenn die Muslime die Möglichkeit hätten, mich zu eliminieren, die würden so gerne machen. Störfaktor Europas. Wahnsinn. Die würden mich sofort, wenn die mich auseinandernehmen, deshalb. Aber wenn ich jetzt Moslem... Ja, ich weiß. Wenn ich Moslem wäre, Amir, und ich hätte mitbekommen, deine Geschichte, wie der Allah hätte versucht, dich dann wegzumachen und das nicht geschafft hat, sondern der wahre Gott dich bewahrt hat, dann hätte ich sofort gedacht, das ist vorbei. Anhand von Amir sieht man, wer der wahre Gott ist. Der eine Gott versucht, den Amir wegzumachen, der andere Gott sagt, nein. Wer... ...überlebt hat, was der Herr vielleicht irgendwann mal offenbart wird. Ja, natürlich. Ich will jetzt mal das so sagen, stell dir mal vor, Amir, wo du jetzt draußen bist und da sieht dich einer und will jetzt da was ziehen und auf einmal kann er nicht mehr zu dir kommen. Ja. Ja. Natürlich. Wenn der Amir schläft schön an Nacht und so schön träumt von so Schäfchen, wie sie so springen, da ist der Herr die ganze Zeit so diese ganzen Islamisten am Festnehmen. wegmachen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen und der kriegt ja gar nichts mit. Bruder, Bruder Reza. Ja. Ich möchte ganz kurz ein ganz kleines Zeugnis erzählen. Ja. Ich sage jetzt auch kein Name, aber du weißt schon, wer das ist. Ja. Eine schwangerer Schwester war da einkaufen in der Stadt. Ja. Und dann kam einer und wollte diese schwangere Schwester von hinten angreifen. und dann ist er aber wie gegen eine durchsichtige Wand geprallt, also so, gegen ein Glas geprallt vor ihr und ist er abgehauen. Ja. Das musst du ihm auch geben. Das ist ja Wahnsinn. Ja, natürlich. Wahnsinn. Ja. Der Herr ist die ganze Zeit am Werk. Er sagt ja selber, ich bin ständig am Werk und mein Vater ist es auch. Hm. Oder kennst du die Geschichte von einer Schwester? Ich glaube, das kennst du auch für die Zuschauer. Da war einer, der wollte die Schwester dann halt ins Gebüsch ziehen, ist rüber ihr gegangen und dann hat sie Jesus geschrien, den Herrn Jesus und der ist abgehauen. Ja. Sofort hat er losgelassen und ist davon gerannt. Ja. Die hat sofort geschrien, Jesus, also, oder keiner, Herr Jesus oder Jesus, hilf mir. Und sofort hat er losgelassen, in derselben Augenblick und ist davon gelaufen. Alleluja. Und ich habe ein Video gesehen, wo der Rieser, wo ein Mann von so vier wilden großen Hunden in irgendeinem Land angegriffen worden ist und er hat Jesus geschrieben und diese Hunde sind um ihr Leben gerannt. Das ist das, die Hunde können wir dir mal geben. Ja. Das wilde Hunde, die dich angreifen, vier Stück, und du schreibst, Jesus und die laufen um ihr Leben gerannt. Und das ist das Wahnsinn. Der Name ist so mächtig. Der Herr ist ständig am Werk. Wenn du ihn rufst, dann rettet er dich, damit du ihm die Ehre gibst. Wahnsinn. Das macht er nicht nur bei uns, bei seinen Kindern, also bei seiner Braut, also bei seinen Gläubigen. Der macht das auch bei Ungläubigen. Der hilft denen auch. Deshalb sagte ja der Herr in der Bergpredigt, denn Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das heißt, wenn eine hinduistische Mutter in Indien zu Gott schreit um Hilfe, die kennt zwar den wahren Gott nicht, aber die schreit einfach und sagt, hilf mir Gott, da hilft der Herr. Halleluja. Obwohl sie vielleicht, ja. Bruder, da gibt es ein Zeugnis, das ist wirklich brutal, das ist ein brutales Zeugnis. Das war, wie du zu ihren hinduistischen Göttern gerufen hast. Bruder, Rewa, kennst du das Zeugnis? Das ist aus Pakistan. Da hat eine Frau, das ist ein Kind, das ist dann gestorben und wird geschrien. Ne, jetzt ist es geschrien, halt. Und die Ärzte meint, nein, das Kind ist tot. Und dann hat sie das nicht akzeptiert. Und dann hat sie Gott angerufen. Gott, bitte rette mein Kind. Und das Kind war errettet. Das musst du ja mal geben. Wie gnädig der Gott ist. Natürlich muss man auffassen. Wir müssen auffassen, dass wir nicht in diese charismatischen Schiene... Aber solche Wundertaten macht der Herr. Ja. Dass das Kind zum Beispiel jetzt... viel tot gedacht hat und dann, klar, kann der Herr nochmal das Kind in letzter Sekunde, bevor es die Seele verlässt... äh, doch auffangen. Dann lese ich einmal ein Bibelferst vor. Matthäus 5, 3. Ich finde, die geistlichen... Entschuldigung. Solche Taten macht der Herr ständig. Nur wir kriegen davon nichts mit. Ja, hier hat der, hat der die Seh... Nochmal bitte. Das ist es. Elsa? Ja, hörst du mich? Ja, erzähl nochmal. Ja, ich weiß nicht. Ich habe hier schlechten Empfang. Ich habe nichts mitbekommen in den letzten 20 Sekunden. Du hast irgendwas gesagt und danach hast du direkt aufgehört. Was wolltest du vorlesen, Daddy? Amen. 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 Glückselig sind die Ziegfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, die um die Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr Wahnsinn. Das ist so ein starker Bibelferst. Ja, hör mal. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst erhaltet ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herausposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun. Und von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben schon ihren Lohn. Wenn ihr betet, macht das nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben schon ihren Lohn. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer. Und wenn du die Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der verborgen ist. Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht klappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es also nicht wie sie. Denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Auf diese Weise sollt ihr beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, im Himmel, geheiligt sei dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute unser tägliches Brot und erlass uns unsere Schulden, wie wir sie anderen erlassen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aber Jesus war ja Moslem, das ist klar. Muslime beten immer das Vaterunser, weil Muslime, weil Jesus Moslem war. Weißt du, was ist mir aufgefallen, das Rahmen hier? Weißt du, was ist mir aufgefallen? Jesus war Moslem. Er nannte Gott sein Vater, aber Jesus ist Moslem. Das kannst du keinem erzählen. Jesus ist Moslem und nennt sein Gott Vater. Nenn die Muslime Allah Vater. Nein. Ist das heftig, ist das heftig. Ich wollte aber noch einen Vers vorlesen, auch einen sehr schönen aus Johannes 3, 14. Und wie Moslem in der Hüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Es muss euch um das Reich Gottes gehen. Amen. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Dann sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruhe dich aus. Iss. Trink, freu dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm, du Narr. Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt. Noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist wichtiger als die Nahrung. Und der Leib wichtiger als die Kleidung. Seht auch die Raben. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben keinen Sprecher und keine Scheuner. Denn Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die Füge? Wie viel denn? Mehr von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern, wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt. Warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Seht euch die Lilien an. Sie arbeiten nicht. Und sie spinnen auch nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo, war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird. Wie viel mehr denn euch, ihr kleinen Kleidigen? Darum fragt nicht, was ihr essen. Und was ihr trinken sollt. Und vor allem ängstigt euch nicht. Denn um all das geht es den Heiden in der Welt. Euer Vater weiß das und er weiß, dass ihr das braucht. Euch jedoch muss es um sein Reich gehen. Dann wird euch das andere dazugegeben. Dann wird euch das andere dazugegeben. Verkauft eure Habe und gebt den Erlös den Armen. Macht euch Geldbeutel, die nicht zerreißen. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, toben im Himmel. Wo kein Dieb ihn findet und keine Matte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Da ist auch euer Herz. Da wo euer Herz ist, da ist auch euer Schatz. Ist euer Herz also bei Gott oder bei der Welt? Ja, Amen. Das sind gewaltige Weisheiten. Der Herr benutzt immer metaphorische Bilder. Damit er den Menschen etwas mitteilen kann. Über diese ganze Symbolik. Ab Bruder Reza. Und die Bibel ist ja verschlüsselt mit diesen Wörtern, mit diesen metaphorischen Wörtern. Und wenn du die Bibel nicht studierst, richtig kennst die verschlüsselten Bedeutungen verschiedener Wörter, dann wirst du niemals dich durch diese Dickicht der Bibel durchkämpfen können. Niemals. Es ist ein verschlossenes Buch mit sieben Siegeln für denjenigen, der verschlossenen Herzens ist. Gott aus dem Wart sein Wort eben den Menschen, die offen im Herzen sind. Weil jedes Wort, Bruder Reza, gibt man eigentlich nur Gänsehaut. Es gibt so viel Kraft. Es gibt so viel Kraft, das Wort Gottes. Ja, genau. Der Herr warnt aber auch. In den nächsten Kapiteln kommt es dazu, diese bekannten Verse von und viele werden an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweiss gesagt? Also dann sagt der Herr, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also ihr seht, ja, diese schönen, wohlklingenden Lehren und Wörter über Gott und die Errettung, aber auch gleichzeitig die Warnung, falls man falsch abbiegt und seine Spielchen treibt mit dem Herrn Jesus Christus. So wie das die Zeugen Jehovas tun und etliche anderen Denominationen. Da warnt der Herr auch. Also es ist nicht nur jetzt schöne, angenehme Worte, sondern da kommen auch Schockworte. Damit du weißt, dass es nicht hier nur um Halligalli geht, ja. Sondern der barmherzige Gott ist gleichzeitig auch der richtende Gott. Achtung. Ja, genau. Daher sollten wir wachsam sein. Hallo, wer ist mit uns? Ich bin auch dazugekommen. Was? Ich bin auch dazugekommen. Ja, sag ich ja. Gott segne dich schon deine Familie, was kann ich von dir tun? Danke, danke. Ich wollte nur sagen, ich finde es richtig gut, was ihr macht. Ich bin auf dich aufwässern geworden. Du hast, glaube ich, Beef gegen ABK und so gehabt. Und eigentlich habe ich am Anfang nicht gefeiert. Aber danach habe ich mir deine Videos angeguckt. Aber ich finde es richtig krass. Also ich bin leider noch kein Christ. Das würde ich wahrscheinlich noch ändern. Es ist etwas kompliziert, aber ich finde es auf jeden Fall richtig gut, was ihr macht. Jeden Moslem, der in den Chat reinkommt, nehmt die mit Fakten richtig auseinander. Der hat gar keine Chance. Also ich wollte einfach nur sagen, das finde ich richtig gut, was ihr macht. Ich hoffe natürlich, dass du zum Glauben kommst, ne. Und das so schnell wie möglich manchmal. Ja, hoffe ich auch. Es ist leider etwas kompliziert, aber... Warum ist das kompliziert? Was hast du denn? Was ist denn da für ein Stein in den Weg? Warum kommst du nicht zum Herrn Jesus? Was fehlt dir noch? Also ich weiß, dass das hundertprozentig die Wahrheit ist. Nur ich bin halt anders, ich gehöre zu einer Minderheit von einem Glauben. Wie sehnlich. Ja, richtig. Und das ist das Problem. Ich bin halt... Der Herr Jesus sagt... Ja, nein, nein. Gott verlangt von dir, dass du von dem hier auf der Erde von allem loslässt, wenn du zu ihm kommen willst. Er sagt entweder ich oder die Welt. Was ist dir wichtiger? Bin ich dir wichtig als Gott oder möchtest du deine Tradition, deine Religionen und deine eigene Familie, was möchtest du behalten? Entweder mich oder deine Welt. Was möchtest du haben? Natürlich Gott. Ich weiß doch... Dann musst du aufgeben. Dann musst du aufgeben. Ja. Dann musst du aufgeben. Das, was nicht wichtig ist. Für Gott musst du alles aufgeben. Der Herr Jesus sagt, wenn jemand nicht zu mir kommt und verliert alles, was er hat, der ist nicht meiner wert. Du musst loslassen. So wie wir losgelassen haben. Ich will dich ermutigen, damit du weißt, wir sind vor dir schon denselben Weg gegangen. Wir haben auch von allem losgelassen, was uns wichtig war auf der Erde. Weil das eine Lüge war. Das war nur eine Trauens. Es war ein Traum, was nicht echt war. Du musst aus diesem Traum aufwachen, den Traum beiseite und dann die Realität leben. Und das ist der Herr Jesus Christus, der wahre Gott. Amen. Klar, ich weiß auf jeden Fall, was sie meint, aber... Ja. Du musst bereit sein. Du musst bereit sein, deine Familie zu verlieren. Du musst bereit sein, für Gott alles zu verlieren, sagt der Herr Jesus. Und es kann auch sein, mein Lieber, dass wenn du trotzdem zum Herrn Jesus kommst, dass deine Familie trotzdem bei dir bleibt. Oder noch schöner, dass sie nachziehen, dass sie auch zum Herrn Jesus kommen und errettet werden. Du weißt es ja gar nicht. Du kennst die Zukunft ja gar nicht. Du musst dich erstmal in Sicherheit bringen. Weil was ist, wenn der heute Abend... Gott bewahre, du heute Abend nicht mehr aufwachst vom Schlafen. Heute Nacht. Ja. Was hat dir deine Familie genutzt? Oder deine Tradition? Jesidentum. Was hat dir das genutzt? Du bist verloren. Du gehst mit all deinen Sünden, stehst du vor dem Herrn und der wird dich richten. Das war's. Deine Ewigkeit wird nur von Schmerz und Leid und Panik sein. Nein. Und wofür? Für ein bisschen Jesidentum, für ein bisschen Familie nicht verlieren? Nein. Das ist es nicht wert. Der Preis ist nicht wert. Ich will dich jetzt auch nicht drängen, ja. Komm schnell, jetzt mach mal. Nein. Ich will dir nur damit die Dringlichkeit aufzeigen, mein Lieber. Damit du weißt, womit du es zu tun hast hier. Damit du dir bewusst wirst, was Gott ist, was dein Leben bedeutet, was du bist. Was bedeutet Mensch zu sein? Was bedeutet die Ewigkeit, das Universum, die Erde, die Menschheit? Dass du halt weißt, dass es hier um große Sachen geht. Und dass du damit nicht spielen sollst. Um deine Ewigkeit. Ja, wirklich, wirklich danke für die Worte, aber ich, also, ja, das ist halt, also, ich habe mich schon bekehrt, ich habe das alles schon gemacht, nur halt nicht öffentlich. Ach so, im Geheimen dazu. Das hat uns wichtig, wenn man nicht dazu steht. Ja. Es wird der Moment kommen, der Herr Jesus Christus wird das machen, glaube es mir. Du hast dich vielleicht im Geheimen bekehrt zu ihm, aber der Herr Jesus Christus lässt sich durch Situationen gehen, wo du auf einmal nicht anders kannst. Das wird kommen. Und dann, und dann musst du bestehen, mein Lieber. Und wenn du den Herrn verleugnest, dann ist das nicht schön. Dann ist das nicht wirklich schön. Dann ist das nicht wirklich schön. Der Herr gibt dir also Prüfungen. Der Herr wird dir eine Situation geben in deinem Leben, davon bin ich fest überzeugt, dass du gar nicht anders kannst, als zu sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Auch wenn die ganze Welt gegen mich ist, ja, ich gehöre zu Jesus. Auch wenn die mich alle hassen, ja, ich gehöre zu Jesus Christus. Es wird eines Tages dieser Moment kommen. Wie findest du, mein Lieber, eine Frage, wie findest du, wenn du eine Frau hast, die dich verleugnet, aber mit dir zusammen ist, aber so in Öffentlichkeit nicht mit dir gesehen werden will? Nee, das habe ich schon oft. Ja, und findest du das gut? Findest du das schön, wenn jemand das an dir macht? Nee, natürlich nicht. Siehst du, und das tust du jemand anderem an, dem Herrn? Das ist nicht schön. Habe keine Angst, mein Lieber. Gott liebt dich, und er wird für dich da sein. Wenn Gott Frieden ist, wer kann jeglich sein? Ich glaube es. Ich wollte ganz kurz ein Bibelvers vorlesen, ja? Ja, ja. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämen, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit. Ich kenne schon eine Menge Verse, aber danke, ja. Ich will dir nur sagen, ich habe damals, wo ich frisch zum Glauben gekommen bin, da wo ich ganz, ganz frisch zum Glauben gekommen bin, wo ich gerade mal ein, zwei, drei Wochen ungefähr so im Glauben war. Da habe ich ja auch gedacht, warum soll ich jetzt rausgehen und predigen und den Leuten von Jesus erzählen? Hä, warum soll ich das tun? Und dann kam dieser Verse und der Herr Jesus sagt, schäm dich nicht, geh. Schäm dich nicht für meine Worte, geh. So wie ich mich nicht für euch schäme, geh. Und deswegen hat mir der Herr denn Kraft gegeben mit diesem Wort, ne? Aber ich möchte dir noch ein Wort vorlesen, also ein Bibelvers aus Jesaja 66, Vers 2. Denn dies alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geist ist, und der zittert vor meinem Ohr. Amen. Amen. Also nicht auf zwei Seiten hängen, ne? Nicht auf zwei Seiten sein, ne? Mit einem Bein so, mit dem anderen Bein so, nein. Befrei dich, das ist ja auch ein Leidensweg. Diese Versteckspielerei tut dir doch selber auch nicht gut. Das ist doch nicht befreiend. Befreiend ist wirklich die Fesseln reißen und dann sagen, jetzt ist mir egal. Nein, Herr, ich komme jetzt ganz zu dir. Ist mir egal. Das ist das, was der Herr sehen will. Und mein Lieber, du hast es nicht mit irgendjemandem zu tun, mit einem Menschen. Du hast es ja mit Gott zu tun, und deswegen solltest du mit Gott ganze Sachen machen. Und nicht so halbe Sachen. Befreie dich von diesen Fesseln, die dich so fesseln. Das ist kein Schöner. Du kannst den Glauben auch nicht richtig genießen, wenn du mit dem Herrn wandelst, dann so. Mit einem Bein in der Finsternis versteckt und mit einem Bein in Licht. Du kannst doch den Glauben gar nicht genießen mit dem Herrn. Was wir genießen, Amir, ich, der Bruder Evangelist und die Geschwister, die genießen richtig diesen Glauben, weil wir mit den beiden Beinen mit dem Herrn wandeln. Und keine Spielerei machen, keine Versteckspielerei. Dann kannst du erst den Glauben genießen mit dem Herrn. So, was ist das für ein Genuss in der Versteckspielerei? Hast du keinen Genuss? Da kommst du nicht in den Genuss des Glaubens. Dieses Befreiende. Du musst, du musst Buße tun, mein Lieber. Du musst wirklich Buße tun. Du musst den Herrn bitten und sagen, Herr, vergib mir. Ich habe falsch gehandelt. Ich habe in Versteckspielerei gemacht. Vergebe mir. Du musst um den Herrn Vergebung bitten. Du musst bereuen und dann wirklich rüber. Koste es, was es wolle. Dieses Versteckspielerei ist sehr gefährlich. Mach das nicht, bitte. Mach das nicht. Ja, wirklich, danke für eure Worte. Ich wünsche Ihnen von euch noch einen schönen Tag. Alles klar, mein Lieber. Gott segne dich. Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich. Oh nein, tschau. Tschau, tschau. Ja, danke. Man merkt richtig, dass er da leidet. Der will von irgendeiner Sache nicht loslassen. Wer weiß, was er da hat. Ob seine Familie ihm droht. Bei Jesin ist das ja auch nochmal heftig. Die verstoßen dich dann auf. Ja, dann sagt der Herr, wer nicht bereit ist, sein Leben zu verlieren wegen mir, der ist meiner nicht wert. Das ist so. Du musst bereit sein, dein Leben zu verlieren. Das ist das Problem. Du musst das alte Leben verlieren. Es geht nicht anders. Ja. Bruder Reza, ich lese einmal was vor uns. Hebräer 12. Hebräer 12. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die alarmten Knie. Und macht gerade Waren zu euren Füßen, damit der Islam nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheiligt wird. Jagd nach dem Frieden. Amen. Ja. Genau. Und das haben wir jetzt gerade gemacht. Wir haben ihn gestärkt. Mit ermunternden Worte. Wir können aber ihn nicht zwingen. Das ist das Problem. Du kannst jemanden nicht zwingen, vom Zehnerbrett zu springen. Ja. Das geht nicht. Das will er nicht, will er nicht. Hat er Angst, hat er Angst. Ja. Da musst du ihn lassen. Du kannst nur sagen, wenn du vom Zehner springst, was weiß ich nicht. Das macht Spaß. Aber der Herr, wenn er Angst hat und wenn er keine Lust hat, du kannst jemanden nicht zwingen. Das ist sein freier Wille, wird er akzeptiert vom Herrn. Aber Bruder Reza, ich habe auch eine Frage. Ich habe eine Frage, ja. Aber es ist doch nichts Schlimmeres, als den Herrn Jesu zu verleugnen. Das ist ja ein, das ist ja, also wenn du den Herrn verleugnen bist für ein, für das ist ja dann ein Judas verhalten. Das ist ja ein Judas, der den wirklich verleugnet und sagt, nein, ich bin nicht Christ. Nein, ich habe mit Jesus überhaupt nichts zu tun. Das hat der Petrus gemacht. Hä? Apostel Petrus hat das ja gemacht, aus Angst um sein Leben. Aber das war vor dem Kreuz. Er war noch nicht wiedergeboren. Der Herr war noch nicht ans Kreuz gegangen, der Herr war noch nicht aufgestanden. der Heiligen Geist. Weißt du noch? Wo er meinte, der Weg schone dich. Das war noch damals, ja, in den, äh, zu verhalten wurden. Deswegen. Ja. Gott hat ihn verleugnet. Aber ein Wiedergeborener kann den Herrn nicht verleugnen. Das ist um, das geht nicht. Ja. Deswegen sollte, habe ich ja gesagt, er muss Buße tun. Er muss bereuen, dass er das bis jetzt so gemacht hat. Das geht ja so, geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Der muss ins Licht kommen. Äh, ich wollte mal kurz was dazu sagen, äh, da schreiben, haben ganz viele Jesidenten in den Chat geschrieben, warum ich das mache und so weiter und so fort. Äh, was viele von den ganzen Jesidenten nicht wissen, war der, wie hieß der nochmal? Dieser Deven. Was viele von denen nicht wissen, das ist wahrscheinlich Armeine. Also im Jesidentum steht und heißt es, dass, also selbst Christen, also nach unserer Sicht in den Himmel kommen, also ob sie gut oder schlecht sind. Man muss einfach, also ich meine, man muss einfach nur ein guter Mensch sein. Oder auch dieser, die Zirkung findet hier statt und Christi Gott, Gott braucht sich. Ich bin kein Medizin, ich bin, äh, ich. Also was ich jetzt zu den ganzen Jesiden in den Chat sagen heute ist, dass auch die Christen in den Himmel kommen, nach unserer Sicht. Also hat das nichts damit zu tun, ob ich jetzt, äh, kommentiert bin oder nicht. Weil viele haben jetzt, äh, ich hier schlecht geredet. Sollte ich nur kurz klarstellen. Okay, nein. Top G, vergiss diese Konvertierung und so weiter. Du musst wiedergeboren werden. Konvertieren bringt nichts. Du musst eine echte Beziehung zu dem lebendigen Gott anfangen. Du musst absterben. Dein altes Ich darf es nicht mehr geben, wenn du zum Herrn Jesus Christus kommst. Du musst dein altes Ich absterben. Vergiss diese Sachen mit Konvertierung und was die Jesiden jetzt gerade im Chat dir sagen. Vergiss komplett all diese Sachen. Fokussiere dich auf den Herrn. Du musst diese Dinge wirklich hinter dich lassen. Ja. Es braucht eine wirkliche Entscheidung, so wie bei der Ehe, ja. Wenn du zum Beispiel jetzt da stehst und der Priester fragt dich, möchten sie diese anwesende Frau zur Frau nehmen? Und du sagst, weiß ich nicht. Ja, ja, schon, aber auch nicht nein, irgendwie. Was würde passieren in dem Moment? Klar, ich kann schon verstehen, das geht nicht. Ich kann schlecht verleugnen, aber... Es geht nicht. Es will ja oder nein. Möchten sie die Frau zur Ehe... Frau nehmen, ja oder nein? Wenn du sagst, jein, wenn du sagst, jein, dann kommt die Ehe nicht zustande. Jein, vielleicht nicht. Jein gibt es nicht. Vielleicht. Ja, jein gibt es nicht. Vielleicht, wenn die mir ein gutes Essen kocht. Nein. So geht es nicht. Du musst ja sagen oder nein, aber jein, jein zählt nicht vor Gott. Weil du ja auch eine Ehebund eingehst mit dem Herrn Jesus Christus. Gott sagt, ich bin der Ehemann und meine Braut, meine Gläubigen sind wie meine Frau. Und wir haben eine innige Liebesbeziehung miteinander, wie zwischen einem Mann und einer Frau. Es ist ein Ehebund, den du eingehst. Und da kannst du nicht sagen, jein. Möchtest du mit Gott sein, ja oder nein? Nicht jein. Entweder kommst du ganz rein und sagst ja, oder du gehst raus und sagst nein. Jesus, nein oder Jesus, ja. Komplett. Tom G, mein Lieber. Hört man mich? Ja. Ja. Ja, okay. Weil ich sehe mich hier rot hier bei meiner. Er kommt bestimmt heisch. Ach so. Ja, gut. Okay, mein lieber Top G, du hast jetzt wirklich alles gehört. Ich hoffe, dass du wirklich jetzt eine ganz klare Sache machst. Auf jeden Fall. Aber da hätte ich auch eine Frage, die ist mir jetzt so eingefallen. Ich geh immer so, also ich geh nicht in die, ich geh, also ich bin mit, ich bin zum Christum nur so dazu gekommen, weil ich hab Kollegen wissen, das sind Freikirchler. Also die glauben nicht an die Kirche, sondern die holen die Bibel, die versitzen in einem Kreis und die lesen die alle zusammen. Und die erklären uns, die erklären so Widersprüche oder was auch ich. Also mancher ist ja Bibel schwer zu lesen. Ist das der richtige Weg oder ist das die Orthodoxe oder... Nein, 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 nein. Das ist schon in Ordnung. Geh bloß nicht in diese orthodoxen Katholiken und diese Großkirchen. Auf gar keinen Fall. Wenn ich wissen... Die sagen ja, man muss Gutes tun, man muss das machen, man muss das machen. Nein, nein, nein. Das ist falsch. Das ist falsch. Das kommt erst danach. Erst musst du wiedergeboren sein. Hast du Buße getan vor dem Herrn Jesus Christus? Hast du deine Sünden bekannt ihm? Hast du dein ganzes sündiges Leben, was du bis jetzt getan hast in der Vergangenheit? All deine Schuld, all deine Gesetzesübertretungen, was du gegen Gott getan hast, seine Gebote gebrochen, übertreten. Hast du das dem Herrn Jesus bekannt und bereut vor ihm in einem Gebet? Ja, ja, hab ich. Hast du gemacht? Okay. Das ist die Wiedergeburt. Wenn du es wirklich richtig gemacht hast, dann bist du wiedergeboren. Und dann brauchst du... Nein, und dann darfst du nicht nur diesen Großkirchen, wie katholische Kirche, evangelische Kirche, was weiß ich, was es da draußen gibt. Wenn überhaupt, dann hast du zwei, was weiß ich, paar Geschwister, die auch wiedergeboren sind wie du, in deiner Nähe und dann trifft ihr euch zu Gottesdienst. Zum Beispiel hast du Bibel lesen, beten, Brot brechen. Halt dich bloß fern von diesen Großkirchen. Ja, da halt mich fern, da sagt jeder aus meinem Unkreis, weg von denen. Wir haben nichts mit dem Christentum zu tun. Ja, aber auch viele Freikirchen sind falsch. Da hast du zum Beispiel, was heißt die Charismatiker, da hast du viele verschiedene Denominationen, die auch falsch sind. Da musst du aufpassen. Auch verschiedene Kleinkirchen, also Freikirchen, die auch falsch sind. In dieser jetzigen Zeit, in dieser jetzigen Endzeit sind nur ganz, ganz wenige Wiedergeborene echte Diener des Herrn Jesus Christus unterwegs. Hier, hier hast du ein paar. Amir, Bruder, Evangelist, mich. Hier hast du ein paar echte Wiedergeborene. Ja, also die anderen, die auch wiedergeboren sind, also die, die gucken auch Amir und so weiter. Ja, da kannst du dich mit denen zusammentreffen. Du musst immer darauf achten, die Lehre. Du bist jetzt ganz frisch. Du hast natürlich nicht diese tiefe Wissen über die vernünftige Lehre der Bibel. Wichtig ist, dass sie die Gottheit des Herrn Jesus bezeugen, dass sie bezeugen, dass sie Buße getan haben, ihre Sünden bekannt haben dem Herrn Jesus Christus. Dass Gott dreieinig ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Dass die Rettung allein aus Glauben an den Herrn Jesus Christus geschieht, nicht durch Werke, sondern allein der Glaube rettet dich, allein die Gnade. Diese Dinge, die musst du wissen. Und dann fragst du dann deine Geschwister, ob die auch daran glauben, und dann kannst du dich in den Treffen. Wenn aber einer sagt, nein, Jesus ist nicht Gott, dann musst du direkt von dem weg, sofort. Nein, nein, doch, ich bin, also seitdem ich siegend bin, bin ich in diesen Kreisen. Und doch, doch, die sagen genau das. Also, die, also alles, was die sagen, das sagt auch Ami, also der ist genau, und auch ihr, also das ist genau das Gleiche. Okay, okay, ja gut, dann, dann ist das so, dann triffst du dich mit denen, und dann bringst du im Rot Gottesdienst, und wenn du mal siehst, dass zum Beispiel hier bei uns etwas anderes gesagt wird, als bei denen, dann komm und frag uns. Das sagt, was weiß ich, die sagen zum Beispiel anders, als das, was ihr da gerade sagt. Und dann können wir darüber reden, da kann ich dich ein bisschen, ja, aufklären, führen, wenn die zum Beispiel komische Sachen machen. Ja, klar. Ja, komm immer hierhin und frag, frag, frag so viel wie du kannst, lerne, lerne, lerne. Auf jeden Fall. Okay. Okay, mein Lieber. Okay, vielen Dank euch, ja. Alles klar, lieber. Okay, ich wünsche euch dann noch was. Ja, tschau. Danke, wir auch. Tschau, tschau. Ja, ihr Lieben, betet für ihn, ne? Ja. Müsst ihr für ihn beten heute, ne? Jetzt habe ich vergessen seinen Namen, aber gut, der wollte wahrscheinlich seinen Namen nicht nennen. Der ist noch sehr jung, der ist also, ich glaube, der ist gerade mal 20 oder so, ne? Ja, ist doch kein Problem. Ja, kein Problem. Timotheus war ja auch sehr jung. Mein echtes Kind im Glauben, sagt der Apostel Paulus zu ihm. Der Apostel Paulus hat ihn ja als seinen rechten Arm gehabt und Timotheus war ein junger Knabe. Möge der Herr Jesus Christus ihn festigen und dass er nicht auf falschen Wegen kommt, ne? Aber da siehst du direkt, wie die Falschen um ihn herum sind, ne? Merkst du das? Ja. 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 Solange der hier hinkommt und immer schön fragt, wird er auch geführt werden. Schlimm wird das, wenn er sich dann von irgendjemandem falsch leiten lässt, ne? Ja. Dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Bruder Reza, ich möchte einmal 1. Judas 1. 4 lesen. Ja, bitte. Es haben nämlich ähnliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu dem eigentlich aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Amen. Ja. Das sind Menschen, die reingekommen sind und sagen, ja, Jesus, Jesus, die sogar auch den Herrn verkünden, aber im Endeffekt verleugnen sie. Und zwar was? Seine Gottheit zum Beispiel. Gott sei Dank. Ja, das kannten wir ja in der Vergangenheit. Gott sei Dank, Samuel. Ja, Gott sei Dank. Habt ihr nicht gestern den einen Bruder beleidigt, Samuel, ihr Orthodoxen? Von A bis Z habt ihr das, äh? Ähm, ich glaub nicht, ne. Ja, aber ich hab da ne Aufnahme bekommen. Äh, welchen, welchen Orthodoxen? Ich bin selbst Orthodox. Ja, ich mein ja nur, der Lugi, äh, ich hab ne Aufnahme bekommen, da habt ihr... Ah, der ist Theoretiker, der ist kein Orthodox, äh, der, der... Nein, nein, ihr, ihr, ihr habt einen, äh, da von unseren Brüdern da richtig fertig gemacht. Äh, Lugier. Ja, genau. Mit denen hab ich gar nicht geredet, das war ein anderer. Ja, aber du warst ja dabei, ne, mit den Leuten da. Ja, ich war dabei. Ich hab aber... Ich hab ihn ja richtig fertig gemacht. Der hat auch schlechte bei uns geredet, aber ich hab gar nichts gesagt. Ich war die ganze Zeit gestimmt. Ja, okay, aber trotzdem muss man ja nicht Böses mit Bösen vergelten, und, ne? Ja, ich hab nichts gesagt. Okay, ja. Ja. Ja, Gottes Segen, Ex-Muslim. Gottes Segen, mein Lieber. Ja, bitte, Ex-Muslim, hol mal bitte den Zeh-Tuch, weil der kann das dann bestätigen. Hol mal bitte den Zeh-Tuch. Ja. 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 Ja, Gottes Segen, Ex-Muslim. So, Gottes Segen. So, jetzt sägen wir dich. Warte, ey. 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 Sefu, bist du ja lauter? Nein, dein, dein Freund schon mit dir oben. Ich hab gestern gesagt. Sefu. Sefu, du musst ein bisschen lauter reden. Mann, hört ihn schlecht. Noch lauter. Was? Kann man mich jetzt besser haben? Nee, das ist ja lauter. Nee, das ist ja lauter. Hintergrund nicht. Nee, ich hab nichts mit der Grund. Mach mal ein bisschen mit runter und wieder hoch. Jetzt sind wir alle stumm. Alle sind wir jetzt stumm. Ich hab uns alle stumm gemacht. Taubstumm. Keiner kann mehr reden. Hauptsache, wir sind nicht dumm. Auch wenn wir stumm. Und wir sind nicht krumm. Alle sind stumm. Das war's. Weil ich bin der Rapper, der euch sagt, was es geht. Weißt du? Was für Salaf, Salaf. Salaf sah hin. Salaf sah alle hin. Das waren die Ersten. Wallah, ich sage euch. Wir sind keine Salafistik. Wallah, ich sage euch. Wallah, ich sage euch. Wallah, ich sage euch. Wallah, ich sage euch. Wallah, das ist eine Ermahnung. Das ist eine Ermahnung an euch. Lesa, den müssen wir auch noch zum Herrn holen. Den Armen. Ja, der ist heftig. Weil ich bin der Rapper, der so sagt, was geht. Ich bitte meine Bass und ich sage dir, was geht. Aber der ist heftig. Jetzt besser. Haben wir mich jetzt besser, Bruder Reza? Ja, jetzt besser. Jetzt besser. Ja, jetzt besser. Pass auf, Samuel. Lügen haben kurze Beine. Ja? Der Illusion wollte nur hochkommen und mit Tito sprechen. Und ihr habt den erstens nicht hochgeholt und alle gesagt, das wäre ein Heretiker. Dann habt ihr ihn hochgeholt. Ja? Haben ihn hochgeholt und alle gesagt, ja, du bist Heretiker. Und ich hatte unten geschrieben, weil dein Freund, dieser Yusuf, behauptet ja, dass die Kirche und die Kirchenväter über der Bibel stehen. Ja? Und das ist Heretiker. Und danach, danach habt ihr uns alle verflucht. Alle Freikirchen. Ihr habt gesagt, in Jesus Christus Namen. Ihr habt den Namen von Herrn in den Dreck gezogen. Und habt uns alle verflucht in seinen Namen. Und ihr habt alle gar nichts gesagt. Ihr habt euch auch darüber lustig gemacht. Ich habe nichts gesagt. Ihr habt euch alle darüber lustig gemacht. Wirklich sogar. Ich habe das nicht gesagt. Das war Chapter. Der heißt Chapter. Ich weiß, das ist Chapter. Der Yusuf war das. Aber ihr habt alle da mitgemacht. Keiner von Herrn hat gesagt, hey, was sprichst du da? Wieso nimmst du den Namen des Herrn und ziehst es durch den Dreck? Die Christenheit hat ein Level erreicht, unterste Schublade. Da wollt ihr nur hochkommen und mit euch, mit Tito sprechen. Und ihr habt uns alle als Heretiker beleidigt. Alle. Aber der Herr segne euch. Ich höre nicht sauer. Es müsste alles mit den Herren ausmachen, wie ihr den Namen des Herrn durch den Dreck zieht. Weil jeder von euch hätte aufstehen müssen gestern und sagen, hey, was sprichst du da? Wieso nimmst du den Namen des Herrn und verfluchst Menschen? Seid ihr noch ganz normal? Ja, vielleicht steht der hier dahinter, der Samuel. Man muss ihn fragen. Stehst du dahinter, was da geschehen ist oder nicht? Der wollte alleine reden. Ich wurde auch gestummt. Also erstmal. Der wollte alleine mit ihnen reden. Danach hat Abu Ahmed auch mit ihnen geredet. Ich habe nur gesagt, die sollen alle, guck mal, die sollen einfach nur Chapter und Dings. Lugier heißt der. Die sollten zusammen reden. Weil der wollte eigentlich mit Chapter reden. Samuel, ihr seid jung. Ist euch eigentlich bewusst? Ist euch eigentlich bewusst, wenn ihr sagt, Herr Jesus Christus sollte euch, dich und alle Freikristen verfluchen? Ist der eigentlich bewusst, was du da machst? Und ist er bewusst, was er gemacht hat? Dass er den Namen des Herrn nimmt, um jemanden zu verfluchen? Und ihr seid da hoch und sagt da gar nichts. Weil ihr verblendet seid mit deiner Religiosität. Ist dir das eigentlich bewusst? Ja, ich weiß. Ich hoffe, das tut er für alle Buße, was er da gemacht hat. Wirklich. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Er wollte euch da nur mit Tito helfen. Und ihr habt ihn alle angegriffen. Nur weil er, nur was war? Nur an den Herrn Jesus Christus glauben und keine Steinkirche oder sowas? Jemand, der sagt, die Kirche ist über der Bibel, die Bibel bezieht, die Kirche bezieht, die ganzen Priester sitzen da vorne und lesen aus der Bibel raus. Was ist da die Höchste? Das ist Gottes Wort. Durch ein Bewusstes, was er da sagt. Wir sind die Erektiker. Wir sind die Erektiker. Nur nach dem Herrn. Nur nach dem Herrn sind. Und nichts anderes. Mach dir mal ein bisschen darüber Gedanken. Lässt mal die Bibel und versteht die Bibel, was da drin steht. Ich möchte dir was wirklich in der Bibel sagen. Hörst du mich? Was? Ich möchte dir was wirklich in der Bibel sagen. Guck mal, denn ist das nicht traurig. Ich höre das von deinen eigenen Glaubensgeschwistern. Lass mich das Beispiel lustig machen über die Bibel. Sie machen sich lustig über die Bibel. Deine Glaubensgeschwister, die auf TikTok machen sich lustig über Johannes 3, Vers 3. Wie findest du das, dass deine eigenen Glaubensgeschwister über Johannes 3, Vers 3 lassen und sagen, oh, bist du auch etwa ein wiedergeborener Sektenmitglied? Das ist absolut Spott. Und ich finde das so traurig, dass Leute, atheister oder eigene Muslime, die hören das, die lachen sich tot in der Kur, wie die Christen sich gegenwärtig da zerfleischen und sich kaputt machen. Einfach nur traurig. Das, was ich über diesen Vers lustig mache. Das ist der einzige, dieser Vers, das weißt du eigentlich, wenn du nicht wiedergeboren wärst, das Wort Gottes sagt es. Das Wort Gottes sagt, wenn du dich wiedergeboren wärst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Ich find's aber traurig, dass ihr Orthodoxen euch darüber lustig macht. Und dafür müsst ihr Brüße tun. Welche Orthodoxen denn? Zum Beispiel der Schrenggläubig oder auch die Leute, mit denen du gestern da live warst. Ich will jetzt auch die Namen nicht erwähnen, ich will jetzt auch keine Werbung machen. Diese Leute und noch andere Orthodoxen, das sind keine Einzelfälle, die machen sich lustig über Johannes 3, Vers 3. Oder Reza, wo ich dir das gesagt habe. Und die sich lustig machen über die Errettung. Ja. Das ist absolut böse. Wir waren nicht Orthodoxen. Ich sag mal, ich sag mal, wie der Herr das geführt hat. Warum bist du heute da drin und ich bin noch da drin? Wie kam das jetzt, dass du einfach hier reinkommst und wir darüber reden können? Mach dir darüber mal Gedanken, wie der Herr das geführt hat, damit du das mal erkennst, was da eigentlich gestern passiert ist. Wir haben Christen, Leute angegriffen, die beim Herrn sind. Wir haben Wieden und alles. Habt ihr angegriffen? Weil ihr seid alle drei nicht mehr so alt wie ich alleine. Und ihr spricht so unverschämt. Das ist unfassbar. Aber jetzt wollte ich wissen, was der Samuel überhaupt uns sagen möchte. Der ist doch einfach jetzt hochgekommen. Bis jetzt weiß ich immer noch nicht, was er sagen möchte. Ja, ich wollte eigentlich nur hochkommen und mit euch nur reden. Das war es eigentlich. Nicht mal über das, über gestern wollte ich überhaupt nicht mehr reden. Ich wusste nicht mal, dass Lugia zu euch gehört. Ja, warum sprichst du mit den Rhetikern eigentlich? Du hast doch gestern gesehen, wie die mit uns gesprochen haben. Wieso kommst du hoch und sprichst mit den Rhetikern? Mit denen der Chapter geredet hat. Chapter hat ihn verflucht, auf jeden Fall, das weiß ich ja. Wir haben auch Chapter gesagt, er soll sich mal beruhigen. Ihr habt alle da mitgemacht. Den hättet ihr eigentlich sofort rausschmeißen müssen. Und euch bei Lugia entschuldigen sollen. Weil er erst mal berättet hat, er ist eine andere Person, die er nicht ist. Er ist nicht Mentor. Er ist jemand ganz anderes. Und das Verhalten solltet ihr echt mal überdenken. Werdet mal erwachsen. Wirklich. Werdet erwachsen. Wisst ihr, welche Gruppe noch Leute verflucht? Eine Gemeinde aus Pforzheim. Kennt ihr die? Ja. Wisst ihr, wen ich meine? Ja. Wir machen Stoßgebiete gegen sie. Wir machen Stoßgebiete gegen ihn. Wir verfluchen ihn. In Pregatory Prayers. Amir. Amir, Bruder Amir. Das ist Wahnsinn. Was ist ein Wahnsinn bei uns? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss das mal abspielen. Ein Moment, ein Moment. Pass auf, dass deswegen nicht dein Stream eingeschränkt wird. Ja, warte, egal. Warte. Diese Sekte hat noch gefehlt in dieser geschlossenen Abteilung namens Laodicea. Bruder Reza, wir haben auch die Mutter von ihm beleidigt. Bruder Reza in diesem Stream. Nein, hör auf. Ja, aber gut, das sind Muslime. Bruder, das ist unfassbar. Ich war gestern schockiert. Aber vielleicht warst du bei Muslimen im Livestream. Nein, Bruder Reza. Nein, das sind Muslime. Das ist unmöglich. Ein Christ mit Mutter und Sohn. Nein, das sind Muslime. Bruder Reza, ich habe das Video mit dir deine geschickt. Vielleicht sind das Muslime, die sich mit Kreuz schmücken oder sowas. Bruder Reza, ich habe das Video. Bruder Reza macht sich. Er macht Ironie. Das Video ist ein bisschen zu erzählen. Aber... Mach bitte darüber Gedanken, weil das ist deine Seele, mit der du spielst. Und da ist kein Jusik bei dir, der dich danach mit dir verweist. Ja, ja, hör mal, hör mal. Was machen wir mit dem? Wir... Jetzt ist ja schwer. Wie behandeln wir Ortei ganz mal? Was machen wir mit dem? Wir entklaven ihn weiter. Wir kriegen den Entklaven jetzt. Der ist so kreif. Wir werden ihn weiter beleidigen. Wir werden ihn weiter beleidigen. Wir werden... Obwohl der Herr Jesus Christus gesagt hat, segnet ihn, die euch beleidigen. Guck mal, was der macht. Ja, genau das ist andersrum. Ist ja genau das Gegenteil. Wir werden ihn sprechen. Stoßgebeten. Im Pregatory prayer. Lieber Herr, töten ihn bitte. Lieber Herr, töten ihn bitte. Und der Staatsschutz ist dann jetzt auf den Fersen von den Leuten. Na, absolut krank. Absolut krank, ey. Absolut krank, ey. Der Staatsschutz ist hinter Christen. Das ist unfassbar. Der Staatsschutz ist ja aufmerksam geworden auf die Welt. Die haben öffentlich dafür gebetet, dass der stirbt, der Herr Lothar Grasmann. Das ist ein geisteskrank, ey. Amir, Amir, ich setz mal noch einen auf. Warte, Bruder, Reza, Reza, ich will noch einen draufsetzen. Da haben die gesagt, Amir, da haben die gesagt, wir wollen ja nicht so eine Penners im Himmel sein. Die wollen nicht so eine Penners im Himmel sein, TikTok sportlich, haben die gesagt. Aber Penners auf Erden wollen die sein, oder was? Penners auf Erden, okay, aber Penners nicht im Himmel. Ich verstehe das. Penners! Sahi, alle Bukari. Man möchte meinen, dass sie so einen Film machen, so eine Komödie. Aber das ist ernst, das ist echt. Das ist, das meinen die wirklich ernst. Das ist keine Komödie. Reza. Ja. Warte. Sahi, alle Bukari. Wisst ihr, ihr Lieben, was Bukari bei uns bedeutet? Auf Persisch Bukari das Wort? Heizung. Sahi, Heizung. Eine authentische Heizung. Authentische Heizung. Ja, Bukari. Bukari bedeutet Heizung bei uns in Iran. Das war ein Perser. Bukari war ein Perser. Kann er nicht einmal den Reza-Song anmachen? Amir, kannst du den Reza-Song anmachen? Hast du den? Den wollte ich gerade machen. Ja. Bukari schickt er das. Bukari schickt er das. Kann doch wohl nicht wahr sein. Oder er hat das auf seinem anderen Account oder was? Reza, der Feind der Laodizea. Reza, der Feind der Laodizea. Reza, der Feind der Laodizea. Auf welcher Account hast du mir das geschickt? Äh, Facebook. Ah, Fratzenbuch, okay. Ich hab nichts erhalten. Warte mal. Dani. Dani. Ah, jetzt. Reza, der Feind der Laodizea. Da der Feind der Laodizea. Hast du schon gehört? Nein, was denn? Ja. Huaa. Da. Reza, wie hei, Reza, da. Was der Faunço McMahonタà. Reza, hier, Reza da. unquote. Als hätt das Dieter Wohl geschrieben. Ja, dieser Reser, was geht dir denn sich ein? Das sah ich ihm noch ein. Ein paar Gerüchte hier und da. Ein paar Lügen gehen schon klar. Der Reser, der Feind, der Laud ist sicher. Ja, dieser Reser, was geht dir denn sich ein? Was spielst du dir ein, Reser? Die kennst du nur. Heil absprich, heil absprich, was soll das? Die ganze Müll hier. Reser hier, Reser da. Das machst du alles wunderbar. Das ist gar nicht mehr. Gänse auf. Ich wollte nur das sagen. Ich bin wieder runter. Ich wünsche euch allen Gottes, allen Segen. Samuel, Samuel, bitte denkt darüber nach, was er da gemacht hat. Rede mit den Leuten, weil das ist nicht schön. Du verhältst dich kein Christ. Denk mal bitte darüber nach. Der Hälfte. Kein Christ sollte einem anderen die Hölle wünschen. Egal wer es ist, ne? Das. Ja, Gottes Segen. Gottes Segen. So, wolltest du noch was sagen, Samuel? Nee, nee, ich will nicht. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen hier oben bleiben. Und vielleicht Muslime hier. Okay, danke, dass du dabei warst. Gott segne dich. Ja, okay, tschau. 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 Reser hier. Oh, Reser. Oh, na. Jetzt hab ich eine Ruhe. Hallo, hallo, hallo. Gottes Segen. Hallo, hallo. Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie. Deine auch auf jeden Fall. Aber ihr solltet den Menschen nicht das Heil absprechen, mein Lieber. Was? Ihr solltet den Menschen nicht das Heil absprechen. Was? Wer macht denn sowas? Ja, wer macht sowas, habe ich gesagt. Ja, wer? Ja, alle werden vor dem Herrn stehen, ja. Was? Ich kenne nur den Song hier. Was hat dieser Mann noch gemacht? Just, stand's high. Just, stand's high. Bein deridoset boblik. Ich kenne aus. Das halle ich wieder rein. Eben deridoset constructiv. In deridoset klar. Das Haus ist소라. Ist schon klar. Tollte und bin ich auch. Da schau ja. Gänse. Was ist das für ein Song, ey? Der Reza hier, Oh la 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 Mein Bruder hat auch seinen eigenen Song, das kannst du keinem erzählen. Hallo, grüß dich. Hallo, mein Herr. Du, Armin, ich habe eine Frage an dich. Ja? Und zwar, wann kommst du zu der wahren Kirche, zu der wahren Konfession endlich? Was für eine wahren Konfession denn? Katholizismus, kann ich dich dafür begeistern, mein Lieber? Hör auf mit dem Unsinn, wir sind beim Herrn Jesus Christus, wir brauchen keine Kirche, keinen Katholizismus, Orthodoxie oder sonstiges, wir sind Kinder Gottes und das bleiben wir auch. Definitiv, mein Lieber, aber musst du nicht auf dein Glauben richtig praktizieren, weißt du, was ich meine? Ja, wir müssen viele Babys taufen und viel Maria anbieten, danke, dass du dabei warst. Wann kommst du zum richtigen Glauben, ja natürlich, so ist das richtig, immer weitermachen. Sie beten doch nicht Maria an, was redest du doch? Leider Gottes schon, sie machen Fürbitte bei Maria, taufen Babys. Ja, und es machen andere Sachen, sehr sehr heftig. Na und, wie na und. Was ist denn bloß los mit einigen dir? Armin, komm zurück zur Wahrheit. So, was für eine Wahrheit denn? So, da bin ich ja Gottes Segen, Armin. Hallo, mein Lieber, mein Gott segnet schon. Er kommt zurück zur katholischen Kirche, Bruder. Was soll ich denn da? Wir warten auf ihn. Ja, das Heil gibt es nur in der Kirche, mein Lieber. Ach, das Heil gibt es nur in der Kirche, nicht bei Jesus Christus, ne? Natürlich, du ich ihn auch, aber die Kirche ist das... Ach, du ich ihn auch, also es gibt zwei Gegens. Hallo, hallo, Armin. Hast du mich ansehen, mein Lieber? Um Gottes Willen, jetzt weiter ansehen. Was sollt ich ansehen, christlicher Form hier, ey? Lass mich auswählen. Siehst du, sie hat Angst, ha? Hör doch mal kurz so. Das kannst du doch keinem erzählen, Armin. Das kannst du doch keinem erzählen, du. Das ist doch der Wahnsinn. Lass doch alles nicht mehr kochereien. Spaß beiseite, Armin. Wir wissen beide, das Fundament von Christi ist die Kirche. Das Fundament ist nicht er selber, sondern irgendeine Kirche, ne? Richtig, die katholische Kirche. Aber was ist denn mit der orthodoxen Kirche? Die nicht, die ist heretisch, ja. Ach so, die ist heretisch, was mit der evangelischen? Auch, auch. Ach so, nur deine Kirche ist dann die richtige? Richtig, nur die katholische Kirche, genau. Also, was genau ist denn daran richtig, dass der Papst Babypuppen küsst? Hallo, hallo, hallo. Bitte nicht über den Papst spotten. Soll ich jetzt auch Livestreams machen und Babypuppen küssen? Ja, gerne, wenn du das willst. Und soll ich mir eine Maria-Statue hier links von mir aufstellen, in meinem Büro hier? Okay. In meinem Netzmobil? Ja, was daran so schlimm geht. Viele Maria-Bilder, was meinst du, wie die Katholiken sagen, Amir ist der allerheftigste? Guck mal, der hat Maria-Bild da, Jesus-Statue hier und dann streich dich ab und zu mal hier, ne? Amir, Amir, Amir. Dann liebt ihr mich dann, richtig, ne? Amir, Amir, beten wir die Statue an? Also, diese Statue knien und das Streichhäfer, wie nennt man denn sowas? Ja, du kommst hier mit Ursachen, Aussagen und du hast gar keine Quellen, ne? Ja, hat der Herr Jesus sowas gemacht? Sag mal bitte. Ja, gab es früher schon Ikonen, ne? Wer ist dein Vorbild? Wer ist dein Vorbild? Jesus Christus natürlich. Hat Jesus Christus jemals eine Statue aufgestellt und sich vor ihr sehen niedergekniet und sie gestreichelt und so? Das geht ja nicht. Jesus Christus ist Gott. Vor wem soll er sich niederwerfen? Ja, aber der ist der zweite Philippa 2, Vers 6 bis 11. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, verstehst du? Ja. Das heißt, wir sollen uns ihn als Vorbild nehmen. Richtig. Und wenn er solche Sachen nie getan hat, warum sollten wir dann etwas tun, was er nie getan hat? Ja. Aber wir machen ja nur Fürbitte bei Maria. Wir beten Maria nicht an. Warum sagt der 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, denn es gibt nur einen Mittler zwischen uns und Gott und dem Menschen. Das ist Jesus Christus. Ja, Gott, Jesus Christus, der Sohn ist der Mittler. Trotzdem widerspricht das nicht der Fürbitte. Trotzdem fügen wir dem Wort Gottes jetzt wieder etwas hinzu und müssen Maria wieder ein. Nein, 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 nein. In der Bibel steht auch, Fürbitte ist biblisch. Ich habe dich gerade was gefragt. Was sagt die Bibel uns bezüglich der Fürbitte? Kein Problem. Ich suche dir kurz den Bibeltext raus. Ein Moment. Wenn du mich schon verherrlichst mit so einem Lied, dann mach das richtig mit schöner Stimme. Abi Reza, bist du wieder da? Abi? Ja, Abi. Holt erst mal Popcorn und eure Lieblingspuppen, Voodoo-Puppen oder was. Holt erst mal eure Lieblingsstatuen alle und Popcorn und dann können wir loslegen. Dann können wir loslegen. Jeder soll seine Lieblingsstatue holen. Ich verstehe nicht, warum wir nicht alle sagen können, lasst uns doch Jesus verherrlichen. Lasst ihn uns beheben. Lasst ihn uns hochheben. Lasst niemanden anderen um ihn hochheben. Gebt ihm die Ehre. Gebt ihm alles, was ihr habt. Lass mich ausreden. Lass ihn ausreden. Nein, guck mal, Spaß beiseite. Jakobus 5,14 bitte einmal vorlesen. Das ist ja Jakobus 5,14. Ja, ich kann nicht. Ich soll er kurz vorlesen, wenn er das rausgeholt hat. Na ja, wie könnt ihr das schlafen, hm? Wir sind bei der Arbeit, mein Lieber. Wir sind nicht arbeitslos. Aha, guck mal. So, jetzt urteilst du wieder, ja? Nein, ich sag dir, wir sind nicht arbeitslos. Wir sind bei der Arbeit. Ja, okay, okay. Alles gut. Lies doch mal, du hast es doch schon rausgeholt. Das war zu viel inurteilen. Wir müssen arbeiten, wir sind auf der Arbeit. Warte doch mal, warte doch mal. Wie soll ich denn lesen, wenn ich diese App hier verlassen muss dafür? Ja, siehst du? Ja, siehst du? Gehst du kurz zu deinem Kollegen? Zu deinem Kollegen, der hat auch Handy. Zu welchem Kollegen? Zu Kollegen. Nicht zu Fahrrad Bank, du musst zu Kollegen. Besser, bessere Verse. Sie hat bessere Statuen, die ihr verkauft. Ihr seid ziemlich respektlos, hm? Der Fahrrad, der hat nicht gute Statuen. Amen, amen. Sehr gut. Ihr Amen sagt, der haben wir sogar dazu. Das war ein Vers. Amen. Das war ein Vers für ihn. Sehr, sehr gut. Mulus, mein Lieber, du musst dich von diesen ganzen Statuen und von den falschen Lehren der katholischen Kirche verabschieden, wahrhaftig Buße tun, wiedergeboren werden, den Heiligen Geist empfangen, versiegelt werden mit dem Heiligen Geist und dann lässt du dich noch einmal taufen. Okay. Also ich habe eine kurze Frage. Also was sind denn für dich Katholiken jetzt? Ähm, Entschuldigung, Orthodoxen. Nein, Orthodoxen. Das habe ich schon einmal gesagt und das werde ich nicht wiederholen. Er meinte, das ist Ungläubige. Also Orthodoxen sind dann alle Ehrlehrer, richtig? Ja, klar. Die Orthodoxie hat gespaltene Lehren. Aber sind dann alle Ehrlehrer, richtig? Also die Orthodoxie glaubt zum Beispiel nicht an die Filioque. An das Purgatorium, ja, an das Papsttum, genau, zum Beispiel. Okay, und das heißt, die gehen dann verloren? Das habe ich nicht gesagt. Ja, okay, das sind aber Ehrlehrer dann. Also es sind abspaltene Lehren von der katholischen Kirche, ja. Okay. Ja, okay, also was sollen wir jetzt folgen? Den Orthodoxen oder die Katholiken? Ja, ich würde natürlich die Katholiken im Vordergrund ziehen. Ja, aber die sagen wie, ich würde natürlich die Orthodoxen. Aber Reza, Reza, wer war denn der erste Papst? Siritius, Ende des vierten, fünften Jahrhunderts. Ja, war nicht Petrus der erste Papst laut Bibel? Wie Papst? Ja, der erste Papst? Ne, der war einfach der älteste der Jerusalemer Gemeinde. Es gab keine Papsttum. Diese Fasching-Kostüme und so weiter kam erst später. Ja, dann würde ich kurz gleich mal was aus der Bibel vorlesen. Genau, Fasching-Kostüme und diese Mithra, Fischkopf-Mithra, babylonischer Fischkopf-Dagon, kam erst später. Mhm, mhm. Ja. Oder hast du einen Vers, wo das steht, wie soll man einen Fischkopf-Mithra auf den Kopf setzen und Fasching-Kostüme anziehen? Mhm, mhm. Wenn du einen Vers mir gibst, dann gerne. Amen, amen, einen Moment. Aber ich kenne einen Vers, wo der Papst sein Haupt schändet, 1. Korinther 11. Wenn er was auf dem Haupt trägt und predigt. So. Da kenne ich einen Vers. Hörst du nicht, hört man mich. Wir gehen in Matthäus 16, 18, ja? Und? Ja. Ja. Ja, an alle hier, die anwesend sind, kommt zurück zur Kirche, ja? Ihr Freikirschler, ihr legt die Bibel selber aus. Das geht nicht. Ihr habt keinen Vormund, ja? Wer sagt euch, wie die Bibel zu verstehen ist, ja? Wir haben Kirchenväter, die uns vorgelegt haben, wie die Bibel zu verstehen ist. Es kann nicht sein, dass tausende Freikirschler die Bibel selber interpretieren, ja? Der eine sagt, das Glas ist blau, dann sagt der eine, das Glas ist leicht türkis, ja? Und irgendwann ist das Glas dann gelb, wenn ihr versteht, auf was ihr hinaus will. Das läuft so nicht, ja? Das ist doch der Wahnsinn, das kannst du jedoch keinem erzählen. Nein, natürlich ist der Papst los. Hallo, hört man mich? Ja? So, erzähl bitte keinen Schwachsinn, ja? Eure Kirche ist voll mit Götzendienst. Eure Kirche ist voll. Kannst du Quellen dazu bringen oder philosophierst du nur? Nein, nein, ich kann dir zeigen. Ja, dann bitte, bitte. Okay, okay. Dann mach mich mal ganz kurz groß, Armin. Ich muss mal ganz kurz gucken. Einen Moment, ich komm gleich, warte. Dann schauen wir uns das doch mal an, oder? Ja, bitte, bitte, mein Bruder. Bitte, bitte, natürlich. Ja, bitte, der muss gegeben werden. Amen, Amen. Ja. Einen Moment. Ja, wie ihr seht, sind alle von mir geflüchtet. Ja. Der Armin ist nicht da. Der Reza hat zufällig ein Telefonat. Keiner flüchtet vor dir. Keiner flüchtet vor dir. Okay? Ja. Warte, bitte. Ich warte, ich warte. Ja, schön die Kaffeepause hier. Amen, Amen. Kommt alle zum Herrn und zur katholischen Kirche zurück. Er geht aus der katholischen Kirche raus, aus dieser Götzenkirche. Das ist doch der Wahnsinn hier, das kannst du doch keinem erzählen. So, wir kommen zu Matthäus 16, 18, ja? Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischen Reich geben. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein, ja? Wer hat die Schlüssel bekommen? Petrus, ja? Das, was du auf der Erde bindest, das soll auch im Himmel gebunden sein, ja? Dort sehen wir ganz klar, dass Petrus der erste Papst war, ja? Die erste Kirche steht bis heute noch in Rom. Und wie könnt ihr das leugnen, ja? So. Jetzt mache ich mal die Kamera an. Sieht man mich? Sieht man das? Erwarte mal eine Quelle, ein Bild. Wie ein Bild? Hast du was geraucht? Nee, natürlich nicht. Ja, aber warum lachst du? Ich finde das gar nicht witzig. Ja, okay, dann machen wir das Bild groß. Dann gehen wir sogar auf das Bild ein, wenn du willst. Ja, ja, wir gehen ein. Machen wir. Gehen wir ein, Bruder. Ja. Warte mal. Eine Frage an dich. Liebst du mich? Natürlich. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was hier mit der Kamera ist. Ich kann das leider nicht zeigen. Sieht man das Bild, Leute? Hallo, Leute. Sieht man das Bild? Verzeih mir, ich bin einfach ein fröhlicher Mensch. Ich lach gerne. Okay, ich seh das Bild, aber irgendwie nicht komisch. Achso, man hat das Bild gesehen, ja, Bruder. Aber halt sehr klein, ne? Und ich denke mal, Army ist gerade nicht anwesend. Das ist das Problem. Ich finde es schön, wie die Leute hier in den Kommentaren mir Dämonen zuweisen, ne? Oder mich saaten, ne? Ich verteidige hier nur meine Kirche, woran ich glaube, und ich werde direkt als Satan abgestempelt. Was ist denn das? Ist das Nächsten, Liebe, ja? Ja, natürlich. Ich warte gerne, bis Army und Reza wiederkommen, ja? Ja, Amen, Amen. Nochmal predige ich. Kommt alle zurück zur Wahrheit, ja? Die Kirche ist das Fundament Christi. Die Kirche ist die Gemeinde, wo alle Gläubigen zusammentreffen. Der Herr spricht, ja? Dort, wo zwei sind, dort bin auch ich, ja? Ich erzähl dir kein Müll, ja? Mit deinem Götzendienst, äh, Tempel da, mit deinem Götzen, äh, Kirche da. Okay, warum ist das Götze, mein Lieber? Allein schon so viele Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Gut, ja, okay. Warte mal ganz kurz. Warum habt ihr eigentlich diese babylonischen Hüte auf? Diese Fischhüte? Mhm, mhm. Warum macht ihr das? Mhm. Warum habt ihr, warum verehrt ihr den Pahngott? Warum macht ihr das? Warum verehrt ihr Jupiter? Warte erstmal. Warum verehrt ihr Jupiter, Phönix, aus der Asche? Warum verehrt ihr das alles? So, jetzt hast du... Warum habt ihr die Gangzeichen? Warum habt ihr Baphomet? Warum habt ihr Moloch? Was machen die? Wie? Haben sich diese Götter bei euch eingeschlichen? Oder ist das Schutz? Was ist das? So, vier Aussagen getätigt, keine Quelle genannt. Wie, keine Quelle? Army soll mich groß machen. Army, mach mich bitte groß. Army, mach ihn bitte groß. Guck mal, erklär uns das mal bitte. Da bin ich wieder. Was ist hier los? Erklär mal. Der Katholik soll das mal erklären. Was ist das? So, so. Ähm, äh, Farmer, Farmer, stell dir eine Anfrage. Nein, keine andere Frage. Du sollst darauf eingehen. Nicht andere Frage. Aber ich hab einen katholischen... Ach, dieser Fischkopf, ne? Das soll diesen Fischkopf-Dragon, ne? Genau, der katholischen Bruder. Genau, das ist das. Das haben die, ähm, die Priester in, ähm, damals die babylonischen Priester genommen, die da, äh, Opferung gemacht haben. Genau der gleiche Hut. Ja, genau. Komisch, dass die ganzen Sachen, wo Pfeile drauf sind, dass das nochmal irgendwie bearbeitet ist mit Schriftzügen, ja? Ja, okay, alles klar. Bitte lenk doch nicht ab. Ja, warte, ich hab einen katholischen Bruder, der kennt sich mit den Kopfbedeckungen genau aus. Ja, dann mach mal. Erzähl mal, warum sind diese ganzen Götzen da drauf? Ja, nehmt ihr doch bitte hoch. Nehmt ihr doch bitte hoch. Ja. Ja, Martin oder, Martin oder Fahr mal, guck mal. Ja? Fahr mal, Martin. Okay, danke, dass du dabei warst, Bollos. Ja, also warum flüchtet ihr? Warum flüchtet ihr? Ja, komm, ich hab keinen Nerv für so einen Unsinn. Schade, aber die eigene, das wollte ich gerade anfangen. Ah, ich hab keine Lust auf diese, äh, komischen Diskussionen, aber nicht. Ja, okay. Wo ist mein Bruder hin? Was ist da passiert? Ich weiß nicht, ähm, er ist einfach rausgegangen. Du hast Angst. Hä? Jetzt kommen auf einmal alle Katholiken hier hin, oder was ist das? Was ist denn jetzt passiert? Du hast das zugegeben, die ganzen Katholiken am Hals. Ach, die soll Gott segnen. Ich werde niemals jemanden verfluchen, oder irgendwie. Äh, warte, warte, warte. Bist du nicht derjenige gewesen, der beleidigt hat und gesagt hat, äh, nein, aber hast du nicht, gibt es da nicht ein Video? Bruder, äh, Bruder Sefu, ich seh, dass du hier drin bist, komm bitte hoch. Hä? Ja, auf jeden Fall, Mohammed ist der letzte Gesandte. Wer? Mohammed ist der letzte Gesandte. Mohammed ist der letzte Gesandte? Ja, das steht sogar in eurer Bibel. Achso, du bist ein Moslem. Ja, natürlich. Achso, ja, okay, in Matthäus 7 wird er erwähnt, du hast recht, da wird er wirklich erwähnt. Nein, nicht in Matthäus 7 mit den falschen Propheten. Diese falschen Propheten ist plural, Mohammed ist nicht plural, es ist eine singulare Propheten. Nein, gehören mit zu den falschen Propheten. Ein Prophet, der sagt, dass eine Frau die Busen zum Nuckeln geben muss, das ist auf jeden Fall ein richtiges. Und Paulus? Paulus hat niemals gesagt, dass seine Frau ihre Busen geben soll. Naja, das ist auch nicht mein Kontext, aber wenn doch... Stell dir auch vor, du musst deiner Mutter beibringen, ja Mama, du musst dir einen erwachsenen Mann stillen gehen, damit ihr Stillverwandtschaft herstellt. Welcher Dreckhaufen macht sowas, Mann? Ja, ohne Spaß, Mohammed ist wirklich verflucht, Digga, ohne Spaß. Das ist ein Typ, ja. Geh raus. Unglaublich, ja. Reza, der Reza, 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 Lauditze. Dieses Lied geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Reza, na. Das könnte echt von Dieter Bohlen komponiert worden sein. Hallo? Hallo, Gottfrieden. Gottes Segen, mein Lieber. Ja, nochmal zu dem Thema mit, ihr habt ja gerade Bullus rausgeschmissen, warum auch immer, aber ich weiß, Mohammed hast darauf keine Lust, aber Evangelist zum Beispiel, dass du die ganze Zeit auch gegen die apostolische Kirche abschießen bist. Sobald ihr nicht in einer Kirche seid, seid ihr nicht im Leib Christi, ist das doch echt klar. Okay, wann sind wir denn im Leib Christi, nur wenn wir in einer Kirche sind? Ja, wenn ihr in der apostolischen Kirche seid. Ach so, okay. Vorher nicht, ne? Nein. Ach so, okay. Also, die Gläubigen weltweit bilden nicht die Gemeinde Christi, sondern eine Kirche dann, ne? Ja, ist ja das Gotteshaus. Ach so, da wird das als Gotteshaus bezeichnet, ne? Ja, natürlich, durch das Vorlesen. Also, wenn zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, dann ist das, was ist das dann? Ja, ich lese dir vor, im Moment. Ja, aber warte mal, was ist das denn dann? Ist der Herr unter Ihnen, oder müssen wir erstmal in die Kirche gehen? Ja, der Herr ist überall, lass mich den, lass mich den vorlesen. Aha, sehr gut, du hast die Wahrheit gesprochen, der Herr ist überall. Und nicht nur in deiner Kirche zu finden, okay? Ja, aber der Leib ist die Kirche, das kannst du nicht leuten. So, lass mich dir vorlesen. Der Leib, den die Gläubigen weltweit bilden, das ist der Leib Christi. Ja, die Gläubigen, Katholiken, die Gläubigen, Orthodoxen, ja. Ach so, nur ihr seid die Gläubigen, alle anderen sind ungläubig, ne? Soll ich dir mal vorlesen, was Irenaeus sagt dazu? Irenaeus, was sagt Irenaeus denn? Der gute Irenaeus sagt zum Beispiel, Leute, die sich irgendwo zusammentreffen und aus Etikettengründen oder aus ihren Gründen sonst was, sie nicht in der Kirche treffen wollen, die soll man als Irrlehrer betrachten. Ach so, das heißt, der Herr Jesus Christus ist dann nur in dieser Kirche zu finden, nicht wenn Gläubige sich zusammentun, um Brot zu brechen und zu beten und den Herrn zu preisen. Dann ist der Herr da nicht. Die der ist da nicht. Okay, wenn sich Gläubige zusammentreffen draußen und zusammen die Bibel lesen, den Herrn preisen und so, da ist der Herr Jesus Christus nicht zu finden, ne? Wie meinst du, dass er nicht zu finden ist? Natürlich ist er da. Ja, aber der Leib Christi ist die Kirche, das kannst du nicht leugnen, das steht in der Bibel. Der Leib Christi ist die Kirche, obwohl da steht, jeder Gläubige in der Welt ist der Leib des Herrn. Ja, wir sind auch der Leib Christi. Jeder seine eigene Funktion hat. Aber du merkst doch selber, wenn Jesus sagt zu Petrus, guck mal, ich bin orthodoxer und ich stimme Bullus da komplett zu. Petrus war der erste Papst und Clemens war der vierte. Der zweite fällt mir gerade nicht seinen Namen an, aber sie sind auch namentlich erwähnt. Wenn du Clemens ablehnst, er hat auch einen Brief geschrieben, in Philippa wird ganz klar gesagt, dass er im Buch des Lebens steht. Wenn das irgendein Irrlehrer war und die Kirche verraten hat, wie das die meisten so behaupten, dann wäre er ganz sicherlich nicht im Buch des Lebens. Ach so, sein Name ist im Buch des Lebens? Ja, soll ich dir das vorlesen? Ja, mach mal. Schlag mal Philippa Kapitel 4 auf. Ja, mach mal, lies mal von uns vor, schnell. Weil ich muss was machen. Lese ich auch aus Schlachter, damit ihr das alle annimmt. Warte noch nicht, ich muss kurz was machen, bleib mal da. Vorlesen, nichts sagen, warte. Okay, könnt ihr euch jetzt schon mal aufschlagen, Philippa 4. Also, ihr könnt schon mal alle aufschlagen, Philippa Kapitel 4, Vers 3. Bitte, ich muss warten, mal vor mir. Evangelist, möchtest du das nicht vorlesen, wenn ich nicht darf? Hallo? Wie bitte? Möchtest du das nicht vorlesen? Äh, was denn? Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Ich bin gerade bei der Arbeit. Warte mal bitte. Warte bitte, warte bitte. Das ist es wieder. Dann sind sie wieder weg und dann wird man rausgeschmissen, wie Bullus. Das gleiche. Dann wird irgendwas wieder gemacht und dann... Egal. Ich kann ein bisschen predigen, wenn ich nichts vorlesen darf. Ja, Leute, findet auf jeden Fall zur apostolischen Kirche. Ihr kennt ja die Glaubensbekenntnisse. Das Apostolische. Da steht ja nicht irgendeine Kirche, da steht ja die Apostolische. Da steht ja nicht irgendeine... Keine Kirche rettet nicht. Kirche rettet nicht. Das erzählst du da. Diese ganzen Kirchen sind vom Satan geführt. Also, Sola, Sola... Alle Kirchen sind vom Satan geführt. Allein der ganze Missbrauch. Dann glaubst du Jesus nicht. Wenn Jesus sagt, sie betrachten, sie segnen Waffen. Ja, das ist ein Roman-Argument. Wenn Petrus von Jesus gesagt bekommt, deine Kirche... Guckt euch das mal an, Leute. Die segnen im Namen Gottes die Waffen. Hat das der Jesus auch getan? Guckt euch mal die ganzen Missbrauchfälle in der katholischen Kirche an, in den Großkirchen. Schaut es euch mal an. Jedes fünfte und sechste Kind ist betroffen. Das müsst ihr euch mal geben. Und dann schaut euch mal die katholischen Priester an und die altbabylonischen Priester. Seht ihr das? Das kann man genau vergleichen. Diese ganzen katholischen Priester, die oben sind, sind alle involviert und sind alles Teufelsanbeter. Aber die Kirche ist nicht ein Ort, wo die besten Leute drin sind. Freimaurer und Katholiken sind zusammen am Gottesdienst. Soll ich das zeigen? Freimaurer und Katholiken machen zusammen am Gottesdienst. Aber wir waren bei Philippa Kapitel 4. Und jetzt? Und jetzt? Warte, hab ich dir nicht gesagt, du sollst nicht reden, bis ich da bin. Das heißt, ich soll nichts vorlesen. Warum hörst du dich? Warum hörst du dich? Warum hörst du dich? Der will hier predigen. Der will hier Werbung machen für katholische Kirche. Ich hab den gesagt, warte kurz. Wenn er höflich wäre, hätte er gesagt, okay. Dann warte ich, bis du da bist. Er hätte wäre ruhig gewesen. Aber sowas geht gar nicht. Nein, nein, der will hier seine katholische Kirche. Für 450 Zuschauer, der will hier verführen. Unglaublich. Bleib doch locker. Hallo. Hallo. Gott segne euch allen. Was ich dazu sagen möchte, ist, dieses ganze Kirchensystem, wie es in Deutschland funktioniert, ist reine Sektenführerei. Also, ich bin selber Christ, aber das Fundament Gottes ist nicht die Kirche. So sag ich das. Nicht nur du, sondern die Bibel sagt das. Denn jeder Gläubige weltweit bildet den Leib Christi. So heißt es ja auch. Gibt es in der Bibel? Und den Leib, den bilden wir als Gläubige, wiedergeborene weltweit. So sehe ich das auch. Amen. Gibt es in der Bibel einen Vers, in dem steht, dass wir Kirchen errichten sollen? Natürlich nicht. Ja, das sag ich auch immer. Der Apostel Paulus sagt ja, verlasst eure Versammlungen nicht, Gemeinden. Deswegen die Gemeinde zu Korinth und die ganzen anderen Gemeinden, die in der Offenbarung erwähnt werden. Ist schade, dass der Katholiker und sowas nicht mehr hier drin sind. Ich hätte gerne mal ein bisschen mit ihm diskutiert. Schade. Ja, die sind alle hier drin. Alleine, was die Kirche heutzutage zulässt, ist ja, die lassen ja, das ist ja die reine, die reinste Sünde. Ich meine, die holen die Sünde ins Haus Gottes rein. Wenn es das Haus Gottes sein soll. So. Das ganze Kirchensystem, wie es aufgebaut ist mit Kirchensteuern und... Ja, ich darf jetzt hier nicht so viel sagen. Ne, ich sag's nicht, weil sonst werden wir hier gesperrt. Ich mach's nicht. Es gibt so viele Beschwerden hinterher wieder. Folgt alle dem Herrn Jesus Christus und folgt keiner Kirche. So sehe ich das. Als wäre das verkehrt zu sagen, Leute, folgt Jesus Christus und er sagt, folgt Kirche. Ist das so passend? Das Heil ist nur in der Kirche. Kann man da noch argumentieren als Christ? Anstatt der sagt, ja, Bruder Armin, du hast recht, Armin, ja, lass uns Jesus folgen. Lass uns irgendeiner Kirche folgen oder Gebäude oder was auch immer. Lass uns die Worte des Herrn Jesus Christus verinnerlichen und sie in uns aufnehmen, auch praktizieren. Und dann auf einmal sagt er, lass uns in eine Kirche gehen, also Gebäude. Der Weg ist Jesus und die Kirche, also die machen und noch aus Jesus. Wahnsinn, ne? Ja, das ist eine Katastrophe. Also, wie kriegt das für jemanden, der im Glauben ist, der den Herrn Jesus Christus als die Nummer 1 sieht und dann auf einmal sagt Jesus und? Wie geht sowas denn? Es gibt nichts anderes neben Jesus. Jesus Punkt, nicht Jesus und. Jesus Punkt, nicht Jesus und. Amen, mein Bruder. Wo ist das Problem? Da muss doch jeder Christ sagen, Amen, Armin. Amen. Amen, Armin. Ich küsse doch dein Herz. Ey, unglaublich. Als würde ich etwas Verkehrtes sagen, wenn ich sage nur Jesus alleine. Wo sind wir denn hier angekommen? Unfassbar, ne? Ja, genau, das waren ja diese Fundamente der Reformation, als die gesagt haben, alleine Christus, das Sola Christus. Alleine die Stift. Alleine die Gnade. Also einige Dinge der Reformation sind das schon richtig, ne? Alleine der Herr Jesus Christus, das ist schon richtig. Alleine die Gnade. Alleine die Glaube. Aber, wie gesagt, es gab ja auch eine falsche Reformation. Die richtige Reformation wurde ja korrumpiert von der falschen Reformation. Nämlich von der Reformation der Gewaltbereiten. Von dem ja Luther, Zwingli, Calvin, Jürer. Und sie haben versucht, diese stille, aber von Gott gewollte Reformationen, die gesagt haben, Babytaufe und so weiter ist falsch. Taufe ist nur für die Gläubigen, ist nur für Erwachsene, die sich bewusst für den Herrn Jesus entschieden haben. Und die wurden dann von Luther, Calvin, Zwingli und wie die alle heißen, für todeswürdig erklärt. Ja, das ist die falsche Reformation. Was war denn eben passiert, wo ich weg war, als du mit dem einen da geredet hast? Ähm, ich war selber nicht da. Achso. Der Bruder Dennis war hier mit ihm alleine. Ich bin jetzt gerade wieder dazugekommen. Ja, der hat Werbung gemacht für seine Kirche. Der hat gesagt, komm zurück, komm zur Kirche. Na, komm zurück. Auf meiner Seite, was ich dazu sagen wollte, zu dem Kirchensystem auf jeden Fall. Also wir brauchen keine Kirche, um den Herrn Jesus Christus zu folgen. Wir brauchen Jesus Christus in unserem Herzen und nicht in der Kirche. So sehe ich das. Gott segne dich, mein Lieber. Danke. Gott segne euch auch. Ich bin wieder runter, ja. Genau, Gott segne dich, ja. Hallo? Was hat er jetzt noch? Über was wir diskutieren müssen, Wahnsinn, ne? Unglaublich. Aber merkst du aber auch, Räser, wie die Wölfe jetzt aktiv werden? Die versuchen zu reißen, wie die nun können. Ja. Ja, es ist ein großer Abfall wiederum in die katholische Kirche, ne? Seitens der Evangelikalen, ja. Weißt du, wie die gefischt worden sind, wie viele Katholiken aktiv sind, Orthodoxen, die reißen, wie Wölfe gehen die auf TikTok und reißen ein nach den anderen. Selbst gehen sie nicht hinein und die, die hinein wollen, lassen sie nicht hinein. Ja, genau. Ja, es ist pure Zeit, genau. Es ist jetzt Kampf jeder gegen jeden, das ist leider so. Ja. Und die bewährten, die echten, wahrhaftigen Gläubigen, die werden dann sich herauskristallisieren aus diesem ganzen Wirrwarr, was da draußen herrscht. 1. Korinther 11 sagt der Apostel Paulus, ja, es müssen Parteihungen entstehen, damit die wahren Gläubigen unter euch, die bewährten, offenbar werden. Also, das ist so, das ist normal, das liegt in der Natur der Sache. Ja, das ist so heftig, ne? Wie viele Katholiken jetzt hier gerade im Stream sind, um die anderen da zu verführen? Ja. Gelobt sei Jesus und Maria. Das ist heftig. Das sagt ja einer von denen. Gelobt immer, gelobt sei Jesus und Maria und Josef. Also, der eine sagt sogar, gelobt sei Jesus, Maria und Josef. Josef kommt auch noch mit. Er kommt auch noch mit rein, durch die Hintertür, in die Lobpreisung des Gottes. Musst du mal schauen. Gelobt sei der Herr Jesus und Maria. Maria kommt auch mit rein in die Lobpreisung Gottes. Musst du dir mal vorstellen. Ja, was sagt es denn auf sich mit der Seligpreisung des Lukas-Evangeliums? Selig sind die geistesarmen. Du meinst ja das Feldpredigt in Lukas-Evangelium. Ne, da spricht auch, glaube ich, Maria in einem dieser Verse. Nein, nein, nein. Lukas 1, ja. Gelobt sei Gott, mein Retter. Und nicht selig, sondern die Völker der Erde werden mich glücklich preisen. Also, dass wir sagen, Maria, die Glückliche, die den Herrn Jesus gebären durfte. Weil alle Frauen der Welt haben ja den Wunsch gehabt, den Messias zu gebären, den Sohn Gottes. Und Maria hat den Vorrang bekommen. Ist das nicht heftig für eine Frau? Natürlich. Deswegen sage ich glückselig. Wie nennt man das? Die ist glücklich. Du kennst doch, wenn jemand Glück hat, dann sagt man, boah, die Glückliche. Oder boah, der Glückliche. Ja, das ist dasselbe. Ich bin die Glückliche. Aber das heißt nicht, dass sie mich jetzt hier Lob preisen sollen. Glückselig heißt, dass wir sagen, die Maria ist die glücklichste Frau unter allen Frauen der Erde, weil sie den Herrn gebären durfte. Aber weißt du, was die aus Maria machen? Die Gottesgebärerin. Maria hat Gott geboren. Amir, den unendlichen Gott hat Maria geboren. Nicht den Menschen Jesus Christus, sondern Gott. Gottes Gebärerin. Und weil die denken, ja, wenn doch Jesus Christus ohne Sünde ist, als Mensch, muss auch natürlich das Gefäß, also die Maria auch ohne Sünde sein, weil sie ja Erbssünde mit reinkommen würde. Das ist der falsche Gedanke, den sie in ihrer Lehre drin haben. Die denken, ja, also muss auch die Maria sündlos sein, sonst würde ja die Erbssünde, weil Maria auch ein Mensch ist, weitergegeben werden. Aber die Erbssünde ist ja unterbrochen, weil das der männliche Samen von Adam gibt, die Erbssünde weiter. Deswegen hat der Herr das unterbrochen und die jungfräuliche Empfängnis eingeleitet. Deswegen ist das nicht, dass die Maria sündlos ist, nein. Sonst würde ja die Bibel nicht in Römer 3, 13 sagen, dass alle Menschen gesündigt haben, die Herrlichkeit Gottes verfehlt haben. Dass Gottes verfehlt haben, genau. Und Maria sagt ja selber, Gott meinen Retter. Wofür braucht ihr einen Retter, wenn ihr noch nie gesündigt habt, wenn ihr perfekt ist? Ja, ehrlich. Das ist echt heftig. Das ist das Problem. Aber durch ein paar falsche Fersen, falsche Auslegung verschiedener Fersen, wird der Mensch halt auf die falsche Fährte gelockt. Da geht der Glaube ganz flöten. Und das hält sich auch davon ab, wiedergeboren zu werden. Weil durch so eine Wehrwahl, solche Ehelehren machen dich so durcheinander, dass du den Weg verlierst zur Wiedergeburt. Aber darf ich was sagen? Hab ich. Wieder. Maria hatte auch Zünde. Nur der Herr hatte keinen. Nur der Herr Jezus hatte keinen. Habt ihr verstanden? Was? Nur der Herr Jezus hatte keine Zünde. Maria war ein Mensch. Sie hatte Zünde. Sie war ja ein Mensch. Maria hatte Zünde. Ja gut, der Herr Jezus war ja auch ein Mensch. Der Herr Jezus war ja auch ein Mensch. Und die sagen, wenn der Mensch, Jesus Christus, in einem Menschen geboren wird, dann hat er die Mutter vom Herrn Jezus eigentlich die Erbsünde ja weitergeerbt. Also muss die ja sündlos sein, damit sie die Erbsünde nicht an Jesus weitergibt. Das ist die Lehre. Das ist der Gedanke dahinter. Ja, aber Maria ist ein Mensch. Maria hat Zünde. Aber der Herr wurde ja Mensch. Ja, wir verstehen das ja ganz logisch, ganz klar. Aber die verstehen es nicht, weil sie halt verführt worden sind. Ja, die versteht es nicht. Also ich fand, meine Mutter hat es gar nicht verstanden. Die macht auch ein bisschen mit. Ja. Das Problem ist, sie wollen nicht verstehen. Weißt du, wie ich meine Glaube es nennen soll? Weil es steht ja geschrieben, er wird der Fleiß im Blut geboren. Also in der ersten Testament. Steht ja drinnen. Wo steht da drin, wenn die Maria geheiligt ist, verstehst du? Selig ist sie. Die Wort als Gnade erfunden, steht da drin, Gott hat Gnade gefunden an dich, Maria. Deswegen hat sie ja den heiligen Geist empfangen und das Kind empfangen. Aber die ist nicht heilig. Verstehst du? Ja. Die ist ein Mensch. Du kannst nicht sagen, ich bin heilig. Das geht nicht. Maria ist ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Alle sind Menschen. Nur der Herr Jesus ist von Gott runtergekommen, ist Mensch geworden für uns. Er hat sich einen Körper gegeben für uns. Aber das verstehen die nicht. Oder es steht auch drinnen. Es steht drinnen in der Bibel. Du musst nicht mal die Bibel lesen. Du kannst die 10 Gebote von Mose kanzleren. Die ist langsam völlig aus. Du musst gar nichts lesen. Nur die 10 Gebote. Oder Resach, weißt du noch, wo wir einen Stream gemacht haben, über die katholische Kirche, wo der eine gesagt hat, mit diesem Spoiler, wo er dann gesagt hat, ja, dann ist das eben so. Was war nochmal, wo meint der, dann ist das eben so? Wir haben ja so von dem Papst, der so ein Boilover-Symbol auf sein Gewand hatte. Da haben wir ja, genau. Und da hat er gesagt, ja und, dann ist das jetzt eben so. Der war nicht geschockt darüber. Der war damit, okay, dann ist es so. Ja, der ignoriert das Böse. Ja. Ja, der Papst hat ja diese von FBI bekannte Pädosymbol, dieses Dreieck in Dreieck auf seinem Gewand. Ja. Auf seinem Gewand, ja. Und dann hat man das dem gezeigt und dann meinte, ja, dann ist das eben so. Das ist ja auch nicht. Ja. Wenn er so ein Dinger erweist, das ist ein Symbol des Bösen, wie kann er das Symbol tragen? Das siehst du, wie ich meine? Der Papst. Aber der Papst ist ja auch nicht. Weißt du, was die sagen? Wie die die Papst wählen? Die schließen die Tür sucht und dann sagen die, es kommt. Dessen tun die selber wehen. Nicht der Heilige Geist wählt selber, nicht Gott selber wählt die Person. Die wehen ja selber die Person. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Und die sagen ja, der Heilige Geist ist gekommen und hat den Franziskus gewählt. Und den Dominik und was weiß ich wen. Es ist gelogen. Okay, lieber Gott, Sieg. Familie. Und dann steigt in der Luft Rauch auf. Oh, jetzt habe ich schon. Sorry. Ja, ja, da kommt der Rauch Sonnstein. Der Rauch Satans kommt aus dem Schornstein und dann sagen die, der Papst ist da. Unser Papst. Hallo, wer ist mit uns? Moin. Ja? Hört man mich? Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Kannst du mir den Hadith nennen, wo drin steht, dass Jesus kommen wird und Schweine und Kreuze kaputt machen wird und Schweine töten wird und wird? Ja. Weil heute hat mich das ein Muslim gefragt, wenn ich hatte nicht den Hadith. Ja, solange haben wir sucht, wollte ich nochmal zu diesem Thema Mariakult, Marienanbetung und so weiter, Verehrung. Das ist ja nichts anderes. Der Satan hat das schon längst durch verschiedene Mysterienkulte und heidnische Kulte, wie zum Beispiel Venuskult, Aphrodite. Die Himmelskönigin, die wurde schon von vielen Völkern in der Antike verehrt. Diana und so weiter, ja, diese Göttinnen und denen wurde der auch geopfert. Und das findet sich wieder in diesem Katholizismus, das eben voller solcher Götzenkult ist. Entweder Mariakult oder halt Sonnenkult. Und ja, das kommt daher. Der Satan hat einfach, also durch Katholizismus eben noch eine weitere Göttinnenkult, Mariakult erschaffen. Was ja Jeremia ja auch erzählt, ja, dass diese Sache ja schon damals Israel auch zum Verhängnis wurde, Jeremia 44. Da wird ja von der Himmelskönigin ja gesprochen, was ein Anstoß wurde. Ja, und diese Himmelskönigin-Kult ist dann auch in der Katholizismus dann niedergeschlagen. Hat sich dann niedergeschlagen. Durch Mariakult. Madonna. Madonna, deswegen nennt sie sich auch so, oder? Ja. Lais la bonita. Die Quelle findest du in Sunan ibn Maja 4078. Sunan ibn Maja. 4078. 4078. Okay, danke schön. Na, gerne. Gottesegen. Ciao. 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 Oh Gott. Warum ist das auf einmal so ruhig hier? Ich lese ein Bibelferst vor, ja? Ja. Ich möchte ein Vers vorlesen. Da ist einer hochgekommen, aber in der Zeit wollte ich auch ein Vers vorlesen. Aber einen guten Vers zur Situation. Ein Vers, der passt. Ja, genau. Dann gehen wir mal in die Apostelgeschichte, glaube ich, einen Moment. Ich glaube, das ist ein Moment. Da gibt es sehr gute Pferde. Apostelgeschichte 20, Vers 29, wenn ich mich nicht erinnere, ist der Moment. Apostelgeschichte 20, ja. Ja, genau, da erzählte Apostel Paulus eben... Und das durch sein eigenes Blut die Gemeinde erworben hat. So, ich lese einmal. Ja, das ist auch Apostelgeschichte 20. Ich lese es einmal. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abziehen und ihre Gefolgschaft. Dazu kann ich auch noch mal 2. Petrus 2 vorlesen. Das ist auch ein Klassiker, das ist auch sehr... Moment. Dann lesen wir doch mal. So, 2. Petrus 2 bis 2. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch. Falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihren Willen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habzug werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet, wo wir verderben schlummert. Genau. Da haben wir zum Beispiel so einen MC Hammer, Endside-Chitter zum Beispiel. Nature 020. Ja, genau. Nature 0815 und MC Hammer Endside-Chitter. Solche Leute, die den Herrn Jesus seine Gottheit verleugnen, Insekten aufbauen und falsche Lehren verkünden, sich als Propheten ausgeben und so weiter. So was haben wir auch in der Charismatik. Zu Millionen durchseucht die ganze Charismatik von falschen Propheten, die die Gottheit des Herrn Jesus zum Beispiel leugnen, auch unter der Charismatiker. Und das ist damit gemein. Und jetzt haben wir das vor unseren Augen. Da erinnere ich mich noch an den Turga Yaza, der gekommen ist, wo wir alle davor gewarnt haben. Aber die Leute wollten nicht darauf hören. Und dann hat sie sein Ende gesehen. Und ein schnelles Ende über sie bereitet, hat sagt der Apostel Petrus. Und genauso ist das gekommen, zum Beispiel auch über ihn. Wenn er den Herrn verleugnet hat, dann hat er die Leute, also die Frauen da und das Geld. Und ach, egal. Das ist ja schon alles bekannt. Aber die Leute wollten ja nicht hören. Er sagt, Reza, du bist ein, du richtest. Ich kann mich nur erinnern. Bruder, dazu gibt es aber auch einen klassischen Pferd. Ich lebe den einmal. Ein Moment. Ein Moment. Ja, die Leute haben selber Schuld. Das ist ihre eigene Schuld. Ich glaube, das ist in... Weitere... Jetzt ist es ja noch nie. So. Bruder, ich lese es mal vor, ja? Denn, wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir euch nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das Gute ertragen. Amen. Ja, und hier geht es wieder darum, wie der Bruder Reza oder, ja, schon gesagt hat, wie MCM, ein Verführer, ein Wolf in Schafspelz. Leute, wenn jemand zu euch kommt und leugnet die Gottheit des Herrn Jesus Christus, er hat einen antichristlichen Geist. Hier lesen wir auch. Einen Moment. Das trifft euch. Nein, 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 das trifft dich. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Deswegen Warnung, Leute. TikTok und allgemein, es wimmelt nur von Verführern, Ehrlehrern, Gottesleugnern. Ist euch das schon mal aufgefallen, Leute, dass sehr viele Christen, das sind ja gar keine Christen, aber sehr viele jetzt gerade aktiv werden und die Gottheit des Herrn Jesus leugnen und sich lustig machen über die Trinität, drei in ein Shampoo und so. Das kommt von Christen. Angebetet, dass er deine Seele nimmt. So, deswegen, Leute, müsst ihr aufpassen, in was für Streams ihr reingeht. Ganz genau hinhören. Was für eine Lehre predigen die? Eifersöhnung, was lehren die da? Es muss die gesunde Lehre entsprechen. Und wenn sie lehren, dass der Herr Jesus nicht Gott ist, könnt ihr rausgehen. Ihr müsst die Geschwister wagen. Ja, da ist gar nicht mal so abwegig, darüber zu sprechen, dass ihr immer aufpassen sollt auf euch. Dass ihr acht habt auf euch, auf die Lehre, die ihr vertreten würdet. Wenn jemand zu euch kommt und die Lehre nicht vertritt, dass Jesus Christus dein mächtiger Gott ist, so müsst ihr knallhart sein und das Ganze dann auch sofort beenden und nicht mehr diesen Weg mit demjenigen dann gehen. Das ist normal. Entweder Christus oder die Welt. Ein jeglicher Geist, der bezeugt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott geboren. Dass der Allmächtige Gott Mensch wurde. Prüfe die Geister auch, dass Gott für sie viele falsche Problemen gibt. Sie erreichen ihr Ziel um 16.21 Uhr. Ja, genau. Gerade in der Charismatik, das ist ja die am schnellsten am meisten wachsende Sekte innerhalb der Christenheit. Afrika ist ja komplett charismatisch und da wehmelt es von diesen falschen Propheten, die die Gläubigen da abziehen finanziell und übelste Sachen machen da. Das ist ungeheuerlich. Amerika genauso. Mit diesen Großchurches da, mit Joel Olsteen, Kenneth Copeland, kennst du ja, diesen schlimmen Dämon da, der so komisch redet und lacht und charismatisch so. Ja. Ha, 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 ha. Kennst du ja, diesen ganzen üblen Typen da. Und, ähm, aber die Leute wollen nicht hören auf die Schrift. Die Leute wollen dem Herrn nicht vertrauen und gehen diesen Wölfen im Schafspelz total auf den Leim. Ja, da basiert alles auf Emotionen und Gefühle und sowas. Und diese Leute sind sehr gut geschult, ne? Die sind mit Anzug und Krawatte an mir, nicht so wie du mit T-Shirt. Die wissen ganz genau, wir müssen uns so anziehen mit Krawatte und... Bitte uns nicht ernst nehmen. Die Laudizeer. Und dann natürlich, ziehen die Anzug an, schöne Frisur und können sich sehr gut ausdrücken. Sind schön geschult in der Freimaurerei. Ja, dann verführen die. Und dann ist auch Big Business. Weißt du, was in Amerika diese Großpreachers viel Geld machen wie Joel Olsteen, Kenneth Copeland. Lois Mayer, 20 Millionen Dollar im Jahr oder was, ne? Ja. Es kannst du gar nicht, es ist unfassbar sowas. Und das ist ein Big Business mit den Christen. Man kann durch die Christen sehr viel Geld verdienen. Das weiß der Satz und gibt auch das Geld der Christen halt diesen ganzen Großkirchen-Propheten, falschen Propheten. Ja. Das ist das traurige Ende. Und die gehen auch noch alle verloren, weil die auf die hören. Der Christian-Prince-Armee, musst du mal vorstellen. Wenn ich das sagen würde für Christian Prince mit Joel Olsteen und Joyce Mayer und so weiter, der würde mich sofort kicken und blockieren. Weil der ist voll für Joyce Mayer und Joel Olsteen und für alles. Ja, natürlich. Für den ist alles, was sich so ein bisschen christlich anhaucht, ist Bruder und Schwester. Alles. Übel, ne? Ja. Schlimm, 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 schlimm. Sehr, sehr schlimm. Läuft. So sieht's aus, warum man sich Joyce Mayer hört, warum man nicht Joyce Mayer hört. Und sie predigt das sogenannte falsche Evangelium von Wohlstand. Wohlstandsevangelium. Sie sagt, ein Christ, der zum Herrn kommt, dem muss es finanziell, gesundheitlich sofort gut gehen für alle Zeiten. Prosperity. Das heißt also, der Mensch muss reich werden, gesund werden. Und wenn du nicht reich und gesund wirst, dann stimmt was mit deiner Bekehrung nicht. Sowas lehrt die. Zudem, Joyce Mayer, als Frau, darf die predigen. Natürlich nicht. Ja. Mit ihren kurzgeschorenen Haaren. Nein. Es ist ein falsches Evangelium. Der Herr Paulus, der Apostel Paulus, warnt uns vor Reichtum und sagt, lasst es euch genügen, wenn ihr ein Dach über dem Kopf habt und etwas zu essen. So sagt der Apostel Paulus, soll uns das genügen. Aber genau das Gegenteil, sagt die Joyce Mayer. Ein Christ muss reich werden und was weiß ich, also Prosperity, das ist ein falsches Evangelium. Das nennt sich auf Englisch Prosperity. Salvation. Auf Deutsch Wohlstandsevangelium. Dasselbe predigen auch diese ganzen Großverführer da. Joel Olsteen, Kenneth Copeland und wie diese ganze Bande da sich nennt. Die füllen hier Stadien. Aber das wollen die Leute hören, Armin. Die Leute wollen sowas hören. Ja, ich weiß. Die suchen sich nach ihren eigenen, gelüsten Lehrer, die sie aufstellen, damit sie es wohlfühlen. Ja, genau. Äh, Franco. Weil die gesunde Lehre nicht mehr ertragen können. Ja, genau. Amen. Wer ist Franco? Hallo, Franco. 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 Wo bist du hin, Franki? Franco. Franco ohne Manco. Franco. Komm in dieses Dream hinein. Der sagt, Oliver. Der Otter will wieder dir was sagen. Der zu Jesus kommt, zum Islam geht, zu Jesus kommt, zum Islam geht. Total. Der Oliver, wo ich meinte, ich werde nie wieder mit ihm reden. Ist das der? Ich weiß es nicht. Oliver. Olli. Ja, hallo. Grüße euch. Ja, das ist richtig. Sie haben das mir gesagt und das beherzige ich auch. Das verstehe ich. Alles gut. Alles gut. Ist das dein Ernst, Olli, wo ich mit dir geredet habe und dir das alles erklärt habe und du es verstanden hast und du dann auf einmal trotzdem wieder so einen Quatsch machst? Bei welcher Sache meinst du, dass ich dann nochmal zum... Nee, zum Islam bin ich da nicht mehr zurückgekehrt, aber ich habe trotzdem den Herrn Jesus Christus... Leute haben mir das gezeigt. Du warst total wieder abgefallen, wieder total bei... Ist da und so. Aber ich habe das danach... Haben die ein Video davon? Haben die ein Video davon? Was ist denn, Olli? Was möchtest du? Alles gut. Alles gut. Nee, der Reza hatte eben was angesprochen gehabt. Jetzt habe ich das vergessen gehabt. Ich meine, vor ein, zwei Stunden mit diesem... in dieser gesunden Lehre bleiben und auch dieser Katholizismus, dass der falsch ist. Und ich glaube auch, dass das nicht... Also ich weiß es nicht, aber mein Gefühl sagt mir auch, dass das nicht das richtig ist. Okay, danke, danke. Ich habe keinen Nerv. Amir, weißt du, was dein Problem ist? Hebräer 6, 4. Ja. Der meinte, er ist einmal zum Herrn Jesus gekommen, dann hat er den Herrn wieder verlassen, dann wurde er wieder Muslim. Und das ist das Ende. Siehst du das? Ja. Der Herr lässt das nicht zu, ne? Ja. Der ist total verwirrt. Hebräer 6, 4 Fall. Hallo? Hallo? Nahaufnahme. Notaufnahme. Nosferatu. Notferatu. Not... Nosferatu. Not mit Ferrari. Nein, Notferatu. Ich habe auch Not mit Ferrari. Nee, sorry, wenn zufällig reinkomme. Nosferatu, Klaus Ginski. Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Nosferatu ist... Nosferatu ist ein Blutsauger. Hallo? In der Hauptrolle mit diesem Klaus Ginski, der seine Tochter, Nastasia Ginski, ist ein Blutsauger. Wenn zufällig reinkomme, ich kann rausreden. Sorry. Das ist der indianische Vampir. Nosvinetu. Gott segne dich und deine Familie. Hallo? Losvinetus. Der indianische Apache-Vampir. Ja, Boss. Guck mal, ich möchte dir mal eine Frage stellen. Hast du Bock auf eine Debatte, du und Cord Flicks, gegen Handy und Joker? Geh mal weg, Mann. Ey, ehrlich. Guck mal, 200 Euro. Raus mit dir, Mann. Boah, Hansi und Joki. Joker ist der Heftigste. Also, Handy ist ja sowieso schon ein Fall für sich, aber Joker da noch. Der Großgelehrte von den TikTok-Verrückten. Der Führer der TikTok-Verrückten. Der Großgelehrte Abu. Abu Joker. Sahi Abu Joker. Sahi Abu Joker. Das ist kein Geh. Sahi Joker. Komm nie wieder hin, habe ich gesagt. Komm nie wieder hin, mit wem was du mir vorstieg. Hansi und Joki. Lagellack und schwarz werbende Bart. Geh mal weg, ey. Hätte den Bart rot gefärbt, wäre das noch Sahi. Ich hätte jeden Tag ein Bild so geherrgelt. Ich hätte gesagt, du warst für ein toller Moslem. Rot färben, ja genau. Rot färben ist Sunder. Gelb, ist er gelb. Gelb, ja gelb. Wie Nehmeyer. Hamad hatte die Haare gelb. Ja, ich weiß, ich kenn den Hadis. Der war überall fast gelb angezogen auch. Nehmeyer. Hier. Sunder ab und da wurde 4064. Eben Oman fliegt seinen Bart so sehr mit gelber Farbe zu färben, dass seine Kleidung mit gelb gefüllt gefärbt war. Er wurde gefragt, warum färbt man mit gelber Farbe? Er antwortete, ich sah den Gesandt Allahs mit gelber Farbe färben. Und nichts war ihm lieber als diese. Er färbte damit alle seine Kleidungsstücke, sogar seine Turban. Nehmeyer. Ein gelber Postbote kommt dann zum Krieg führen. Nehmeyer. Heftig, heftig. Das ist Wahnsinn. Nehmeyer. Nehmeyer, ein gelber Postbote. Nicht mit Briefen in der Hand. Ein THL, der kommt mit schwert, mit gelber Anzug so. Guck mal, was die aus dem gemacht haben. Ja, das ist heftig. Fangen die zu mir, dann sagen die zu mir, Amir hat den Islam beleidigt. Ihr singt deine eigenen schriftlichen Beleidigungen für eure Religion. Der war von Kopf bis zum Fuß gelb. Ein normaler Muslim würde sowas machen. Würden die sich so gelb anmalen? ADAC. Die gelbe Engel. Stell dir mal vor, ein Muslim würde mir das Ernst nehmen und sagen, ja, mein Prophet, der hat gelbe Haare gehabt, der hat seine ganze Klamotten immer gelb angezogen, angeperbt. Und dann macht er es genauso. Ah, ne, ne, ne. Ich muss mal kurz ein paar Leute hier, ein paar Trolle muss ich mal beseitigen. Trolls. Trolls sind auch Bewohner der Unterwelt, in der germanischen Mythologie, in der Edda. Island. Deshalb ist das aber nicht heftig, dass die Mohammed so als besten Mensch verkauft, aber die Schriften zeigen, dass er absolut der bösartigste Mensch war. Das ist ja ihre eigene Schriften. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Da siehst du mal, wie der Satan diese Welt mit Lügen vollgemacht hat, die Menschen, belogen hat, wo er es nur konnte. Das Gute ist Böse und das Böse ist gut. Genau verkehrt herum. Das hat er den Menschen beigebracht. Oh, okay. Ja, genau. Sie werden von klein aus manipuliert. Was meinst du? Habt ihr die Dokumentation gesehen, als der islamische Staat es ein paar Kamerateams geschafft haben, nach Afghanistan zu kommen und den islamischen Staat in Khorosan zu interviewen? Mitten in den Gebirgen und Bergen, wie die ihre Kinder erziehen und trainieren. Absolut geisteskrank. Lisa, mit neun Jahren haben die den Wunsch, sich als Selbstmordattentäter zu geben. Ja, das ist heftig. Ja, aber das ist der Glaube. Das ist halt so. Die lernen, wie die in der Schule, achte Klasse, ein Schiff gibt den Unterricht, da haben die auch Waffenkunde. Lisa, Waffenkunde mit acht, neun Jahren, wie die eine neun Millimeter auseinanderkommt. Das ist der wahre Glaube. Das ist der wahre Glaube. Alles andere ist Shisha-Style. Sag dir mein, ich wünsche mir nicht seelischer als für Allah, mich in Luft zu jagen und die Kufat mitzunehmen. Mitzunehmen, ja. Surah 9, Vers 111. Das ist ein richtiger Gläubiger. Ja. Das gleiche in Palästina, die Palästinenser, die Hamas-Leute haben ihn aus. Hallo, mein lieber Gott, segne dich von deiner Familie. Auf jeden Fall, ich möchte sehr gerne in sie reingehen. Ich möchte sehr gerne in sie reingehen. Sehr, sehr gerne. Ich bin ehrlich. Ich bin der ekelhafteste Typ überhaupt. Wer ist das denn? Was hat er gesagt? Ich habe Nudjul nicht verstanden. Ich weiß nicht. Der meinte, ich will gerne mit dir hineingehen. Wohin? Shisha-Bar. Der will gerne nicht. Wir haben echt keine andere Sorgen als diese Schrott-Shisha-Bar. Wir haben echt keine anderen Sorgen. Der war doch voll nett. Der kommt der Nächste. Der sagt, das ist die Härte. Weißt du noch, als er gesagt hat, sechsjährige zu heiraten ist überhaupt kein Problem. Er empfindet das nicht als schlimm. Nein, hör auf jetzt. Armin, ich habe eine Frage. Dürfte Jesus nach Deutschland einreisen? Was? Dürfte Jesus nach Deutschland einreisen? Ja, Mohammed nicht. Jesus ja. Mohammed war der beste Mensch, haben die doch gesagt. Ah, der beste Mensch, der die Zunge in den Mund eines Kleinkindes steckt. Das ist natürlich der beste Mensch. Aber die haben ihn so gewählt, Amir. Was? Jesus war ja kriminell. Der hat einfach Sachbeschädigungen gemacht. Ach so, der Herr Jesus Christus, der gesagt hat, gib dem Kaiser, was dem Kaiser ist und der Mohammed von den Leuten ihren ganzen Besitz und alles weggenommen hat. Sehr gut. Nein, der war doch am Markt. Am Markt. Am Markt. Amir, der Jesus war am Markt. Jesus war am Markt. Jesus war am Markt. Der ist ja schlau. Das ist wichtig, diese Dönerklassen-Niveau. Sehr gut, Schippe, Schippe. Jesus war doch am Markt. Ich muss einen Win von denen hier machen, von Rüsten. Sehr gut. Das ist Döner, Döner, Dreier BMW-Niveau. Hier. Hey, guck mal, was musst du da? Amir, was hat der Jesus denn gemacht am Markt? Amir, Jesus war am Markt. Was hat der gemacht am Flohmarkt? Was hat der gemacht am Markt? Sag. Der hat alles kaputt gemacht. Der hat am Markt alles kaputt gemacht. Hör auf, wenn man ein Held Jesus Christus zulästert. Ja, nein, nein, sein Jesus. Sein Jesus war am Markt. Der hat recht. Sein Jesus war am Flohmarkt. Sein Jesus. Ja, der ist wegen Jesus. Genau, sein Jesus war am Markt und hat Flohmarkt-Termine verkauft. Flohmarkt-Termine. Flohmarkt-Termine. Sein Jesus, der hat recht. Der war am Markt. Wie viel den Zocker? Guck mal, wie viel der Lacht mit Zocker? Der lacht über seine eigene... Nein, wegen Heiliger Maria und Josef. Kennst du das nicht? Boah. Ja, gut, das ist natürlich heftig. Da musst du halt zur Konkurrenz gehen. Da musst du zu den Katholiken gehen und sagen, was für gelobt sei Jesus, Maria und Josef. Die machen voll bitter. Die tun doch für Josef noch rein. Bitter. Mach gut bitter. Hahahaha. 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 Hey, ciao, Armin. Du musst weitermachen. Hahahaha. Okay, Rusty, bitte. Danke schön. Ich werde ein Bild von dir hinhängen. Hahahaha. Vielen Dank für den Weisheiten. Vielen Dank für den Döner-Weisheiten. Danke schön. Ja, bitte für den Döner, ne? Hahahaha. Mit Schaf oder Schaf? Ohne. Ohne? Mit Kamelurin oder ohne? Ohne. Hey! Hahahaha. Du lacht über seine eigene Religion. Ja, aber der hat Spaß halt hier, ne? Der hat Spaß. Das ist die Hauptsache. Ah, meinst du nur Spaß, Mann? Okay, mein Lieber. Gott segne dich. Ich werde mit derin. Danke dir. Ich werde mit derin. Ich werde mit derin. Ich werde mit derin. Was? Schwein! Ist das ein Albaner? Der war Albaner, ja, ja. Der sagt jetzt immer, Arschkot, Schwein. Ah, okay, ja. Hermann. Nee, 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 nee. Hermann! Ich habe nur... Hermann! Das Niveau ist noch nicht niedrig genug. Da muss man nur nachhelfen. Das Niveau ist noch nicht niedrig genug. Wir müssen noch niedriger werden. Wir sind ja schon bei Null, wir müssen jetzt langsam in den Minusbereich gehen. Wir sind ja schon bei Null, Null, Null Niveau. Leza, kennst du Itikula? Ja genau, Leza, kennst du Itikula? Was ist das? Das ist eine Nikabi-Frau, die hier reingekommen ist und mir so schöne Augen gemacht hat. Die meinte, ja, Amir, ich weiß, du bist ein intelligenter Mann, aber kannst du das bitte wegmachen da? Was wegmachen? Und dann flirtet die mit mir so rum und so ein bisschen, hat man schon gemerkt. Was wegmachen? Was solltest du wegmachen? Ja, dieser Spruch, Jesus ist Gott, Allah ist Satan. Ach so, okay, ja, okay. Und hast du das gemacht für sie? Natürlich nicht. Ja, dann hast du eine tolle Frau verpasst, ja, selber schuld. Ja, Mann! Hallo. Ja. Wie kann man so eine Frau verpassen? Ja, heftig, die ist sehr, sehr intelligent. Ich brauche nur fünf Minuten ihre Aufmerksamkeit und die verlässt Islams. Das Problem, das ist immer Risiken, ne, nachher versteckt sich so ein Typ mit Bart unter diesem Niqab und du hast ihn geheiratet. Oh mein Gott! Verstehst du, und dann musst du jetzt, jetzt musst du durch. Auf einmal nimmt er dich ran. Hallo! Komm her, jetzt mein Schatz! Es ist vorbei, du bist meine Frau! Willkommen jetzt her! Ich muss das? Ja, Herrmann. Ich habe eine Frage. Ja. Also, was findest du am unglaubwürdigsten im Koran? Hast du etwas, was so ein Unglück ist? Ja, die Sura 18, Vers 86, dass Alexander der Große bei euch ein Prophet ist, der so weit gefahren ist, dass er die Sonne in einem schlammigen Wasser untergehen sehen hat. Und das ist aus syrischen Legenden rausgeklaut und hat es den Koran geschafft. Was findest du am glaubwürdigsten? Gar nichts. Kamelurin finde ich glaubwürdiger als das. Wie Kamelurin? Ja, Kamelurin finde ich glaubwürdiger als den Koran. Nein, der kennt das nicht mit den Kamelurin. Das musst du ihm erklären, dass das auch islamische Quelle ist. Ja, genau. Ja, Kamelurin wurde von einem Propheten empfohlen gegen Krankheiten und alles. Ja, aber kann nur sein. Aber dabei ist das satanische Verachtung, dass du jemanden Pipi trinkst. Das hast du schon mal gesehen, wenn Satanisten untereinander sich gegenseitig diesen Dreck reinschieben lassen, als Aufnahmeritual, als Erniedrigung und so. Nein, guck mal, du sagst ja auch Urin. Also der menschliche Urin ist auch eigentlich gesund, wenn man es trinken würde. Kamelurin ist gesund? Ja, 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 jetzt geht's schon los. Kamelurin ist gesund, ne? Ja, ich weiß, war mein Bestes. Kamelurin ist sehr, sehr gesund. Glaubet mir, wenn Mohammed gesagt hätte, Kamelurin ist nicht gesund, macht das niemals, dann würde derselbe gleichzeitig sagen, ja, siehst du, Kamelurin ist nicht gesund, das hat unser Prophet gesagt. Das heißt, der Mohammed kann alles sagen. Der kann sagen, schmeißt Billardkugel auf eure Köpfe einmal am Samstag, damit ihr geistig gesund werdet. Der würde sagen, ja, das ist gesund. Billardkugel, das hat eine magische Wirkung. Diese Zahlen auf diese, das ist, das ist so aus einer höheren geistigen Sphären, dass diese Zahlen auf diese Billardkugel, und wenn das auf deinen Kopf fällt, diese Zahlen, diese mystischen Zahlen und so weiter, das ist, das ist islamische, islamische Mathematik. Das kann keiner verstehen. Und dann wirst du geistig gesund. Da würden die sofort eine Ausrede finden, ne? Das heißt, Mohammed kann sagen, was er will, die würden das machen. Egal, ob es sinnlos ist oder sinnvoll, egal was, die würden das machen. Wahnsinn. Ist das traurig. Und das ist das Gefährliche. Weil wenn du deinen eigenen Verstand ausgeschaltet hast, und solche Sachen machst. Aber was ist die Lösung? Deshalb was ist die Lösung? Soll ich dir sagen, was die Lösung ist? Sag. Wahnsinn, der war es heutzutage möglich. Soll ich dann trinkt und trinkt Kamelorien. Hör Kamelorien. Es riecht aus deinem Mund das flüssige Gold. Ein Frohland getrunken von unserem Befehl, Mohammed. Wie ein Bokari. 5686. Die sämische Weihzeiten, so randvoll. Ey, der Nizza, das kommt mir vor, als wäre das ein echter Song, Nizza. Ja, es ist unglaublich, was heutzutage durch KI möglich ist. Ja, es ist geisteskrank. Es ist so helft. Es ist vom Satan, diese KI. Es ist vom Satan, damit er die Menschen demnächst richtig verwirrt. Ja. Ja, Mat. Ja, eine Kommt noch. Hast du mein Lied gehört? Wie fandst du mein Lied, Mat? Dein Lied? Ja, mein Lied. Läber. Ja, schön. Hast du Bock auf ein Frühstatt-Bett-Lied? Da kannst du auf Spotify runterladen und Dr. Schäfer unterstützen. Aber als Ehrlichkeit, wie heißt er denn? Was? Wie heißt er schon? Äh, Kamelorien. Das ist Kamelorien. Ja, aber der Name ist nicht so gut, ja? Hä? Der Name ist nicht gut. Nein. Was möchtest du denn noch wissen, mein Bester? Äh, also ist dir das wichtig, dass die Leute zum Griff zu konventieren, meinst du? Ob es mir wichtig ist, dass die Menschen zum Herrn Jesus Christus finden? Ja. Natürlich ist mir das wichtig, hallo? Ja. Aber warum? Ja, weil ich sonst in die Hölle gehen. Nee. Warum denn? Ja, wegen den Sünden. Möchtest du von allen Ehrlichkeiten verloren gehen, oder was? Jetzt ist er raus. Ja. Super. 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 Gibt es Kamelorien auch im Himmel, später für die, oder ist das nur hier auf der Erde? Alles ist erlaubt. Heftig. Was für ein heftiger Himmel. Könnt ihr mich hören? Noni. Kann man mich hören? Ja, man kann dich hören, mein Lieber. Ich habe eine Frage, aber ich muss auch eine Sache am Rande sagen. Das mit den Billardkugeln, das war wirklich. Habe ich recht oder habe ich Unrecht? Habe ich recht oder habe ich Unrecht? Ich habe recht. Aber wie bildlich du das so verpackt hast. Weil er hätte es noch ein paar Minuten länger gesprochen und man hätte dir das wirklich geglaubt. Geglaubt, ja. Ja, das ist dasselbe. Und das ist das Gefährliche, weil einfache Geister da draußen glauben sowas. Ja, und das ist meine Frage, das, was ihr vorhin immer so kurz angesprochen hattet. Ach, ich kann das nicht aussprechen. Hier, sag mal schnell. Das, ähm, über die Kirche, die da auch irgendwie so prominent sind und so viele Gefolgschaftsnamen und Anhänger, äh, haben. Hererita, äh, ich kann das Wort nicht aussprechen, ey. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Meinst du christliche Denomination oder was? Nee, das Wort mit H. Äh, boah, Mann. Das war Heretiker. Ja, so, Mann, meine Zunge dreht sich. Heretiker, ja, ja. Da sind zu viele Ärzte, ne? Ja, 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 ja. Heretiker sind halt so eine Ausschlussbezeichnung für Menschen. Also die Kirche hat diesen Begriff verwendet, um zu zeigen, dass alle, die der Kirche und der Lehre der Kirche nicht folgen, Heretiker sind. Und ausgeschlossen sind und sogar mit, äh, mit dem Tode bestraft werden müssen. Das war so im Mittelalter. Wahnsinn. Okay. Aber, aber... Also wenn du gesagt hättest damals, Babys dürfen nicht getauft werden, die Taufe ist ausschließlich für die Erwachsenen, die zum Herrn Jesus kommen, zum Glauben an den Herrn Jesus und Buße tun und wiedergeboren werden. Die Taufe ist für solche Menschen, hätte die katholische Kirche dich schon einen Kopf kürzer gemacht. Ja. Aber ist das nicht unlogisch, äh, wenn, also, wie kann ein kleines, äh, also ein Baby oder ein Kleinkind, äh, das ja, äh, das Wort Jesu Christi nie gelesen, nie gehört, nie, also vielleicht gehört, also ich sag mal so, mit den Ohren, aber jetzt nichts verstanden hat, wie, äh, ich finde, da stellt sich der Mensch wieder über den Menschen. Ja, natürlich. Genau. Und das ist ja falsch. Nur der Herr ist unser Herr, unser Haupt, kein Mensch. Ihr seid alle Gläubige, sagt der Herr. Ihr seid meine Jünger. Und sogar noch heftiger, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Höher als sich selbst, ja. Ja, heftig. Was macht die katholische Kirche? Deswegen siehst du, wenn mich jemand erhöht, so erhöhe ich die ganzen Geschwister gleich mit. Das ist auch für Dienst von innen alle, seht ihr? Ich mach das jedes Mal. Wenn jemand sagt, Armin, du bist der Beste, sag ich nein, ihr seid die Besten. Durch euch ist so. Ihr seid bitter, ihr habt einen Teil daran, dass alle mit daran teilhaben. Dass sie sich alle gewert, äh, also wertgeschätzt fühlen. So viel zu sagen. Eine Wertschätzung haben. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und, und zum Beispiel, äh, was ich auch nicht verstehe, ist, ähm, ich war damals mal in München, äh, in einer Kirche, das ist Jahre her, und, ähm, ähm, äh, Also links und rechts, äh, von dem Kirchengebäude, gibt es so Mulden, also sprich so Einlässe, wo, äh, wenn du dann nach links reingehst, hast du nochmal links und rechts, so Beichträume. Und in einem Beichtraum, äh, brannte Licht. Und das ist Jahre her, also, weiß nicht, bestimmt zehn Jahre her. Naja, äh, nichts wissend, ich hatte, äh, halt Bilder aus der Kirche gemacht damals. Ähm, und dann kam eine Frau von hinten zu mir, äh, äh, rüttelt so an meinen, äh, an meinen Arm und sagt, äh, haben Sie, haben Sie keine Kultur? Da drehe ich mich um, ich sag, wieso, was ist denn? Ja, wie können Sie denn Fotos machen, äh, äh, während, äh, hier, äh, jemand beichtet? Also ich war total verwirrt, weil, wie gesagt, das ist über, also zehn Jahre her, ich hatte noch keine Ahnung, nichts. Und, ähm, im Nachhinein, ich frage mich, was, was bringt dieses Beichten? Also wie kann, da ist doch wieder ein Mensch, der sich über den anderen stellt, oder nicht? Oder bin ich da, denke ich da falsch? Ähm, ja gut, äh, der Brief Jakobus sagt, wir sollen aneinander die Sünden bekennen, also Beichten, aber ein, aneinander, also Brüdern unter Brüdern. Diese Beichtstuhl mit Priester, dass der Priester deine, äh, äh, Sünden abnimmt und dir vergibt, das ist ein totaler Quatsch. Ja, genau das meine ich. Ja, ja, ja. Aber generell, klar, wenn man in irgendeine Religion, Religion hineingeht, dann, man, man respektiert ja die Menschen, man möchte denen ja nicht vor den Kopf stoßen. Und ihre Gebräuche. Ja, das ist, wie gesagt, äh... So gut es geht. Ja. Aber, ja, dann ist das halt so passiert, ne, da kannst du nichts machen. Nein, alles gut, also, das ist jetzt auch eine, äh, Gott, äh, soll sie sehen, äh, also nichts gegen diese Frau, äh, wie gesagt, die ist nur zehn Jahre her, nur, ähm, äh, weil mir das jetzt wieder so in den Kopf kam, auch wegen, äh, also wenn der Mensch sich über den Menschen irgendwie stellt, äh, das ist wie mit der Taufe. Also, wenn ich jetzt meinen Sohn bis zwei Jahre alt taufe, dann habe ich ihn, dann bin ich, dann nehme ich ihn doch jegliche, äh, Möglichkeit, also, weißt du, also, als ob ich, als ob ich die Hälfte oder ein Teil seines Weges für ihn selber gegangen bin. Er muss doch seinen Weg selber gehen. Ja, genau, ja. Absolut richtig. Nur die Katholiken sagen, ja, was passiert mit den Kindern, die, bevor sie zum Jesus Christus kommen und davor sterben, wohin gehen die? Also lieber taufen, dass sie errettet werden durch die Taufe, aber ist ja Quatsch, das ist ja Quatsch. Ja, aber, aber schau mal, äh, sich da so große Mühe machen, das Großzelebrieren, alle drei teilhaben lassen, einen Taufpaten haben, Tauftante haben, und, 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 und die Nächsten, äh, Und, und, und die nächsten 25 Jahre sich nicht mal ums Kind kümmern, ob, ob es Alkohol trinkt, ob es raucht, ob es, äh, in eine Disco geht, danach ist alles in der Scheißegal, oder was? Ja, also, ja, das ist halt diese falsche Lehre, weil wenn du, wenn du denkst, dass durch diese Wasser, Wasser auf den Kopf von einem Baby werfen, dass das, äh, dass das Kind gerettet ist, das ist Wahnsinn, dann wiegt man sich ja in eine falsche Sicherheit, und, äh, sowohl der Fahrt, die Eltern sind in einer falschen Sicherheit, was das Kind betrifft, als auch das Baby später für sich selber, das verlässt sich ja auf die Wassertaufe, äh, bei seiner Geburt, und so, wenn, das merke ich immer wieder in Gesprächen mit Katholiken, ich bin als Baby schon getauft worden, sagen wir zu mir, ich bin schon getauft. Ja, immer wieder. Ja, ja, ich sag, mein Lieber, du wiegst dich an der falschen Sicherheit, du musst mit dem Heiligen Geist getauft werden, dann sagt er, ach, sowas brauche ich nicht. Das ist bei uns Armeniern, ist das sehr, äh, sehr, sehr, sehr große, äh, Tradition, ne, das mit dem Babytaufen. Ja, ja, das ist das Problem. Und, und wie das mit Prunk und Glamour und Glanz, äh, ähm, äh, heroisiert wird, und das ist ja richtig, 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 richtig heftige Zeremonie. Und so ein kleine, so... Ja, und was bedeutet die Taufe? Was ist die Symbolik der Taufe, mein Lieber? Du gehst ja runter ins Wasser, das symbolisiert ja deinen Tod. Und du kommst herauf, und da heißt es ja, Apostel Paulus sagt, ihr seid begraben, gestorben, begraben mit Christus in der Taufe, und wieder heraufgekommen zum Leben, zum ewigen Leben. Das symbolisiert die Taufe. Wo ist denn ein Baby der Sünde gestorben und gereinigt? Ja. Ihr seid reingewaschen, heißt das ja. Ihr seid durch die Taufe reingewaschen von euren Sünden. Und das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist, wo der Herr Jesus sein Blut vergossen hat, damit wir eben gereinigt werden von aller unserer Schuld. Und das Baby wird ja auch auf der Stirn, äh, ähm, markiert, äh, ja, gekreuzigt, würde ich fast sagen. Du weißt, was ich meine. Ja, 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 ja. Da wird dieses gleichschenklige Kreuz da drauf gemacht. Da machen wir diese gleichschenklige, äh, gleichschenklige Kreuz, diese E-Plus-Zeichen. E-Plus. Ja, aber weißt du, was das für ein Symbol ist? Dieser E-Plus, was sie auf die Stirne der Babys machen, das ist das Sonnensymbol, ne? Das X, das ist, äh, sozusagen der Tod. Das heißt, sie versuchen, das Baby zu versiegeln, damit es nicht errettet wird. Ja, das ist krank. Wir zelebrieren doch nicht unseren Tod und Wiedergeburt und den Tod des Herrn Jesus, der mit uns gestorben ist und begraben und auferstanden ist. Das ist den Leuten ja nicht bewusst, was die Taufe finden. Die denken, das ist so ein Ritual, so, ey, so eine Art Fasching-Fest. Also, ich wurde, äh, tatsächlich damals, also, ich kann mich nicht daran erinnern, wie gesagt, auch ich wurde damals so getauft, aber evangelisch getauft. Keine Ahnung warum, meine Eltern leben leider nicht mehr, dass ich sie hätte jetzt fragen können, aber, ähm, äh, also mein Bruder und ich sind evangelisch getauft und wir haben ja auch einen Tauf, äh, also Taufpate und Tauf, äh, also meine, äh, meine Tante und ihr Mann sind unsere, äh, ähm, Patenonkel, also auch bei der Taufe und, äh, ich hab da, also würde ich dir, ich glaube, keiner von uns, also keiner von denen hat, hat überhaupt verstanden, worum es da überhaupt ging. Also, ich lese mich da ja auch rein, aber es war, es war irgendwie so, einfach so, das gehört mit zum Leben dazu, abgehakt, okay, das Leben geht weiter. Ja. Das ist alles Traditionschristentum, das rettet, die sind alle verloren, diese Menschen, leider, und sie wollen auch nicht hören, deswegen heißt es ja in Hosea, äh, mein Volk geht zugrunde wegen Mangel an Weisheit, ja. Ja, und im, äh, Koran darfst du, äh, nicht zu viele Fragen stellen. Ja, sonst verlierst du deinen Glauben. Ja, weil 1, 2, 3, 5, Vers 102 sagt uns alle ja, wieso man keine Fragen stellen soll, weil vorher schon Leute nach Dingen gefragt haben und hat unglaublich geworden. Aber guck mal, aber, äh, aber daran ist doch wieder auch was, äh, also wahres Tat, es ist doch wirklich so, desto tiefer man Bord ist, desto mehr man hinhört, desto mehr man hinschaut, desto mehr man mal auf die Dinge achtet und achtsam ist und wachsam ist, umso mehr, äh, 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 es hat man so, äh, so ein unsympathisches, äh, gefühlt zu dem Glauben, also, äh, wisst ihr, was ich meine? Nein, das tut nicht allein, allein, dass der Engel Jibril die Form eines Mannes annimmt, während sich Maria am Dusch ist und sein Finger da, ne, aus seinen Fingern Samen rauskommt und dann da reinsteckt. Schau dir das, diese, diese Dreck nach. Das ist, das ist, ey, Mann, genauso. Das ist er, aus Koran-Suche, das ist er, das ist der Jibril, Jibril, nehmt die Form eines Mannes an, der Maria gerade beim Duschen besucht und dann aus seinen Fingern kommt zusammen raus und dann steckt den Fick, du weißt du, finde ich. Ah, das ist, äh, aber, 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 aber wie, wie unlogisch, wie hirnlos, wie, 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 äh, wie Science Fiction, äh, ähm, genauso wie sie aus der Toilette, eine zweite Jami gemacht haben, mit, äh, äh, die Jami gehst mit rechts rein, links raus, da gehst du links rein, rechts raus. Zwisch jede Tür musst du immer darauf achten, mit welchem Fuß du, äh, rein und raus gehst. Ja, das sind halt diese, äh, diese, äh, Volks-Aberglaube-Rituale und so weiter, da, wie ich schon, ich hab das schon heute Morgen erzählt. Jedes Volk hat ja solche Rituale. Vor allem im Mittelalter wurden solche Sachen auch hier, in Europa, war sowas gang und gäbe. Volksglaube, Okkultismus. Weißt du noch, die, äh, die, äh, Pest damals, äh, wie die versucht haben, die Pest zu bekämpfen? Ja. Mit den, ähm, ähm, äh, äh, dass, äh, wenn die vier Wasser im Körper nicht im Einklang sind und dann, äh, diese Pestmasken und hin und her. Ja. Ja, ja, verrückt. Völliger Homemove, ne? Ja. Na gut, ich, ja, ähm. Äh, danke euch natürlich und, äh, wie gesagt, das mit der, mit den Billardkugeln da, das geht mir jetzt, das geht, das geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Nicht, dass du das jetzt machst. Nicht, dass du auf einmal schwach wirst und heute zum Billardforum gehst. Aber du hast das so bildlich beschrieben und dann die Zahlen und, 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 und dann so richtig, als ob dahinter was stecken würde, so. Ja, 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 das muss man unbedingt machen, damit man weiser wird. Ja, ja. Oh, Mann. Na gut, dann erstmal Gottes Segen euch. Alles klar, mein Lieber, Gott segne dich. Abi, was hast du denn? Danke dir, danke dir, mein Lieber. Abi, Evangelist, was hast du? Wie, was kann ich gegen dich tun? Was hast du? Werde vegan. Ne, wir müssen nicht vegan werden. Ob du Fleisch isst oder Vegetarier bist, das ist egal. Dem Herrn. Möchte hoch. Amir, wo bist du? Nein, du kommst hier hoch und machst nur Blödsinn, der Abi. Abi, Abi Evangelist. Du machst nur Hetzerei, das ist besser, wenn du nicht hochkommst. Ich mag keine Hetze. Wenn du nicht hetzen würdest, das stimmt nicht, Reza. Was stimmt nicht? Jedes Mal, sagt er, dann, egal, werden, vegan. Er hat halt. Was stimmt nicht mit vegan? Ob wir es vegan sind oder Fleisch essen. Reza, was heißt dieses Sonnensymbol oder X, was Katholiken immer machen? Ja, die sind sich natürlich darüber nicht bewusst, die Katholiken. Warum diese Symboliken, diese okkulten, heidnischen Symboliken in ihren Reihen angekommen sind. Der Vatikan und der Petersdom, ist ja alles nach diesen heidnischen Art und Weise gebaut. Das ist ja, zum Beispiel auf dem Petersplatz hast du ja den Obelisken, das aus Ägypten da rausgeholt wurde und da hineingebracht worden ist. Und das ist halt, der Obelisk ist im ägyptischen Mythologie der P-E-I-N-I-S des Osiris. Ja, Osiris, der Kampf gegen Set und das Einzige, was die Frau von Osiris, die Isis, findet. Das Einzige, was sie nicht findet, aus den ganzen Überresten seines Körpers, war der P-E-N-S von ihrem Ehemann, Osiris. Und dann bastelte sich selber einen P-E-N-S, so eine Art D-I-L-D-O. Ja, muss man vorstellen, wie dreckig diese heidnischen Geschichten sind da, diese Götter aus den alten mystischen Religionen, Ägypten und so weiter. Ja, da bastelt sie sich da einen künstlichen Teil und befruchtet sich selber mit diesem P-E-N-S. Muss man vorstellen, wie jetzt schon was, wie dreckig das ist. Und gebhrt Horus, den Sonnengott, den Lichtgott. Ja, das ist dann halt aus Satans Geist entsprungen, so eine Mythologie, ägyptische Mythologie. Und das symbolisiert wiederum diesen fehlenden P-E-N-I-S von Osiris, eben der Obelisk. Und das befindet sich auf dem Petersplatz. Und das siehst du auch in der ganzen Liturgie der katholischen Kirche, diese Sonnenanbetung. Der Papst hält ja immer so eine Sonnenscheibe hoch. Oder dieses gleichschenklige Kreuz, was der Papst immer macht, über die Menschen. Ja, das ist einfach ein Sonnenkult. Das sind die Priester eines Sonnenkultes. Und die ahnungslosen Katholiken, die da unten stehen und diese Priester anbeten, die sind in einem Götzendienst. Nämlich der Sonnenanbetung. Und das ist grauenhaft. Das ist grauenhaft. Und die Menschen sind sich darüber nicht bewusst. Die Katholiken werden Opfer dieser okkulten Praktiken. Und deswegen dieses gleichschenklige Kreuz, dieses X. Weil das X, das gleichschenklige Kreuz, ist ein Sonnensymbol. Das gibt es schon seit eh und je in allen alten antiken Kulturen. Das ist auch bei den Kelten zum Beispiel. Das Sonnenrad. Der Germanen, Kelten. Oder sogar ganz weit, wenn wir nach Osten gehen. Himalaya, Tibet, Buddhismus. Das Swastika. Was ja die Nazis auch verwendet haben. Dieses gleichschenklige Kreuz mit einem Haken dran. Ist nichts anderes als ein Sonnensymbol. Nur die Nazis haben damals dieses Symbol die schwarze Sonne genannt. Und die schwarze Sonne zum Beispiel wurde verehrt auch von den SS-Leuten. Heinrich Himmler und seine SS. Und das sieht man zum Beispiel auch, die schwarze Sonne in der Wewelsburg. Und die SS-Leute, die Nazis, haben ja auch in der Wewelsburg okkulte Rituale vollzogen. Also auch, sie haben auch im Geheimen sozusagen Menschen geopfert. Babies. Also das ist Satanismus. Gottes Segen. Gottes Segen. Ist der Armee zufälligerweise on oder ist er unterwegs? Nee, der Armee ist on. Hey Bruder, Gottes Segen. Der Armee ist off. Ich habe mal eine Frage, mein Lieber. Ja. Sag mal, unsere Lieben zum Hadith. Liebe zum Magie. Liebe zum Magie. Baby heiraten. Ja, da ist ja der Typ. Das ist ja der Typ, die Liebe zum Hadith nennt. Den kennst du den, glaube ich, ne? Ja, doch, ich kenne den. Da sagt der vor Hunderten von Leuten, ja, im Islam ist erlaubt, Babies zu heiraten. Aber du musst warten, bis es dann reif dafür ist. Ja, wer entscheidet es denn, wenn das deine Frau ist? Deshalb, Babies heiraten. Träftig. Ja gut, wenn man die jetzt nicht zu sich nach Hause nimmt, dann okay. Aber wenn du das Baby mit nach Hause nimmst, dann kann ja keiner mehr kontrollieren, was du mit dem Baby anstehst. Oder wie läuft das dann? Nein. Nein, nein. Du musst warten. Das Baby muss bei der Mutter bleiben. Bis es aufwächst. Nee, nee, nee. Neun Jahre alt wird und dann. Ich weiß nicht, was die Gelehrten sagen. Oder sechs Jahre alt. Du weißt ja, was die Gelehrten sagen, die sagen, nee, nee, der darf die ganzen Vorzüge wie streicheln, küssen mit dem Baby, der darf nur nicht da einringen. Ja, ja. Ach so, aber was ist mit den sunnitischen Gelehrten? Sagen die das auch? Auch, ja. Das sagen denn die schiitischen? Imam al-Salkashi sagt das auch. Es gibt keine Strafe für denjenigen, der ein Baby auseinander nimmt. Heftig. Eben Kodama, Großgelehrter des Hanbalitischen Pfiffen, der Hanbalitischen Rettflute, der sagt, oh, es gibt keine Strafe für denjenigen, der ein Kind unter neun Jahren auseinander nimmt. Geist. Schlimm. Sehr, sehr schlimm. Das ist doch geisteskrank. Ja, diese Sekte lassen wir in Deutschland zu. Wo ist der Kinderschutz? Wo sind die Politiker? Wo sind diese Leute? Amir, wir haben doch 1982 oder 1984 bei den Grünen in ihrem Parteiprogramm so etwas Ähnliches gehabt, dass Minderjährige mit Erwachsenen heiraten dürfen. Das wollten die durchbringen. Nichts anderes als Pädophilie. Ja. Ja, und wen haben wir jetzt in der Regierung? Die Grünen, ja. Ja, das ist ja das, was ich jedes Mal irgendwie hier in diesem Land nicht verstehe. Die lernen nicht aus der Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie die ihre Kreuze machen. Wie beim Mondo spielen, glaube ich. Was wolltest du denn eigentlich wissen? Ich wollte, was du über die Kirchenväter wirst, mein Lieber. Da ist dieser Badegetottel, der hat da die Kirchenväter zitiert. Und dass angeblich das Markus Evangelium nur bis Kapitel 8 geht in den Urschriften. Stimmt das? Oder erzählt der da nur Bullshit? Weil ich komme nicht an die Urschriften ran. Ich weiß gar nicht. Der hat das irgendwie abfotografiert. Ich weiß nicht, wer ihm das rübergemailt hat. Weißt du irgendwas davon? Es geht um den Markus Schluss. Es geht darum, um den Markus Schluss. Okay. Das geht bis Kapitel 8, oder? Das geht bis Kapitel 8, oder? In dem ältesten Manuskript in der Bibel kommt Markus Schluss natürlich vor. Ja, aber welches Kapitel ist das? Weil es gibt ja, wenn du die Schlachterbibel aufmachst, geht es ja rauf bis Kapitel 16, 17. Ja, genau. Genau, aber wer hat die geschrieben? Markus selbst? Ja, natürlich. Nein, es sind ja Urtexte, Fragmente, die halt zusammenkommen und dann eben ein Evangelium bilden. Das ist mir klar. Aber es gibt bei manchen Manuskripten fehlt zum Beispiel der Markus Schluss. Da ist er der kurze Markus Schluss oder der lange Markus Schluss. Und bestimmte Texte haben den langen Markus Schluss. Okay, jetzt verstehe ich. Das kommt doch von welcher Urtext? Die präsentieren nämlich den Urtext der Kirchenväter und die sagen, wer hat das denn jetzt geschrieben? Markus oder wer war es? Weil, ja, eure ältesten Manuskripte sind ja nur bis Kapitel 8. Und danach, und danach. Und da ist leider einer unserer... Okay, wenn das so ist, dann kannst du dir genau dieselbe Frage stellen. In Suche 5, Vers 3 ist eigentlich der letzte Vers des Korans. Was sucht denn in Suche 5, Vers 3? Wenn das der letzte Vers ist, warum noch 109 weitere Suchen? Warum? Ja, da steht... Wie Koran ist so abgeschlossen? Ja, heute habe ich euren Koran vollendet, ja. Ja. Warum noch weitere Suchen suchen? Ja, das hätte der Beruf anwenden sollen. Leute, ich habe mich auch ein bisschen gefragt, wo ich gesagt habe, wo hat der denn Urtext her? Ich meine, er hat ein Fragment da ins Bild gezeigt, wo ich dachte, hä? Sag mal, haben die mehr... Nein, der Typ, der macht, der geht zur Textkritik. Aber bemerkt nicht oder bedenkt nicht, dass Leute darauf geantwortet haben, was die Textkritik angeht. Wie mein Bruder gerade gesagt hat, in einigen Manuskripten ist der lange Magusschluss, der kurze Magusschluss. Die Schriften sind da, jeder kann sie aufschlagen und nichts an der Botschaft hat sich verändert. Was hat sich denn an der Botschaft verändert? Was? Null. Nein, der Inhalt ist der gleiche. Hat sich irgendetwas an der Botschaft oder an der Aussage Jesu Christi verändert? Absolut nicht. Jesus Christus kam in das Seine. Er ist für die Sünden der Menschen gestorben und er ist auferstanden. Das war's. Amen. Amen. So ist es. Ja, das war ja auch mein... Deswegen wollte ich dich mal fragen, ob du da wirklich, ob du das gesehen hast. Aber ich habe diese Urschriften noch nie gesehen. Du kannst googeln, du kannst googeln, Markus Schluss, Erklärung zu Markus Schluss. Da findest du einiges. Auch Roger Liby und die ganzen anderen, danke, Gabi. Auch Roger Liby und die ganzen anderen Bibellehrer haben das auch sehr gut erklärt. Ich glaube, es gibt auch eine gute Seite, die nennt sich apologia.de. Da kannst du auch nochmal nachschlagen. Da sind Geschwister, die dann halt die Bibel verteidigen und den Urtext und die Manuskripte und alles und erklären. Die Muslime greifen den Urtext an. Ich wünschte, die Muslime würden auch einmal so mit ihren Schriften umgehen und dann würdest du mal sehen, was die alles herausfinden, was da abgeht bei denen. Das dürfen die doch nicht. Dann würden die fündig werden. Dann hätten sie die nächste Quelle. Ja, genau. Wenn selbst ihr eigener Prophet, ihr eigener Prophet Gedächtnischwund hatte und sich nicht erinnern konnte, dass ein Muslim am Abend den Koran am Rezitieren ist und sich bei Gott bedankt und sagt, oh, danke Gott, dass du mich halt hast erinnern lassen an diesen und diesen Vers, den ich vergessen hatte. Und da siehst du mal, dass ihm gar nicht diese Verse wichtig waren. Er vergisst einfach seine Korane. Und deswegen kam diese ganze Verwirrung zustande. Dass die Leute mit unterschiedlichen Rezitationen auf einmal zu Mohammed kamen und gesagt haben, hey Mohammed, der rezitiert einen ganz anderen Koran als den, den du mir gelehrt hast. Und dann kam er natürlich in Bedrängnis. Weil er selber total Gedächtnischwund hat und die Leute verarscht hat, der Mohammed. Und dann hat er auf einmal, der Omar Ibn al-Khatab hat einen Mann in der Moschee gepackt und hat gesagt, wie rezitierst du den Koran? So habe ich den nicht gehört vom Propheten. Und dann hat er ihn zum Propheten gebracht. Er hat zu ihm gesagt, ja, das Sula Allah, guck mal, der rezitiert den Koran auf einer ganz anderen Art und Weise. Und dann sagt er, ich habe den genau in beiden Versionen bekommen. Das ist geil. Und dann steht in dem Hadith, dass der Prophet mit einem bösen Blick die Leute angeguckt hat. So nach dem Motto, hört auf mich zu Exposen. Warte mal ab, wenn ich mit meiner Verfälschung des Korans fertig bin. Wenn dann noch ein Stolzchen vom Islam übrig bleibt, ich fress ein Besen. Warte mal ab. Ich muss nur einen Moment Zeit bekommen, das ist demoliert. Also mein Ding ist, alleine schon, dass Allah, ich glaube auch Mohammed schwört, sagt man eigentlich alles. Siehst du. Und du weißt laut Hebräer 6,13, dass Gott es nichts Höheres gibt als er selbst. Und er nur, weil sich selbst schwört. Amen. Amen. Ein Gott schwört nicht. Und ein Gott braucht auch nicht so einen Patienten wie Mohammed. Okay, mein Lieber. Aber Gott sei Dank, mein Lieber. Aber Gott sei Dank, ich schau. Ciao. Nein, sagst du. Hallo? Ja. Oh, Armin, das ist ein Kandidat, der hochkollt hat. Nein, das ist nicht nur ein Kandidat, sondern ein richtiger Patient. Weißt du, was er sagt? Er ist Christ und Mohammed ist ein Prophet als Christ. Nein, der ist total verwirrt, der Armin. Er ist total verwirrt. Da sage ich überhaupt nicht. Erst mal Gottes Segen. Ich will auch mal nachhören. Ich habe eine Frage an dir. 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 Bitte lass mich heute hin. Ich habe heute wenig geschlafen. Ich möchte dich gleich Kopfschmerztabletten nehmen müssen. Jedes Mal. Sonst nenne ich dich Christian Ibuprofen. Wird als Gott eine Strafe angesehen bei dir. Christian Ibuprofen. Ja, du bist ein religiöser Gewaltiger, bist du. Ja, auf damit. Wir nehmen dich, du kranker. Nein, wirklich ist so. Christian, meine Verhandlung. Warum sagst du, wenn Menschen sexuell missbraucht werden, dass es Gottes Strafe ist, dass es Gott so wollte? Christian, passiert alles im Willen des Herrn, ja oder nein? Ich frage, nein, warte mal kurz. Was passiert alles im Willen des Herrn, ja oder nein? Nein, weil viele Sachen sind wir Menschen selber verantwortlich. Dann können wir Gott nicht die Schuhe geben. Du musst mal die Bibel lesen, Christian Ibuprofen. Du musst einfach nur einmal ein bisschen die Bibel aufschlagen. Wir wissen, dass alles im Willen des Herrn geschieht. Nichts geschieht auf die Selle. Was Gott nicht abgesegnet hat. Und das verstehen die meisten nicht. Natürlich haben wir uns dann frei. Wir können uns natürlich für einen sehr, sehr miesen Weg entscheiden, ja. Ibuprofen. Ich brauche wirklich ein Ibuprofen. Ich muss Ihnen das erklären, Lisa. Was ist damit ein? Lisa! Ja, ja, ja. Ich muss Ihnen das bitte erklären. Und den Leuten auch. Damit sie nicht falsche Schlussfolgerungen daraus schließen. Es ist ja so, dass das Leben eines Babys oder eines 90, 100-Jährigen in den Händen Gottes ist. Und wenn Gott sagt, jetzt ist Schluss, sowohl für ein Baby, sowohl für ein 8 Monate altes Baby, sowohl für ein 8-jähriges Kind, sowohl für einen 80-Jährigen Greis. Gott hat das Leben der Menschen von 0 Tage bis 130 Jahre, 120 Jahre in seiner Hand. Und wenn der Herr meint, dass ein Baby durch einen falschen Eingriff eines Arztes sterbt, dann ist das so. Und wenn der Herr meint, dass 100.000 Babys durch Kriege sterben, dann ist das so. Wir müssen das akzeptieren. Das ist in seiner Hand. Das ist der Allmächtige. Und wir diskutieren nicht mit dem Allmächtigen. Wir verstehen nicht alle seine Wege, aber doch, wir können nahe herankommen. Ja, in der Weisheit können wir seine Wege nahe herankommen. Und zum Beispiel sehen wir beim David, dass David eben mit der Barzeba Ehebruch begangen hat und dadurch ein Kind gezeugt wurde. Ein Baby. Und der Herr sagt, weil du das getan hast und den Mann umgebracht hast, den Uriah, so eine schlimme Sünde begangen hast, werde ich deinen ungeborenen Kind töten. Ja. Wollt ihr jetzt mit ihm diskutieren, mit dem Gott, ja oder nein? Hat David mit dem Herrn diskutiert? Ja. Was bist du für ein Gott, wie dieser Christian, Ibu Prophet? Wer wird das machen? Ibu Prophet. Der wird das machen, weil er einen falschen Geist hat. Das ist schon mal was gut mit Religiösität, ne? Und mit Frömmigkeit, okay. Aber wenn man da, wenn man religiöse Sachen missbraucht, ja, man sagt dazu, religiösen Missbrauch an Menschen, die schwach sind, ja. An Menschen, die wahrscheinlich nicht auch nicht dafür bewusst, sie schlecht machen, sie bewusst bösartig schlecht machen. Und damit Leute, die meinen, die sind ranghörig im Glauben, das zu missbrauchen, ja. Menschen zu missbrauchen, ja, mit religiösen Überfrömmigkeit. Christian, hör auf, die Verwirrtheit in Person zu sein. Ich bin nicht verwirrt, ich bin nicht verwirrt, ich bin nicht verwirrt. Doch, du bist absolut verwirrt. Was ich mit mir schon sowieso gehört habe, machst du so von dir, du machst absolute Verwirrung. Als du auch damals gesagt hast, ich erinnere mich noch, das werde ich nicht vergessen. Ja, aber was wird denn der Koran? Der Koran sagt auch, dass die Küsten in den Himmel kommen, richtig? War es das nicht? Es gibt einige Koran-Verse, zum Beispiel, darüber muss ich gar nicht mit dir reden, weil du warst ja Schiite gewesen, ja. Du warst ja ein Gangster-Rapper, du warst ja ein Gangster-Rapper. Und Razi hat gerne mit einem roten Prokernate gefahren, hat gerne Rapper-Musik. Aus hier, sofort. Meine Herren. Keine Nerven für Unsinn raufen. Also ich habe echt keinen Bock mehr, mit ihm zu reden. Ich will ja auch kein Wort mehr mit ihm reden. Das gibt man auch nur Kopfschmerzen. Du kriegst nur Kopfschmerzen. Das ist wie euer Döner-Niveau. Der Zertag. Hallo. Da muss man so christlich veranlagt sein, um mit dem zu reden. Ja. Geht's euch gut, alles klar? Ja, danke der Mauer. Ja, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Du mal, ich habe mal eine komische Frage. Ich weiß nicht, ich bin ja Christ, ich Christ in dem Sinne, ich studiere ja die Bibel, lese die Bibel, also hin und her. Vor kurzem habe ich mir von deinem Kollegen, Danny, kennst du den, der gesagt hat, wenn du immer die Wahrheit suchst, solltest du beten und der Herr wird kommen. Ja. Oder du wirst, jetzt pass mal auf, was mir passiert ist, ich bin ja schon mein Leben lang Christ und ab und zu mal, nicht 100 Prozent sagen wir es mal so, aber mittlerweile versuche ich 100 Prozent zu sein. Ich komme abends nach Hause, pass auf, was passiert, da sehe ich auf der Straße, das war vor drei Tagen war das, da sehe ich einen Igel auf der Straße. Einen Tag zuvor habe ich gebetet gehabt, der Herr soll mir irgendwas geben zum Sehen, zum Gucken, weißt du, wie ich meine, wie jeder, wie er es auf seine Art macht. Und ich komme nach Hause und es war gegen 22 Uhr plötzlich, sehe ich einen Igel auf der Straße, so ein ganz kleiner und ich denke mir, Mann, was ist da los, steig aus, weil es schon bei mir auf der Straße war. Ich schaue mir den Igel an und denke mir, der ist leicht verletzt. Und dann kommt so eine andere Frau und sagt zu mir, ja, der überfahre ihn doch, der leidet. Ich so, nee, das kann ich nicht machen. Hin und her, pass auf, auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt mit dem Ding, das bringe ich zum Tierheim. Ja, es war halt spät, ich wollte nach Hause gehen, schlafen. Auf jeden Fall hole ich mir einen Karton, ich mache bei mir den Container auf, da wo unsere Container sind, mit den ganzen Kartons, da stehen ungefähr fünf, so fünf solche grüne Kisten, also Eimer, wo man reinschmeißt, weißt du, ganz große. Auf einmal den ersten Karton, was ich rausziehe, liegt der Koran vor mir. Ich so, das kann doch nicht sein. Verstehst du mich, was ich meine? Und dann habe ich mir gedacht, weißt du, weil ich ja immer nach der Wahrheit suche, weißt du, schon seit Kind habe ich über so eine, so eine, so, ich habe mich immer gefragt, wie das alles zustande kam, es kann nicht sein, schlecht, gut und böse und hier und das. Und dann an dem Tag, wo ich noch einen Tag zuvor gebetet habe, dann passiert mir das, als ich den Karton ja aus dem Mülleimer holen wollte, ich habe den Igel da rein machen, direkt von fünf Kartons, genau den ersten Karton, wo ich hoff, liegt der Koran vor mir. Dann denke ich mir, das kann doch nicht sein, weil ich selber habe ja ein bisschen vom Koran aus deinem Live mitgekriegt und habe immer wieder so die Verse überprüft, ob das auch immer stimmt und so und ich habe mir echt gedacht, es kann doch nicht sein, dass mir jetzt der Koran vor die Nase liegt. Weißt du, weil du einen Tag zuvor gebetet hast und ich habe das bis heute noch nicht so wirklich verarbeitet und verstanden, warum das passiert ist, weißt du, ich meine. Ich meine, ich will jetzt kein Glauben verurteilen, aber ich bin halt schon eher auf der, wenn du die Bibel liest, dass du dann halt durch die Bibel liest, lesen tust, merkst du schon, dass da Wahrheit drin ist und dass das auch nicht so radikal ist, so ein bisschen wie bei den Moslemen. Deswegen habe ich gedacht, ich frage dich mal, was du dazu meinst. Hallo? Alle sind auf einmal stummt. Ja. Du hast einen Igel gefunden und diesen Igel hast du ins Krankenhaus gemacht. Ich habe ihn in die Tierklinik gebracht und auf den Weg musste ich, ich konnte ihn ja nicht in die Hand nehmen, der hat gleich geblutet, der war jetzt nicht so verletzt, dass ich ihn jetzt liegen gelassen habe und die Frau sagt zu mir noch überfassend, ich so, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Und dann habe ich ihn halt ins Tierheim gebracht, weißt du, so eine Notfallpraxis, so musste ich halt von Stuttgart, was weiß ich, 40 Kilometer fahren, dann war ich halt irgendwann mal halb zwei zu Hause und ich musste ja das Ding irgendwie einladen und dann habe ich halt den Mülleimer aufgemacht und von den fünf Mülleimer direkt den Karton, was ich als erster rausgezogen habe, war der Koran vor mir und den Tag zuvor habe ich gebetet, weißt du, das habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, weil eigentlich... Ich weiß nicht warum, weil der Herr gesagt hat, lies mal ganz kurz dieses Buch, damit du ganz genau weißt, dass ich die Wahrheit bin, damit du die Lüge von der Wahrheit unterscheidest. Aber das ist schon krass, verstehst du mich, was ich meine? Natürlich, klar, der Herr sagt, okay, kein Problem, willst du etwas sehen, ich zeige dir etwas. Wenn du also den Koran aufschlägst, dann siehst du ja, Nackentherapie für Christen, geklaute Verse von Menschen, Legenden aus alten Zeiten, Widersprüche ohne Ende, keiner weiß, welcher Koran jetzt wirklich offenbart wurde, der Koran von Hafs, der Koran von Waj, du, die Koran, Ibn Qasir, alle haben den Koran. 14 Kider Art, anerkannte Kider Art, Version des Korans gibt es heute. Ja, wer denn jetzt, welcher denn? Weißt du, und ich war halt irgendwie schon, ich habe das noch gar nicht so verarbeitet, weißt du, richtig, ich habe mir gedacht, ich lese ja die Bibel, weißt du, und ich meine, das meiste, was ich jetzt aus dem Koran mitgekriegt habe, ist ja, wenn ich deine Live sehe, weißt du, wenn ich jetzt mal Zeit habe und ich sehe, du bist live, dann höre ich mir das gerne an, wenn ich jetzt zum Beispiel, je nachdem, wo ich bin und ich Zeit habe, höre ich das schon immer wieder, auch die Leute, die rufen. Ja. Der Igel hat Dauer gemacht. Lissar. Lissar. Oh, nicht Tänk. Wegen dir habe ich wieder was verloren. Mann. Lissar. Ja. Der Igel hat Dauer gemacht, Lissar. Igel hat Dauer gemacht? Das war ein Dauergandist. Ach so, okay, warte, ich habe nicht mitbekommen, ich muss arbeiten im Gegensatz zu dir. Ich muss dich finanzieren. Jetzt brauche ich nichts zu tun, ich bin hier im Hetzmobil. Ja, ja, ja. Der Igel, genau, der Igel. Der Igel, aber was soll ich dir dazu sagen? Der Ralf Siegel, der Ralf Siegel war hier. Ach so. Ach so. Ach so. Der Ralf Igel. 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 Ja, ich habe mir zuvor diese... Wer heißt das Igel? Denny. Denny. Wie heißt der Denny? Denny. Denny. Der heißt Denny. 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 Der Handy mit seinem heißen Handy. Aber das Profilbild von meinem Bruder ist immer noch die Hälfte. Wer dagegen was sagt, der wird mit Atom angreifen. Ich werde mit Atom angreifen. Der Typ ist sowas von cool. Hörst du mich wieder? Ne, ist heftig. Ja. Ja, wir hören dich leider. Oder Abi Reza. Hörst du mich? Ja Abi, wir hören dich leider. Ja, ja. Ja, ich hatte keinen Fang gehabt irgendwie. Was hast du, keinen Tanga gehabt? Ja, keinen Tanga gehabt. Ja, okay. Ich hoffe, du hast immer noch keinen Tanga. Ich hoffe, du hast viel, viel erlebt. Weg mit Tangas. Und Mangas. Alles wegschmeißen. Alles verbrennen. Mangas und Tangas. Und eure Sünden bereuen. Hallo, hört man mich? Ja. Habt ihr euch mal überlegt, warum am 9. September der Attentat war, der Terroranschlag, der Terroranschlag? Ja. Wegen Suren 911, denke ich. Ach so. Meint ihr auch? Ja, ja, klar. Schon heftig. Aber die Elite wählt natürlich auch Datum aus, die wegen ihrer Numerologie im Zusammenhang steht. Ja, ja. Aber du hast schon recht. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja. Aber zu dem Igel. Was meinst du jetzt? Ich wollte auch noch mal wissen. Das ist ja schon... Ja, das hat mich schon irgendwie weggehauen, dass ich meine mit dem Igel, was da passiert ist. Ich komme nach Hause, du betest einen Tag vorher und dann auf einmal steht der Koran vor deiner Nase. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich hab das gerade erklärt, ne? Ja, ja. Es war immer wieder Unterbrechung vom Netz, weißt du, deswegen. Naja, aber es war schon, wie gesagt, du betest ja und willst ja auch die Wahrheit wissen, aber wie gesagt, ich selber verurteile jetzt keinen, aber wie gesagt, ich bin nicht der Freund vom Koran, weil wie gesagt, ich hab da schon ein bisschen auch nachgelesen übers Internet. Aber an dem Abend, wo ich, wo ich dir jetzt gerade erzählt hab, hat mir gedacht, sag mal, das kann doch nicht sein, ey, du kommst nach Hause, du betest einen Tag vorher und dann liegt es dir vor der Mülltonne vor der Nase, weißt du so, es ist grad von fünf Eimer ziehst du den raus, weißt? Das ist kein Problem, du kannst das ja lesen, du wirst ja schnell merken, ob das von Gottes Wort ist. Ja, klar, ich habe ja die Bibel gelesen und lese sie heute noch. Ich meine, ich hab ein bisschen reingelesen, aber dann habe ich gemerkt, dass man es von rechts nach links lesen muss, gell? Also die Seiten sind das so beim, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwie gar nicht. Galatischer oder Gnadischer Islam steht drauf, irgendwie so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, ist das schon heftig gewesen, weil wie gesagt, ich meine, ich hab nie mit dem Koran was zu tun gehabt und dann suchst du immer noch nach der Wahrheit, ein Mensch braucht ja immer wieder irgendwo ein bisschen Bestätigung oder irgendwie nicht bestätigen, sondern du suchst immer wieder, du hast auch keine Zweifel dran, was? Also ich meine, du bist ja fest im Glauben, du bist ja, man sitzt ja auch. Ja, warum du bist denn fest im Glauben? Was meinst du, was der Grund ist, warum ich fest im Glauben bin? Weil du geistliche Ernährung zu dir nimmst. Weil ich, weil ich gelesen habe, genau. Ich habe also das Ganze miteinander verglichen und herausgefunden, ob der Koran wirklich die Wahrheit ist oder nicht. Da ist alles anders als die Wahrheit. Du bist ja immer dabei, das ist ja die geistliche Ernährung, du trainierst ja dein Geist. Das ist ja auch legitim, weißt du, das ist, deswegen bist du auch stabil und kannst auch nicht so wie jemand anders, sondern du kannst reden und du weißt genau, was du redest und du bist einer, der kommt und sagt, okay, lass uns hinsetzen, lass uns reden. Ich zeige dir, ich kenne mich aus, die meisten, die hier reinkommen, ich sehe es ja in deinem Live, die erzählen nur ein Scheiß, das ist eher zum Lachen, weißt du. Aber ich meine, du hast ja Wissen und ich weiß, dass es ja so ist, weißt du, aber man hat immer wieder seine Zweifel, weißt du, das ist ja, also ich zumindest, bei dir weiß ich es ja nicht, aber man denkt ja immer, Mann, ey, hier, der Alltag, der Stress, weißt du, diese Welt braucht keinen Gott, so steht es ja auch in der Bibel drin, also die Menschen brauchen heute keinen Gott mehr, weil sie alles haben, was ich meine. Ja, ihr Bauch ist ihr Gott geworden, das ist das. Genau, so ist es, ja. Herr Bruder, ich habe mal eine Frage ganz kurz, ist der authentisch eigentlich dieser Hadith, wo Mohammed in der Höhle war mit zwei schwarzen, da wo da auseinandergenommen worden ist, da gibt es doch anders. war nicht mit zwei schwarzen in der Höhle, sondern, ich weiß nicht, sind das Dämonen oder Afrikaner, ich weiß nicht genau, also in dem Hadith heißt es, dass irgendwie Schwarzafrikaner irgendwie auf den Geritten sind und er danach sehr Schmerzen hat, und dieses Wort ist ja Yarkabuna, und Yarkabuna ist natürlich im sexuellen und ist authentisch der Hadith, ne? Heftig. Ist es auch authentisch mit dieser Ratte hinten geboren? Ja, da steht im Buch von Ibn Kassir, den Al-Bidayah Wanihaya, natürlich. Das ist so, eine Zahnbürste kam raus. Es gibt doch einen Scher, der darüber geredet hat, der meinte, ich brauche mich nicht auszulachen, das steht in der authentischen Schrift bei uns. Äh? Das ist so krach! Das ist so krach! Das ist so krach! Das ist so krach! Ja, die müssen die versuchen, diesen Wahnsinn auch noch zu erklären, das ist auch heftig. Ja, stell dir mal, das muss man sich mal vorstellen, du siehst, wo ein Zoo, ein Gorilla, die sich so steinigen, wegen Tremd gehen! Das Beste, die müssten ja noch antworten, äh, äh, à la, à la, ja, à la steinigung! da gab es doch auch was mit solon und gemora ne ich hab mal von christian prinz gehört da kam gut aussehende scx engel um das volk da zu verführen ist auch authentisch oder ja klar das ist auch so gut mit diesem finger lutschen und denkst da wo du wo du toilette du kannst ja auch wo du deine toilette machen oder das hat mehr oder die toilette du hast mal gesagt dieses wasser dass die haben ja irgendwie dass der profil also dass mohammed da sein wasser da wurde trug und waren genau er hat er hat seinen bodo in seinen wohnen gemacht von buddha wo tote hunde mit klamotten und der müll der ganzen stadt da reingeworfen wurde und die leute sich gewundert haben gesagt haben die ganze dinge machen wo hat er gesagt wasser ist rein und wirklich nichts kurz was ich fragen wollte sommer der die engel wurden der teufel wurde doch damals auf die er herab geschleudert wurde er mit seinen engel herab geschleudert oder warum hat gott damals die die engel also den teufel sozusagen auf die erde geworfen weil die adam und eva weil die ungehorsam waren und daher hat sie aus dem paradies geschmissen wir haben rebelliert der teufel ist ja erst später glaube ich aus dem himmel geworfen oder war das gleiche war genau erstmal adam und eva und dann direkt die dämon hinterher weil irgendwo hatte ich mal gelesen dass der teufel viele trotz noch viele engel mit sich gezogen hat und dass der dann diesen schulstrich gezogen hat und ihn dann auf die erde geschmissen hat deswegen sagt er auch in dieser ja 14 12 wie bist du vom himmel gefallen du glanzstern so sohn der morgenröte der will sich ja dem allerhöchsten gleich machen das ist so wie allah jetzt ist über den thron erhoben hat und der luzifer in der bibel hat man sich auch über den thron gottes erheben wer ist also allah ja das gab sonne oder irgendwie aus dem arabischen der luzifer sich über den thron erheben sagt im koran stimmt 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 du hast es mal erzählt gehabt jetzt fällt es mir ein der koran kam ja 600 jahre später nach dem nach dem nach der bibel genau also beziehungsweise nach jesus christus ok m power warte sehen hallo 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 ja aber nicht verstehen das spiel die trinität oder warum lisa sich ein hittricht hat und so ich meinte willst du gerade philippa brief kapitel 2 vers 6 bis 11 vorlesen noch keine bibel da ich wollte korinther erster korinther 2 14 ein mensch der gottes geist nicht hat lehnt ab was von gottes geist kommt er hält es für uns sind und ist nicht in der lage es zu verstehen weil ihm ohne den geist gottes die nötige urteilsvermögen fehlt genau eigentlich wollte ich noch sagen bruder amir da ist irgendwo auf dem live chat 83 lini heißt der hat vier bilder ein einmal gespielt auch mal an ihr bitte man position und genau ich will diese leute überhaupt gar nicht erwähnen irgendwen erwähnen sollen die einfach machen was sie wollen gottes segen mein ich bedanke dir dass dabei war okay keine werbung für niemanden haben wir wieder da ja gott sei dank ja gott sei dank bist du wieder da resa habe keine sorge wer ist denn hier mit uns der bananenkrieger ja ich habe eine frage was hast du gesagt ich habe verstanden vielleicht ist das jemand der dönerbude arbeitet und jemand hat döner gekauft namens osama ist davon gerannt ohne geld möchtest du noch mal mit christian reden nein hör auf ich will nur selbstmord machen als mit christian zu reden also ok selbstmord ist sinnvoller als mit christian ich weiß ich weiß dass er mich beleidigt hat ich wollte das nur ins lächerliche ziehen ich weiß du das hast ja gesagt gott segne ihn guck mal der sagt das die ganze zeit weiter aber gott segne dich ne bananen warrior der name passt auch zu dir deine bananen in den krieger rein die bananen in den krieger rein die bananen in den krieger rein ist er bananen warrior ist er ja ja und niemandem habe hätte sich nicht einfallen lassen können der wahnsinn ja aber der braucht auch erlösung ne der braucht auch die liebe des herrn jesus christus ja möge der herr jesus deine finsteren augen öffnen deine blinden augen öffnen dein finsteres herz und dein finsteres herz und geist dein geist der verfinstert hallo 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 also ich hätte eine frage ob du was machen könntest und zwar also ich bin selbst christin deswegen und ich hab einen sehr guten freund und er ist auch gläubig und seine familie ist aber nicht sehr religiös und die sind die sagen halt sie sind christen aber haben dann so sachen wie buddhas und sowas im haus stehen und sagen so sachen Weißt du, wo man einfach merkt, die sind nicht erlöst und die sind auch nicht vom Neuen geboren und man merkt einfach, das geht in eine ganz schlimme Richtung und er fragt mich immer so, kannst du bitte, bitte mir sagen, wie ich meine Mutter überzeugen kann, dass sie wenigstens diese Bilder, diese Buddha-Bilder abhängt von zu Hause, weil er merkt einfach, dass das in dem Haus so Unruhe auch bringt. Und weißt du, was ich meine, wenn so Buddha-Figuren überall stehen und sie sagt, ja, ich habe ja nichts mit dem Glauben zu tun, ich finde die nur schön und ich kann ja selbst nichts sagen zu ihr und er hört nicht auf sie und ich würde gerne so deine Erklärung vielleicht, vielleicht ihr weitergeben, ob das irgendwas helfen könnte. Wir müssen ja aus der Welt hinausgehen, meine Liebe, wenn wir alles um uns herum, die ganzen Götzen wegmachen müssen. Nein, der Herr hat uns in diese von Götzen Verehrer Menschen hineingesetzt und aus gutem Grund, damit wir Licht sind in dieser Finsternis und es ist nicht unsere Aufgabe, alle Götzen wegzumachen. Das war im alten Bund, da hat Gott dem Israel Befehl gegeben, solche Götzen dienerischen Treiben mit Gewalt zu beenden, aber im neuen Bund haben wir solche Befehle nicht mehr, sondern wir sind friedlich und wir sind in dieser Welt abgestorben. Und wenn jemand meint, Buddha-Figuren in seinem Haus zu haben, das ist ein Problem. Wenn er jetzt da wohnt, wenn das seine Mutter ist oder keine Ahnung was, dann muss er halt rausgehen, wenn ihm das nicht gefällt. Dann muss er sich eine eigene Wohnung suchen. Aber solange er da lebt, dann muss er einfach ruhig sein und mit der Mutter über den Herrn reden, damit sie halt wiedergeboren wird. Wir versuchen es auch sehr oft. Also ich war letztens da und ich habe sehr, sehr lange mit ihr geredet und ich habe ihr erklärt, was das auch macht im Haus, weil ich selbst einfach aus einer Kultur komme, wo ich weiß, was das alles anstellen kann. Also aus dem orientalischen Raum und meine ganze Familie, sind auch alle Moslems, nur unsere ist die Einzige, die in Deutschland lebt und die halt zum Glauben gekommen sind, Gott sei Dank. Aber sie kann es halt nicht verstehen und ich frage mich, wie ich ihr einfach helfen soll. Wenn du ihr erklärst, was Wiedergeburt bedeutet, dass sie wiedergeboren werden sollen und wenn sie den Heiligen Geist empfängt, wiedergeboren wird, dann wird sie sich auch langsam und sicher von diesen Sachen aus der Wohnung verabschieden. Ja. Weil was willst du von jemandem, der jetzt die Mutterstatuen weg macht, aber dann bringt die irgendwelche Bilder von Mekka an ihre Tür. Das Problem ist ja nicht an der Wurzel gepackt, sondern nur oberflächlich. Das ist ja das Problem und auch, ich versuche ihr auch, ich habe nämlich alle eure Videos schon so oft geschaut, also schon ganz früher so. Und ich habe auch ihr erzählt, alles mit der Musikindustrie, was da alles los ist und der, also mein guter Freund, der checkt das auch alles. Wir haben uns auch von der Musik so komplett distanziert und hören halt nur noch christliche Musik und sowas. Aber sie, sie sagt dann so, ja, aber ich höre ja oft den Text und der Sänger, der ist auf gar keinen Fall. Und ich weiß, das ist immer so, das ist immer so schwer für mich zu verstehen, wie Leute das nicht verstehen können, weil es ist ja so offensichtlich. Also alles, was du gezeigt hast, deine ganze Arbeit so auf YouTube, ich habe alles geschaut, das ist doch so klar und man kann es ja so leicht erkennen und ich habe halt das Glück, dass ich halt mit dem Christentum aufgewachsen bin so. Aber ich weiß halt nicht, wie ich das jemandem so nahebringe, der einfach nicht so von innen das versteht. Ja, du kannst die Menschen nicht zum Glauben und zum Verständnis zwingen. Der Mensch hat ein Recht auf Dummheit. Kein Mensch muss schlau werden. Das gibt im Gesetz, gibt es keinen Artikel, das es besagt, jeder Mensch muss intelligent werden. Nein, jeder Mensch hat ein Recht, dumm zu sein und man muss die auch lassen. Es gibt ein Recht auf Dummheit. Und wenn du den Leuten zum Beispiel das erklärst mit der Musikindustrie und so und der sagt, ja, aber das ist doch, das ist ja Quatsch. Ja, dann hast du deine Aufgabe getan, derjenige, also besteht auf seine Dummheit. Und er hat das Recht dazu zu tun. Es gibt keine gewaltsame Intelligenz. Ja, das stimmt. Meine Aufgabe ist ja in dem Moment dann getan, dass du über den Herrn gesprochen hast, dass du das erklärt hast. Und der Herr sagt, wenn diese Leute nicht auf euch hören, putzt eure Füße und geht weiter. Ja. Menschen ja nicht zwinglich frei. Okay. Das Ganze. Dankeschön, aber trotzdem. Gottes Segen. Dankeschön euch auch, Jesus. Dankeschön. Danke dir. Ciao. Das Ganze sagte Herr Jesus, ja, wie oft wollte ich euch sammeln wie eine Henne, ihre Küken unter ihren Flügeln sammeln wollte und ihr habt nicht gewollt. Das heißt, Gott akzeptiert den freien Willen des Menschen, Nein zu sagen. Der wahre Gott der Bibel zwingt keinen. Es gibt natürlich einen anderen Gott bei der Konkurrenz, der zwingt, der will die Menschen zwungen sehen. Bei der Konkurrenz. Das wären wir bei Mediamarkt und Saturn. Ja, genau. Bei der Konkurrenz habt ihr den Gott, der zwingt will. Wenn ihr so ein Gott, wenn ihr so ein Gott sein wollt, dann gerne, bitte. Freie Wille. Wenn ihr so ein Chef haben wollt, dann bitte geht dorthin. Genau. Aber ich wollte sowas nie, zum Beispiel. Ich wollte jemanden, der eben meinen freien Willen akzeptiert und nicht wie ein Roboter oder irgendwie so ein Diktator. Nein. Und deswegen muss derjenige sich darüber bewusst sein, dass Gott den freien Willen des Menschen akzeptiert. Ja, warum nimmt er dann den freien Willen von Adam weg, der Allah? Weil er den freien Willen nicht akzeptiert von Adam. Das ist zum Beispiel ein Gott, der entzwingt, kämpft, bis die Religion gänzlich Allahs ist. Das heißt also, die müssen mit Zwang, auch wenn die den nicht wollen, die müssen anbeten, auch wenn die den den Herzen nicht lieben. Das heißt also, das ist so, als wenn du jetzt eine Frau mit Gewalt entführst, TikTok-sportlich, und die zu deiner Frau machst. Und sagst, lieb mich, lieb mich, lieb mich, sonst mach ich dich kaputt. Sonst schlage ich dich kaputt. Liebe soll entstehen. Ja, Liebe, dass nicht auf... Es gibt keine Liebe, dass... Was machst du da? Machst du Geld oder was machst du da? Ja, ich zähl' gerade. Während wir hier predigen, macht er schön Geld. Der zählt seine Dollarscheine. Danny, kann doch nicht wahr sein. Der macht Kohle und... Wir leiden und er macht das Geld damit, Amir. Wahrscheinlich macht er unseren Livestream jetzt gerade und die Leute spenden. Und er kassiert das ganze Geld ein. Hast du gesehen, wie das dem runtergefallen ist? Erzählt die... Ja, erzählt die, die ist ja genau dieser. Ja, aber der ist schlau. Der ist schlauer, der Mann. Er weiß, wie man Geschäfte macht. Dieser Danny. Wo ist Abstand von ihm? Ja. Aber der lässt mich nicht in Ruhe. Das ist das Problem. Ich hab dem tausendmal gesagt, lass mich endlich in Ruhe. Aber der lässt mich nicht in Ruhe. Der will auch mit Zwang. Der will auch immer mit Zwang jemanden zwingend. Er sagt, willst du nicht mehr mit Christian reden? Rede du mit ihm. Aber der macht nur Faxen. Guck mal, wenn ich den reinhole, guck mal, was der wieder sagt. Rede du mit ihm. Ich will Weisheiten. Das kann nicht wahr sein. Ich übergebe gerne den Gesprächspartner an Dr. Shekha Boaghi. Freiwillig. Freiwillig. Dann gebe ich weiter. Bist ja, mit welcher Meistern willst du uns diesmal bestellen? Was für eine Meistern willst du uns diesmal bestellen? Ich hab eine Frage zum Thema. Du hast ja gesagt, dass ja der Teufel, also der Lucifer, rausgeworfen ist und dann Atom und Efe oder was. Weißt du, warum er rausgeworfen ist? Warte mal, hast du das nicht gesagt? Weißt du eigentlich, warum er rausgeworfen ist? Ja, genau. Ja, der hat rebelliert im Himmel. Der wollte auf Gottes Thron. Richtig. Hab ich ja vor uns reingeschrieben. Das findet man ja auch in Jesaja. Ja, hab ich doch gerade eben erzählt, Mann. Ja, hab ich doch vor uns reingeschrieben. Hast du mitgelesen? Ja, aber das hab ich doch schon längst erzählt. Wer kommt da mit? Das hab ich gerade reingeschrieben. Hab ich doch schon längst gesagt. Na, hab ich doch vor uns reingeschrieben. Aber du hast doch gesagt, ähm, warte mal, die Engel wurden doch auch erschaffen, oder nicht? Nee, die Engel sind ewig. Die haben Gott erschaffen. Die Engel? Nein. Die Engel wurden auch erschaffen von Gott. Ey, Christian, das kann doch nicht mehr wahr sein. Wie vor die Erde erschaffen worden ist. Christian, laufst du in ein Dreck? Nimmst doch kein Dreck zu dir, Mann. Warum nimm ich denn Dreck? Was für ein Dreck denn? Nimmst du irgendwas für dich, Christian? Ich meine das ernst. Wollen die Engel erschaffen? Ja, oder nein von Gott. Christian, du nimmst hundertprozentig was. Ich spüre das. Nein. Doch. Was soll ich denn? Du nimmst was. Der ist schon als Baby in diesen Zaubertrank reingefallen. Wie Asterix oder Oberlin. Ich spüre nicht, dass hier jemand Substanzen zu sich nimmt. Du nimmst heim die Substanzen. Ich bin Asperger. Ich bin Asperger, mein Freund. Aus Asperger. 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 Hast du was Autismus ist? Ein Hassprediger. Weißt du was Autismus ist? Asperger. Asperger-Syndrom. Ja, was möchtest du uns jetzt damit sagen? Das hält man Autismus-Spektrumstörung. Ja? Okay. Okay, und was heißt das jetzt? Das hält man Autismus-Spektrumstörung. Was soll ich jetzt damit machen? Willst du von uns an eine Lösung für eine Krankheit oder was? Nein, nein, will ich nicht. Ich will ab eine Frage. Gott hat da die Engeln auch erschaffen. Weiter. Waren die Engeln vorher da als die Erde, wo Gott die Erde erschaffen hat? Oder danach? Nein, wir wissen. Die Erde war schon da. Das Problem ist nur, Adam und Eva waren noch nicht erschaffen. Okay. Das heißt, Gott war mit den Engeln und da kam schon Lucifers Fall. Okay, ich habe eine Frage. Also. Gott hat die Engel erschaffen. Okay? Bevor die Erde war. So. Oder waren die dabei gewesen, weil man auch lesen kann, warst du dabei, wo ich die Erde erschaffen habe? Steht ja auch in der Bibel drin. Wo Gott sagt, wo Gott sagt. Okay, Christian, ich merke, das bringt nichts. Ich danke dir, dass du da warst. Warum bringt das? Ich danke dir, dass du da warst. Was bringt der überhaupt? Bis heute weiß ich nicht, was er will. Weiß es selber. Und ich kenne den schon auch jetzt so ein halbes Jahr mindestens. Bis heute habe ich nicht herausgefunden, was er will. Oder kann jemand bitte das dechiffrieren, was der Mann will, dekodieren? Das ist, wenn man durcheinander ist. Diaballo. Durcheinander geworfen. Ja, aus. Hallo. Hallo, Amir. Hallo. Hallo, Reza. Hallo, grüß dich, mein Lieber. Hallo, hallo. Ich sehe ja, ich verfolge euren Stream schon lange. Ich bin selbst Moslem. Ich finde, immer wieder kommen ja Glaubensbrüder von mir rein, die wenig Ahnung vom Islam haben oder Ähnliches. Ich würde einfach, Amir oder Reza, wieso macht ihr denn nicht einfach einen Stream mit Leuten, die sich wirklich intensiv mit der Religion auseinandergesetzt haben? Wenn ihr, weißt du, es gibt gute Speaker auf TikTok, wenn ihr das wollt, kann ich euch mal zusammenbringen und dann könnt ihr meinen Livestream machen mit Leuten, die sich tatsächlich mit dem Islam auskennen. Amir. Die Leute, die sich mit dem Islam auskennen, mein Lieber. Die Leute, diese Leute, die sich mit dem Islam... Reza, eine Sekunde. Ihr habt unfassbar starkes Wissen, was das Christentum angeht, was den Islam angeht. Aber ich finde einfach, ich verfolge euch wirklich lange, auch von Moslem verfolge ich euch lange, aber ich finde einfach, die Qualität der Gespräche ist halt ein ganz anderer. Da kommen Leute rein, die haben überhaupt gar keine Ahnung und ich wäre dafür, wenn ihr einfach mal euch ebenbürtige Gegner sucht, wo ihr halt auch mal richtig mal argumentieren könnt. Amir, was sagst du dazu? Also, wenn der Amir jemanden zitiert, eine Quelle zitiert, dann zitiert er immer authentischen Quellen von den höchsten Gelehrten des Islams. Ibn Kathir, Ibn Abbas, Al-Khurtubi, Al-Tabari, Al-Jalalai, die höchsten und höchsten. Wo wollen denn diese TikTok-Imame denn kommen? Die müssen doch selber lernen von Al-Khurtubi, Ibn Kathir. Nein, 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 ich sagte ja gerade, Reza, es soll jemand kommen, der sich lange mit dem Islam und auch mit diesen Quellen auseinandergesetzt hat und dann will ich mal sehen, wie das ein Gespräch auf Augenhöhe, auf das will ich hinaus. Ja, der Amir ist doch jeden Tag zehn Stunden hier. Ja, der Amir ist jeden Tag zehn Stunden hier, da kommt ja keiner. Ja, weil der Amir aber auch nie in Livestreams von anderen geht und die anderen kommen auch nicht bei Amir rein. Also braucht man jemanden, der euch beide zusammenbringt, verstehst du? Weißt du, ich bin auch in islamischen Streams reingegangen und habe gesagt, hier, warum debattiert ihr denn nicht mit diesem Ex-Moslem? Dann sagen die mir, ja, er ist herzlich eingeladen, er kann jederzeit bei uns im Livestream reinkommen. Und ich denke mir, wenn ich den Amir sage, geh mal da in Livestream rein, würde er sagen, ja warum, die können doch auch bei mir reinkommen. Und so kommt man nie zueinander. Das ist ja das Problem. Das ist ja der Grund. So kommt man ja nie zueinander, Resa. Weil der Amir sagt, ja, der kann ja in meinen Livestream kommen und die muslimischen Speaker, die muslimischen Glaubensbrüder sagen, naja gut, wenn der Amir wissen hat, kann er ja sein Wissen ja hier bei meinem Stream unter Beweis stellen. Und das ist das immer, wo ich denke, da geht so viel verloren, wenn man einfach beide Leute auf Augenhöhe zusammenbringt. Da gibt es zum Beispiel diesen Fairtouch. Kennt ihr den? Ich habe ja noch schon... Der Pavlos hat ihn doch schon angeschrieben. Er meinte, es ist doch kein Problem. Komm, wir machen mal eine Diskussion zwischen meinem Bruder, mir und so. Da antwortet ja noch nicht mal das, der Typ. Weil er weiß, dass er mit Leuten lieber nicht in die Diskussion geht, die sich einigermaßen gut auskennt, sowohl mit der Bibel als auch mit Koran, Raditz und Sünder. Okay, verstehe ich. Aber wenn der zum Beispiel live geht, der hat ja auch einen Riesen-Account. Warum gehst du dann da nicht live? Einen Riesen-Account mit 2000 Leuten, nennst du einen Riesen-Account? Ja, für mich schon. Ich habe nicht so viele, aber für dich ist das ein kleiner Account. Okay, aber Amir, es geht doch nur darum, wenn er zum Beispiel live geht und er scheut die Diskussion mit dir, ja warum provozierst du ihn da nicht und stellst eine Anfrage und gehst bei ihm mal reif rein? Dann sind wir im Kindergarten oder was? Soll ich den jetzt provozieren? Nein, nein, es geht nicht. Guck mal, Amir, es geht nicht um Kindergarten. Es geht nicht um Kindergarten, es geht darum, dass du einen Gesprächspartner hast, der auf Augenhöhe ist. Ich sage ganz normal, der Pavlos ist dort hingegangen, hat ihn gefragt und da haben wir gesagt, was ist das denn, Lila, Ferrari. Da hat er ihn ganz normal gefragt, hat ihn ganz normal gefragt, wie wäre es mit Diskussion, also mit einem Gespräch hier unter einem seiner Videos, kannst du da gucken. Ja. So, und da hat er nichtmals geantwortet, was soll ich dann, was sollen wir noch betteln oder was? Ich bin doch bei ihm im Livestream reingegangen und er hat gesagt, ja da soll doch der Amir kommen, ist doch gar kein Problem. Ja, okay, ist ja kein Problem. Und ja, Amir, aber letztens hat sich auch Ennis aufgefordert und dann kam es auch nicht zu einer Debatte. Der Amir will sich mit mir treffen und daraus ein Spektakel machen, anstatt einen Hadith zu beantworten. Ja, aber Amir, lass es doch mal in einem offiziellen Rahmen machen, wo Leute... Herzlichen Herzen. Vielen Dank. Nein, aber guck. Raus. Raus. Ich sag zu den Leuten ey, antworte mir mal auf einen beschissenen Hadith. Ja, Amir, komm lass mal, guck mal vor tausenden von Leuten, komm, wir treffen uns, wir gehen zusammen essen. Der will daraus eine Freundschaft machen, so Hand in Hand. Hand in Hand. Unglaublich. Lächerlich. Vier Euro pro Frage, genau. Vier Euro pro Frage. Lächerlich ey. Also was soll ich denn noch tun, um hier zu sein und die Leute aufzufordern? Ne, ist doch kein Problem. Kommt, ich hab doch schon Erfahrung bei euch gemacht in euren Dreck-Streams. Wie ihr alles zurechtschneidet und so. Mach ich sowas? Mit fünf, sechs Mann auf einen drauf gehen? Nein. Ich bin hier die ganze Zeit alleine, manchmal kommt mein Bruder hier rein. Ansonsten bin ich die ganze Zeit alleine. Das war's. Jeder hat die Möglichkeit bei mir reinzukommen und mit mir über einige Bestandteile zu reden. Wo ist das Problem? Aber die sind da zu sechst und dann hauen die da auf dich ein und dann siehst du den ganzen Wahnsinn eins zu eins, ne? Jetzt ist meine Nase schon wieder zu. Ich bin schon wieder aus der Nase am Regen. Natürlich kein Nasenspray dabei. Ah, mir ist Dealer. Ja, so wie ich aussehen könnte ich echt wie so ein Dealer durchgehen, ne? Bei den Lugners. Was war das gerade für ein roter Ferrari oder rosaner Ferrari? Sind wir etwa im Barbie Club oder was? Aber trotzdem. Danke, Jenny. Heftig. Danke. Ja, was sollen wir denn sonst anderes machen? Wir haben den aufgefordert. Ja, hast du Lust, ein richtiger Imam mit uns zu reden? Ich würde mir am liebsten gerne mit seriösen Leuten reden. Danke, Toni. Mit beispielsweise, wie heißt der? Was ist der krass? Oder Pierre Vogel oder so, wo man ein normales Gespräch führt, aber doch nicht mit diesen TikTok-Armleuchtern hier. Die sagen, ja, Al-Kurtebi kann auch einen Fehler machen. Ibn Kathir kann auch einen Fehler machen. Warum hat er denn in dieser Hinsicht einen Fehler gemacht? Hat er nicht aufgepasst? Diese Leute sind akribisch durchgegangen. Deswegen habe ich gesagt, sobald ein Muslim sich mit seiner Religion befasst und die Tafsiri ihrer Gelehrten durchgehen, die verlassenen Islam. Das war's. Mehr ist das gar nicht. Da muss man auch ehrlich genug sein und das zugeben. Aber wir gehen ins Fernsehen am liebsten mit meinem Schildkleid. Na, hallo. Na, hallo. Ja, ich wollte dich was fragen. Du kennst dich ja mit dem Islam so gut aus, sagst du ja. Nee, ich kenn mich überhaupt nicht aus. Ja, das ist ja die Sache. Dann verpest dich einfach, du Opfer. Ja, siehst du, da kommt der islamische Drecksgeist aus dir raus, ne? Du hast nicht mal zwei Sekunden halten die aus, siehst du? Also verpiss dich, du Opfer. Zwei Sekunden halten die nicht aus. So wie dieser eine, der einmal zu mir reinkam und sagte, Amir, okay, du hast mich jetzt, äh, hast mich jetzt richtig widerlegt und so. Aber ich bring dir jemanden, der mit dir redet und dann kannst du mit dem reden. Und dann bringt der seinen Kollegen, der jetzt totales Wissen hat und dann fängt er an, mich auch noch zu beleidigen. Nicht mal zwei Sekunden halten die aus. Meinst du, Dankeschön für Kamelurin, vielen Dank. Meinst du, ist das der, den du mir hinbringen wolltest? Der Wissende? Ne? Unglaublich, ey. Hallo, guten Tag. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Euch auch. Ich habe nur eine kurze Frage. Ich habe vorhin einen Bericht über den Iran gesehen, dass da Israel droht und jetzt wollte ich halt mal deine Meinung wissen darüber. Denkst du, das könnte zu einem Konflikt kommen mit Israel oder denkst du eher, dass… Iran ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für den Konflikt zwischen Israel und dem Ganzen. Weil der Iran natürlich politisch sehr gut ausgerüstet ist und auch das nötige Geldbesitz an den ganzen Ölgeldern und Gasvorkommen, die wir haben. Wir benutzen das alles, um in Waffen zu investieren und in Israel anzugreifen. Ich glaube, über eine Million Iraner haben sich schon bereit erklärt, gegen Israel zu kämpfen. Das ist unglaublich. Meinst du, das kommt dazu? Also ich wollte deine Meinung dazu hören. Ja, natürlich wird es dazu kommen. Das wird zu einem riesen Showdown kommen, da im Nahen Osten. Und dann siehst du, wie die alle islamischen Länder sich zusammentun und Israel angreifen werden. Und der Herr lässt das auch zu. Krass, okay. Das wollte ich noch wissen. Okay, danke dir. Der Hetzer wieder am Start. Grüß dich, Amir. Grüß dich. Grüß dich, Toni. Amir, äh, grüß dich. Weißt du, was schade ist? Weil ja auch hier wegen Pierre Vogel etc. Warte mal bitte zwei Sekunden. Pierre Vogel etc. Ähm, 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 äh, natürlich wäre das interessant, auch mal zu hören, äh, also, was hat, äh, 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 Quellen kann er liefern, aber, äh, ich hab das Gefühl, das wird nie im Leben stattfinden. Weil, äh, wie du schon sagst, äh, weil Ariante entscheiden. Entweder, äh, der muss es bejahen oder er lügt. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Fest mich noch? Ich höre dich, äh, erzähl weiter. Fest mich? Ja. Hast du, ja, Entschuldigung, ich seh grad, dass der Empfang, äh, nicht so gut ist. Ach so. Ähm, ja, was, was auch einfach schade ist, weil wenn, wenn, äh, guck mal, äh, du bist, äh, du bist ja gefestigt, du bist überzeugt, du, du, äh, egal wo auf dieser, äh, äh, Erde würdest du dasselbe sagen, dasselbe sprechen, dann frage ich mich, warum, warum kann er denn nicht das gleiche tun? So, wie die doch dafür Feuer und Flamme sind, wirst du, kann er denn nicht das gleiche tun? Ich versteh auch nicht, warum, er geht live, er geht live, aber holt niemanden hoch, mit dem, der mal redet oder mit irgendwem eine Diskussion führt oder so. Warum nicht? Ja, ich hab, äh, durch das, äh, scrollen, bin ich mal auf so ein Live von ihm gestoßen, da saß er irgendwie so fünf Meter entfernt, dahinter waren so Werbebanner, und ich glaube, irgendjemand hat seine Kamera, äh, ähm, das Handy gehalten, weil das die ganze Zeit so am Wackeln war und, äh, hat quasi, ja, äh, das so ein bisschen so runtergerattert, aber da gibt's keine Debatte, da gibt's kein, weil mich interessiert das, äh, äh, Amir nicht. Ich, äh, ich, äh, möchte mal Pierre Vogel fragen, er hat doch gar keine Chance. Weißt du, was ich mein? Ja. Ja, guck mal, du nimmst so viele verschiedene, äh, 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 Menschen hoch, die dich alles Mögliche fragen, ähm, ja, ich wollte nur das sagen, weil das ist, äh, irgendwie, weiß ich nicht, also, wenn ich an seiner Stelle wäre, wenn ich so fit wäre, wie er ist, so viele, äh, über mehrere Dekaden da drin wäre und so überzeugt und begeistert, so wie er auch sagte, dann sollen die doch antreten, ja. Ja, nicht physisch, sondern, ja, dann würde ich sagen, ja, dann komm doch. Sollen Leute doch kommen. Ja, der sagte doch, der sagte doch zu mir, eher würde ich mit denen in einen Boxkampf gehen, anstatt mit denen, äh, zu diskutieren, also zu reden. Ja. Na gut, ja, leider, ich, äh, hätte ich, äh, Wege und, und Möglichkeiten, das, äh, äh, ähm, in die Wege leiten zu können, ich hätte es getan, aber, wie? Ja. Na gut, ja. Okay, danke dir, Gott segne dich schon einfach. Danke, dich auch, danke, ciao. Ja, wenn er, wenn er wenigstens so ehrlich wäre, wie der immer sagt, so, äh, der hier greift er die Bibel an, da greift er die Bibel an, aber habt ihr schon mal einmal gesehen, dass da irgendjemanden hochnimmt, der, mit dem er diskutiert oder redet? Nein. Du benötigst Schlaf, Arme, ja, ich denke auch, ich benötige langsam aber sicher Schlaf von diesem ganzen Wahnsinn hier. Äh, Christian, bitte stell mir keine Anfrage. Ja, falls es hängt, müsst ihr einmal kurz raus und wieder reingehen, dann klappt das wieder. Arme, Jesus liebt dich, mein Bruder, er liebt uns alle, Amen. Moment, so sieht's aus. Christian, geh mir bitte nicht auf die Nerven, ich bitte dich. Ich hab keinen Nerv für diesen Quatsch. Danke. Gottes Segen, Bruder, Amir. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Danke, dein auch. Ähm, ich wollte bezüglich Pierre Vogel was sagen, ne? Ja. Seit, also wie lange ist er schon aktiv in Deutschland, vor 20 Jahren, oder? Ja, genau. Seltsam, dass er auf einmal, er kommt aus dem Nichts, so ein Deutscher mit so einem Charisma, der auch noch Arabisch kann, und er da auf einmal das Sprachrohr der ganzen Muslime in Deutschland ist. Der ist auf jedem Titelblatt, in sämtlichen Sendungen unterwegs, die ganzen Kamerateams mit ihm, überall in den Großstädten. Also meiner Meinung nach ist der 100% involviert, das geht gar nicht anders. Ja, es geht gar nicht anders. Verstehst du, warum sollte man denn so einem Menschen so eine Plattform bieten? Warum denn? Ja. Verstehst du? Das ist ja Wahnsinn. Und das Problem ist, er kann ja auch Arabisch lesen, der kann mir doch nicht sagen, dass er das nicht alles sieht, was der islamische Staat da macht. Deswegen haben die den auch zum Tode verurteilt und haben gesagt, was? Du heuchelst also rum, hast du also Angst? Die haben ihn sofort betitelt als jemand, der involviert ist. Weil das kannst du keinem mehr erzählen, verstehst du? Wenn die die Schriften zitieren und dabei Nackentherapie verpassen und eben Taimiyah zitieren und die ganzen anderen Gelehrten, was die dazu sagen, ja. Ja, vor allen Dingen ist er auch sehr, sehr... Wenn er ehrlich ist und die andere Gruppe heuchelt. Und das meint der Allah ja auch in Sura 66 Vers 9 und Sura 9 Vers 73, dass Mohammed genau gegen Pierre Vogel und Masek Kras und Abul Barra und alle Muslime, die sich weigern, mit ihm in den Krieg zu ziehen, vernichten soll. Ja, der ist sehr intelligent. Und vor allen Dingen, wenn Issam Bayar mit einer halben Million Follower zugibt, dass er da im Livestream, dass er gerne Kinder schnitzelt und diese ganzen Sachen und die gerne das trinkt. Also das ist so heftig einfach. Diese ganzen Leute wurden eingesetzt und verführen Millionen von Muslimen. Millionen. Allein die Abonnentenzahl, das ist so krank, das ist so heftig. Das ist so brutal. Und eine Sache wollte ich noch sagen eigentlich. Ah ja, der hat mal, das war das heftige, das hat mir nochmal eine hundertprozentige Bestätigung, hatte ich so, ja, so im Geist, dass er, der hat auf, du weißt doch, dass er so antwortet auf diese Fragen, ne. Der blendet eine Frage ein und dann antwortet er da. Und die Frage war, wo ist das Problem, ihr habt doch Sex im Paradies. Und dann hat der Vogel gesagt, ja, wo ist das Problem, dass wir da Sex haben? Sollen wir da Hafe spielen? Was sollen wir? Genau. Wir haben halt so ein reines und heiliges Himmelreich, was Gott natürlich uns gibt, so, damit wir seine Herrlichkeit sehen und die schönen Gottesdienste. Sollen wir da alle Hafe spielen? Natürlich werden wir SEX machen da. Aber das Ding ist, er weiß, was er tut. Er hat nicht umsonst das gesagt und gelacht. Das war das Heftige. Ja. Heftig, ne? Ja, das ist, das ist verrückt, das ist verrückt, wie der Satan arbeitet, ne? Einfach nur krank, was soll ich dir dazu sagen? Einfach nur krank. Wolltest du noch irgendwas wissen, mein Bester? Ne, ich gehe dann raus. Danke, dass du mich hochgenommen hast. Gottes Segen. Ja, wenn was ist, dann kannst du immer wieder reinkommen, mein Bester. Alles klar. Ciao, ciao. Ja, der Weltstar, der wundervolle Weltstar von Pierre Vögelich. Der Weltstar, den Pierre Vogel, äh, wie nennt man das? Hoch, äh, hochschätzt, den Al-Huweini. Der in einer Predigt sagt, dass man, dass der Grund für die Armut bei uns liegt, also darin liegt, dass wir nicht mehr, äh, dass wir nicht mehr den Dschihad vollziehen und die Ungläubigen angreifen, ne? Ist das ein ekelhafter Typ, ey? Ist das ein ekelhafter Typ? Ist das ein Widerling? Also der ist auch, warte mal. Muss ich dann die Großwaschung durchführen? Schau mal, der bloße Umstand, dass man im Traum Geschlechtsverkehr gehabt hat. Wenn ich einen feuchten Traum hatte, muss ich dann die Großwaschung durchführen? Schau mal, der bloße Umstand, dass man im Traum Geschlechtsverkehr gehabt hat, verpflichtet nicht zur Großwaschung. Wenn man aber am Morgen aufwacht und merkt, während man schlief, einen Samen ergutzt. Die Fragen, den ernsthaft, wenn ich zum Beispiel am Abend eingeschlafen bin und einen feuchten Traum hatte, soll ich dann die Großwaschung vollziehen oder soll ich einfach nur ein bisschen so waschen? Welcher behämmerte Mensch würde einfach nur hingehen und so ein bisschen waschen, anstatt sich zu duschen? Das ist doch selbstverständlich. Da brauchst du ja nicht diese blöde Frage zu thematisieren. Schau dir das an, zu was die fähigste Leute. Dann muss man, bevor man das Gebet verrichtet, die Großwaschung den Russen vollziehen. Also bleib standhaft und für weitere Fragen nutze gerne die Kommentarfunktion. Bleib standhaft und nutze die Kommentarfunktion für weitere behinderte Fragen. Das ist so heftig. Das ist so krass. Was ist das denn? Bei einem großen Gelehrten gibt es eine Fatwa mittlerweile. Fatwa heißt Urteil. Jemand, der nicht betet, man muss ihn ermahnen und nur drei Tage Zeit geben. Wenn er immer noch nicht betet, der muss getötet werden. Wahnsinn. Fatwa, Fatwa Nummer von Sheikh Mohammed Salih al-Munajid, Fatwa 14.231. Ein Muslim, der aufhört zu beten, muss ermahnt werden. Wenn er immer noch nicht betet, Nackentherapie. Nackentherapie. Fatwa, schwarz auf weiß. Schwarz auf weiß. Ja, dann bist du aus Nächstenliebe mit deiner Frau, die sich in mich verliebt. Der Biervogel ist schon normal. Der will immer so cool sein, der Biervogel. Ich suche gerade etwas, einen Moment. Ach so, das ist auch heftig. Guck dir das mal an, was die sich schützt. Also der Scheer, die fragen ihn ja, was hat das denn auf sich mit Surah 424, mit dieser Zeitehe? Selbst der sunnitische Gelehrte gibt das zu. Der Scheer Al-Hakim Al-Azim. Die haben dann gefragt, was hattest du auf sich mit dieser temporären Heirat, Mutter-Ehe? Da sagt er, ja, das ist ein Vertrag zwischen euch, um es ex zu machen. Zeitlich bedingt. Wenn der Vertrag zu Ende ist, seht ihr, was der Islam ist. Einfach Leasingvertrag. Wenn der Leasingvertrag zu Ende ist, gibt die Frau ab nichts, der kann direkt weiterfahren. Die machen aus Frauen Leasing auf Fahrzeuge. Das kannst du keinem erzählen. Und das ist Allah, das ist Surah 424. Wenn die Zeit vorbei ist, dann brauchst du dich nicht scheiden zu lassen. Split, dann geht die auseinander. Das war's. Am 9.04. die Heirat eingegangen, im Vertrag festgelegt. Also am 9.04. um 17.33 Uhr die Heirat festgelegt. Und dann, nach drei Tagen, am 12.04. um 17.33 Uhr endet die Ehe. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann sagen die dir, der Islam hat Moral, Anstand, Ethik. Christian, was ist denn? Warum tust du mir das an? Warum? Hier, erstmal bin ich ja Christ, ich bin ja ein Bruder, ja. Normalerweise sind Glauben. Du bist doch nicht mein Bruder. Ich habe dich auf den Glauben, ich habe dich doch auf dem Bibelfest hingedeutet. Du hast gesagt, dass Adam und Eva mit Satan zusammen aus dem Paradies rausgeworfen sind. Warum hast du das gesagt? Sind sie aus dem Paradies geschmissen, ja oder nein? Ja, aber warum sagst du das? Adam und Eva da? Auch rausgeschmissen, ja oder nein? Warte mal, war Satan vor Adam und Eva da? Und seine Engel? Ein Problem, sind sie rausgeschmissen worden? Ja, ich habe keinen. Die Wolfsbatterie ist rausgeschmissen, ja, aber ich habe... Ich habe keinen Lerf, ich habe bitte, bitte, bitte. Bitte, komm, Christian, ich bitte dich. Ich bin sowieso schon fix und fertig, du machst mich wahnsinnig. Ich muss dich vertrößen, ich muss meine Kollegin fragen, ob sie das nicht wirklich aber zwei machen kann. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, Gott segne dich und deine Familie. Oh, danke schön. Ey, ich freue mich gerade voll. Okay, ich musste mir mal fragen geben, der wollte nämlich mit dir sprechen. Ja, okay. Ey, Amir, grüß dich. Ja, grüß dich, mein lieber. Gott segne dich und deine Familie. Friede sei mit dir, Bruder. Danke, mein Lieber. Friede ist immer gut. Ja, ich sehe es. Und zwar, ich habe ein krasses Zeugnis, damit hast du auch zu tun. Okay. Natürlich. Genau, und zwar vor ein Jahr hatte ich, ja, ich habe mitten in der Welt gelebt, habe auch dementsprechend gelebt mit Freunden, Partys, alles was dazu gehört. Und ja, ich bin dann irgendwann so langsam, langsam halt auf die Suche gegangen, ne? Weil ich konnte einfach nicht mehr diesen Lifestyle leben und weil ich halt so fertig war und so kaputt von dieser Welt einfach, kam ein Freund auf mich zu, der das so auch gemerkt hat. Der hat so gemerkt, okay, ich bin so, ich wusste nicht mehr, was richtig ist und was falsch ist. Aber ich muss dazu erwähnen, ich komme aus dem christlichen Haus, also meine Mutter ist komplett wiedergeboren, alles. Ja, Mann. Und der wollte mich halt dann so Schritt für Schritt, hatte zu mir so gesagt, so, ja, komm doch zum Islam. Mein Kumpel? Genau, genau. Wir haben vorher aber nie über, also schon mal über sowas geredet, aber ich war halt so voll unwissend, so, so Namenschrist halt, ne? Okay. Dann hat er zu mir gesagt, ja, komm doch mal zum Islam und dies und geh mal auf die Suche und glaub mir, Bruder, das ist der wahre Weg. Und dann... Der wahre Weg zum Abgrund, ja, das ist der wahre Weg zum Abgrund. Ja, der wahre Weg zu Kamelurin. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall habe ich dann, ja, ich bin wirklich auf die Suche gegangen und ich habe es wirklich aufrichtig ernst gemeint, wie in Matthäus 7, Vers 7 steht, wenn ihr sucht, dann werden wir auch finden. Dann bin ich auf die Knie gegangen und ich habe gesagt, oh, sorry, ich habe schon gesprungen. Ich habe erst mal, er hat zu mir gesagt, informiere dich mal über den Islam. Habe ich dann gemacht. Ich bin auf YouTube gegangen und das allererste Video, was kam, war dein Video mit Kindern. Das ist so krass und ich habe dann mir dieses Video von dir angeschaut, wo du über diese Kinder-Ehe redest und dann ich gucke, ist das echt? Ich habe, weil du sagst ja immer so, glaubt mir nicht, prüft das selber. Das ist ja das Krasse. Ich gucke im Internet, ich gucke diese offiziellen Seiten, suna.com und so. Dann, ich habe auch ein, zwei Jungs gefragt, die wussten davon gar nichts, wegen normal Tic-Tac-Shisha-Euro-Hobby-Muslime. Glaub mir, das, was ich denen zeige, das wissen 99% der Muslime gar nicht. Nur eine Handvoll Muslime, die hier in Europa leben, wissen das, was ich denen so zeige. Die denken, okay, das wissen wir auch, aber besser, wir reden nicht darüber. Genau, genau, das ist so krass. Und ich habe dann so gesucht und geguckt und ich sehe, so, das steht wirklich da. Da habe ich so, ich war erst mal voll geschockt. Also nach diesem Video war für mich schon das allererste Video, was ich bekommen habe von dir, was der Herr geleitet hat, war für mich sofort klar, okay, hey, stopp. Das ist niemals von Gott, das ist niemals im Leben die wahre Religion. Dann wusste ich, okay, Jesus ist der Herr, Jesus ist der richtige Weg, aber ich habe nicht diese Verbindung gespürt. Weißt du, diese, so, ich dachte so. Da bin ich ja im Team Christ, so mäßig. Da bin ich halt, da bin ich so auf dieser Seite. So habe ich mir das immer vorgestellt. Und dann, genau, bin ich dann, habe ich halt noch weiter deine Videos geguckt. Da kam irgendwann ein Video, ich glaube, das war, wo du ein Zeugnis erklärt, erzählt hast. Da ging es darum, ja, ihr müsst von neuem wiedergeboren sein. Da habe ich mir gedacht, hä, was, wie wiedergeboren, wie dieser Pharisäer in der Bibel. Ich kann nicht wieder, wie soll ich wiedergeboren werden? Da habe ich mir das angeschaut. Dann hast du gesagt, ihr müsst von vorne, ihr müsst auf die Knie gehen. Und das aufrichtig meinen und so. Dann habe ich das so, eines Tages war ich dann so eine ganze Nacht wach. War dann so in meinem Wohnzimmer und bin so, ich so, okay, ich werde das jetzt machen. Ich bin so auf die Knie gegangen und habe so, ich hatte auch irgendwie Angst, das zu machen, weil ich dachte, irgendwie, ich verwandle mich oder so, irgendwas passiert mit dir dann. Dann habe ich das gemacht und ich habe so gesagt, ja, Herr, ich nehme dich an in mein Leben. Ich gebe dir mein Leben, komme in mein Leben. Ich gebe dir mein Herz, ich gebe mir ein neues Herz. Und ich habe das so gesagt. Und dann habe ich so ein Auge aufgemacht. Ich sehe so, alles war gleich. Ich habe nichts gespürt oder so. Ich dachte so, hä, bin ich jetzt, war das jetzt richtig? Dann habe ich das nochmal gesagt. Dann habe ich so, ich so, ja, es tut mir leid und so. Und dieser Weg, den ich gegangen bin mit diesem ganzen, alles was dabei war, Unmoralität und noch mehr. Dann habe ich auf einmal so einen Frieden gespürt. Ich habe so direkt gemerkt, irgendwas ist mit meinem Körper passiert. Ich habe mir so, ich habe so, ich habe mir, mein allererster Gedanke war, wie konnte ich so rauchen und solche Sachen. Und dann habe ich so, hä, warum habe ich das gemacht? So, so komplett reboot. Ich dachte mir so, hä, warum habe ich das gemacht? Und seit diesem Tag bin ich zu Jesus gekommen. Das war genau letztes Jahr im Februar. Seitdem ich habe alle Videos geguckt. Ich habe alles geguckt. Und ich habe jeden, den ich damit konfrontiere, die wissen gar nicht, was abgeht. Dieser Kollege, also der zu mir kam, wo ich dann meinte, ich habe ihm dein Video dann gezeigt. Er so, hä, er so, geh, Bruder, ich habe nichts dagegen, wenn du nicht mit mich langguckst, aber guck nicht seine Videos. Ja, genau, bilde dich nicht über den Islam, lass dich lieber verarschen. Er sagt so, aber guck nicht seine Videos, dieser Punkt. Ich so, hä, Moment mal, ich so, alles was er sagt, stimmt und so. Ich so, ich habe alles recherchiert und ich war voll geschockt. Immer noch, jeden Tag bin ich ja geschockt, wenn ich so deine Sachen auch gucke. Und wir gucken auch immer oft, dass dein Live, deswegen ist es gerade so crazy, dass du hier dran bist. Aber, ey, gepriesen sei der Herr. Er hat das geleitet, auch direkt so, dass ich dir mein Zeugnis erzählen konnte. Die haben sich natürlich alle von mir abgewandt. Das ist irgendwann mal so weit gewesen, da wollte ich zum McDonalds. Es standen plötzlich zehn Leute vor mir. Und die wollten wissen, warum ich so deine Videos teile und warum ich so auch Content mache. Ich habe, ich mache jetzt auch Videos für Jesus auf YouTube, auf TikTok überall, Jordi Kava, kann man gucken. Und, ja, die sind halt einfach geschockt, ne? Und, ähm, das ist der einzig wahre Weg. Und, äh, ja, ich bin froh, dass ich sie das mitteilen konnte. Denn ich bin so froh, dass Gott direkt, ich habe davor noch nie was von dir gehört. Und, äh, ich bin dem Herrn dankbar, ich bin komplett wiedergeworden, habe ihm mein Leben gegeben. Und, ja, ich werde, ich werde nächste Woche heiraten am 20. Habe mein Leben komplett dem Herrn gegeben und habe keinen Tag bereut. Natürlich hat man Käpte ab und da uns, aber, genau. Wunderbar, das ist mein Zeugnis wollte ich mit dir teilen. Und, ja, du, ehrlich, toll. Ich freue mich voll für dich. Richtig gut, ehrlich. Danke, Bruder. Gott segne dich und deine Familie, ey. Wahnsinn, ey. Gott segne auch nicht, ey. Wie gute Leute dadurch zum Glauben gefunden haben. Ich bin einfach nur sprachlos. Das ist unglaublich. Boah, du bist voll, es war nicht umsonst, ihr Lieben, ne? Es war nicht umsonst, Wahnsinn. Auf jeden Fall, der Herr behütet dich, ne? Also, da habe ich gedacht, so, wenn die schon zehn Leute vor mich kommen, wegen, was ich so für Videos mache, ich so, was geht bei dir dann ab? Wahnsinn. Häftig, ja, natürlich, klar. Ich hätte ja fast zweimal mein Leben verloren. Bei mir reden die nicht mehr bei mir handeln. Ja. Ich kann immer noch darüber lachen, obwohl das ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Aber, ja, was soll ich machen? Ja, der Herr hat mal dort, ne? Scheinbar 90, der wird zulassen, nicht zulassen, dass du dich mit deinem Fuß an den Schein stößt, ne? Amen, ja. Ja, wie mein Bruder gesagt hat, anhand Amirs Geschichte, wisst ihr doch schon, dass der Herr sich offenbart hat. Ihr müsst euch aufwachen. Ja, voll, voll. Das würde kein anderer schaffen. Also, dafür braucht man einen lebendigen Herrn. Und ohne ihn geht gar nichts, ne? Ja. Genau. Okay, vielen Dank für deine Zeugnisse. Er hat mich sehr, sehr gefreut. Gott segne dich. Das kannst du mal wieder reinkommen, ne? Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Und pass auf, dass nicht zu viel Kamelorien im Spiel ist. Okay, mein Lieber. Gott segne dich. Ja, ganz segne dich. Super Typ. Gott segne dich und seine Familie. Beste Entscheidung seines Lebens. Sag nein zum Bein und wandle nicht im Schienbein. Und küsse niemals den Stein. Lass es sein. Geh nicht zum Bein und umrunde keinen Stein. Wo ist der denn jetzt hin? Hey, hey, Kurmanji. So geht das nicht. Oder was ist das? Kurmanji. Ja, genau. Kurmanji. Wie kannst du sowas zu mir sagen? Der Islam ist doch die antichristlichste Religion. Ihr leugnet doch den Vater und den Sohn. Okay, gut. Ich habe verstanden. Jetzt ist auch gut. Einmal reicht. Jetzt musst du auf Ersatzbank gehen. Ey, Christian, hörst du auf, mir eine Anfrage zu schicken? Ich kann nicht mehr. Christian, hör auf. Gott, verschone. Hab doch Gnade an mir. Wo ist mein Bruder? Riesa. Riesa. Tony. Wo sind die Leute? Wer will reinkommen und mit Christian reden? Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was will der von mir? Will jemand reinkommen und mit dem reden? Mit Christian? Vielleicht könnt ihr das besser. Ich kann das nicht mehr. Vielleicht schafft das einer besser als ich. Ich bin auch nicht jedes Mal on point. Vielleicht schaffe ich das nicht. Vielleicht schafft das einer von euch. Ich kann nicht mehr. Ja, vielleicht will der Ares mit ihm reden. Lass mal sehen. Lass mal hören. Ich habe euch eigentlich im Kopf raus. Ich habe euch eigentlich im Kopf raus. Das ist sehr schön. Christian, was ist denn los? Aus. Deswegen, du bist ein bisschen laut. Sitzst du im Auto? Also, das bist du. Okay. Nein, ich bin das nicht. Das war das F*** gewesen. Ich meinte Ares. Das ist das, Mann. Okay. Schau mal. Ich bin Christ, ne? Seit acht Monaten, okay? Du weißt, dass ich den Islam verlassen habe. Das weißt du, okay? Ja, aber du warst fändig oben und hast dich noch gerechtfertigt. Ja, aber in Epheser heißt es doch, man, die Dunkelheit aufdecken, heißt doch von sich selber, die Dunkelheit, die verborgen ist. Oder steht das Licht drin? Ja, nicht gegen Gneich und Blut zu kämpfen, sondern gegen die finsteren Menschen. Nein. Nein. Das ist Kontext lesen, ey, boah. Okay. Meinst du, ich verstehe, dass ich mal... An wem ist es? Ist es nicht an die Gefäße gemeint? Das ist doch an die Gefäße gemeint. Wieso nennst du denn wer es? Das siehst du jetzt auf das hier. Ich kann nicht mehr. Raus. 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 Ich kann das nicht mehr. Nein. Bitte verschont meine Nerven. Ich kann das nicht mehr. Bitte. Bitte. Ich kann das doch alles nicht mehr. Achtung, Gnade. Bitte. Da stellt er schon wieder eine Anfrage. Das kannst du keine mehr erzählen. Bitte, Chris. Der gibt mich auf. Hartnäckig. Amir. Ja. Wie geht es dir? Danke dir, Jesus. Wie geht es dir? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Alles okay. Ich wollte mal kurz was sagen, also wegen den Kollegen da, wegen Christian oder Christ, wie es auch immer heißt, dass du jetzt gegen den Islam hetzt oder so. Du schlägst ja immer ihre Bücher auf und du sagst ja die ganze Tafsire und was im Koran steht und so weiter, ne? Ja. Das ist nur halt, du zeigst den Menschen einfach, was in deren Bücher steht, ne? Dass sie lügen dürfen. Ja, aber Info. Dass sie betrügen dürfen. Dass sie dich heucheln, wie Allah macht auch genauso. Genauso. Dass sie die Menschen einfach anlügen, hinterhältig sein und zeigen einfach die gute Maske oder das gute Gesicht. Und wenn die in Mehrheit sind, was passiert dann? Dann fällt die Maske. Richtig. Und dann, wenn alle Muslime sagen, dieses Surta Tauba 29, wenn die sagen, nein, das ist nur im Kriegfall passiert und so weiter. Aber wenn du weiterfragst, wer sind die Nazarer und Juden, das sind die Christen und Juden. Aber wenn du weiterfragst, auch sagst du, ist das die Bibel, ist das für dich verfälscht? Der sagt bestimmt, ja. Das heißt, der Krieg besteht immer noch hin. Das ist nicht ein Krieg von damals, nein. Er besteht seit 1400 Jahren bis jetzt und immer noch. Ich würde Allah nicht sagen in Surah 8, Vers 39, kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt und die Religion gänzlich Allahs gehört. Der Allah fordert die Muslime auf, immer wieder weiter zu kämpfen, bis Religion Allahs über alle anderen Religionen siegt. Und die verwechseln das immer. Also die Muslime sind so, wie soll ich sagen, die suchen immer die neue Mode. Weißt du, um den Koran immer. Wie wieder? Ich bin auf Platz 10 in Liga, das ist ja krass. Nein, auf Platz 9 sogar. Ich glaube, durch Jenny bin ich auf Platz 9 gekommen. Kann ich nicht weiterreden, oder? Ja, Entschuldigung, ich wollte nur kurz was gucken. Na, alles gut. Aber die Muslime versuchen immer, zum Beispiel, ich bin jetzt ein Samer, ein schlechter Mensch. Und ich sehe immer alle Menschen sehr schlecht. Okay? Weil ich sehr schlecht bin, Samer. Und der Koran war immer schon schlecht. Und er hat immer geschrieben, was schlecht ist über die anderen Menschen. Verstehst du? Von seinem Kern war der schon schlecht. Und dann redet er über die anderen schlecht. Zum Beispiel über Jesus Tod, dass er nicht gekreuzigt würde und so weiter. Dass die Christen Juden Kuffar sind, dass sie nicht an einen Gott glauben und 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 so weiter. Und das ist leider Gottes jetzt, wo die jetzt nach Europa geflüchtet sind. Wir sind auch Christen aus arabischen Ländern geflüchtet von denen. Die sind selber aus ihrer eigenen Länder geflüchtet, weißt du? Ein arabischer Christ, ne? Ja. Okay. Und die... Aus Syrien? Ja, aus Syrien. Auf jeden Fall, die sind selber dann aus ihrer eigenen Löcher geflüchtet, weißt du? Aus ihrer eigenen Leute, aus ihrer eigenen Imame. Und dann kommen die hier und dann reden die den Islam schön. Obwohl die da schon die Schnauze voll gehabt haben, weißt du? Damals haben die die Fenster komplett zu dicht gemacht und die haben nicht mal gefastet, richtig manche, ne? Die haben sofort gegessen. Die hatten keinen Bock auf die Scheiße, weißt du? Und jetzt kommt die hier, oh, guck mal wie schön das ist. Guck mal wie es glänzt. Obwohl drinnen eklig und dreckig ist, ne? Trotzdem, der Tuch ist so schön glänzt. Aber innen, das Kern, also das Kern von denen ist nicht gut. Und ich finde es einfach nur die, die zeigen nur die gute Seite vom Islam hier. Also die erzählen nur das. Jetzt, deswegen sind viele auch Koraniter geworden, weil die schämen sich von ihrer Tafsir und so weiter. Aber wenn du denn jetzt sagst, ja, ich will jetzt in Hand der Koran die Geschichte von Mohammed wissen, nö. Der heißt ja auch nicht mal richtig Mohammed, der heißt damals Qasem. Qasem, ja genau. Ja, und wie ist er denn zu Mohammed gekommen? Ja, so würde er heißen. Hast du die richtige Quelle dafür? Aber ich glaube, Wadake Benaufal haben ihm den Titel gegeben, ne? Richtig. Und dann kommt das irgendwie, weißt du, dann sagen, ja, nö, der hatte damals schon seinen Namen, war er Mohammed. Aber der war niemals Mohammed. Da gibt es keine Quellen dafür. Was bedeutet denn Mohammed? Was bedeutet Mohammed? Mohammed hat doch eine Bedeutung, ist ein Titel für was? Der? Alhamd. Alhamd, also es ist ein Gottesname. Ja. Ja, der hat sich zu Gott gleich gemacht. Ja, genau. Mohammed hat sich zu Gott gleich gemacht. Deswegen sagt er Atini Rasul oder Atini Allah. Gehorcht Allah und dem Gesandten. Immer und immer wieder. Weil Allah und Mohammed sich gleichstellen. Und deswegen sagten die Sahaba auch immer, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Wahnsinn, ne? Ja, für die ist das zum Beispiel beleidige mal Allah. Das ist ja sagen, ja, Gott verzeihe dir, weißt du. Du hast gerade Sünde begangen. Aber beleidige mal Mohammed, dein Kopf ist sofort weg. Verstehst du? Das ist TikTok sportlich oder auch was ihr immer sagt, ne? Aber es ist, äh, keine Ahnung. Traurig, traurig. Aber Gottes Segen an dir, Amir, mach weiter so. Leider ab und zu bist du zu hart zu denen, aber ab und zu muss das auch so sein, ne? Weil die haben auch uns nie in Ruhe gelassen, ehrlich gesagt. Nie. Und die sind auch jetzt hier und treiben ihre, äh, sagen wir mal, Hinterhältigkeit weiter so. Ihre Spielchen. Ja, aber wir haben Jesus, weißt du, was bringt unserem Körper gar nichts. Wichtig ist unsere Seele. Amen. Okay, dann Gottes Segen an dir und an alle Zuschauer. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Danke dir. Ich auch. Ciao, ciao. Ich bin ein Muslim und was dieser Typ gerade gesagt hat, der ist einfach Lügen und Lügen und Lügen. Und du hast ein Surah, äh? Du hast gerade ein Surah, du hast viel gelogen, was das Alhamd vom Prophet oder Allah, und du hast gesagt, Aitu, du hast falsch gelesen, du kannst gar nicht, das heißt, Ati'u'llaha. Und Al-Amr-iminkum. Okay, ich weiß auch was. Du hast das komplett falsch gesagt und du weißt keine Ahnung, aber ich überrasch mich, warum ihr lest Sachen nicht vom Koran, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel, soll ich dir was lesen? Was denn zu, dass du Kaffir lohn? Ja, weil du bist ein Kaffir. Und guck mal, dein Kollege gerade hier war, er sagt, dass wir, wir nennen Christen und Juden Kaffirs. Ich bitte dich, was nennt mich ein Jude und was nennt mich ein Christ? Ich bin für Christen genauso Kaffir, wie, äh, wie, wann ich nicht seinen Sachen glaube. Ja, du weißt, was man mit Kaffir macht. Ich bin auch für Juden glaube. Ich bin für Bodhi Kaffir. Das ist die eine Sache, jemanden Kaffir zu nennen oder Ungläubiger, aber die andere Sache, wie man dann mit ihm umzugehen hat, richtig? Wie sind wir in Marokko mit Juden umgegangen, bitte schön. Und wie sind die Deutschen mit Juden umgegangen? Wie sind die Muslime mit euch Marokkanern umgegangen? Warum bist du überhaupt Muslim? Du bist doch ein Bärber. Warum bin ich Muslim? Du bist doch, äh, du gehörst doch von Hamasif. Das ist, das ist mein freier Willen und ich bin, was ich möchte. Aber deine Vorfahren hatten kein freier Willen. Sie wurden auseinandergenommen. Nein, 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 stimmt nicht, stimmt nicht. Ich bin, was ich sein will. Warum sagst du mir, was ich sein werde? Die Marokkaner waren doch nur Muslime, Mann. Wie wurdet ihr Muslim? Alhamdulillah, waren immer Muslime, was redest du? Unglaublich. Wo ist Islam gekommen? Wir haben Islam angenommen, Alhamdulillah. Wo ist dein Problem? Weil ihr durch das Schwert umgegangen habt, weil ihr das Schwert an euren Nacken gehalten habt, Mann. Ihr musstet Islam, ihr seid Bärbervolk. Ihr seid Bärbervolk, Mann. Habst du das nicht, mein Lieber? Wir sind jetzt, wir sind nicht traurig dafür. Wir sind Alhamdulillah Muslime. Aha, hat er es zugegeben, habt ihr es gesehen? Wir sind nicht traurig darüber, dass unsere Vorfahren gekillt wurden. Alhamdulillah, wir sind Muslime. Wer hat unsere Vorfahren gekillt? Nicht die Franzosen, nicht die Portugiesen, nicht die Spanier. Nein, wir sind nach Nordafrika eingedrungen. Mein Lieber, die sind nach Nordafrika eingedrungen. Haben euch Nordafrikaner, die Tunesier, Marokkaner und alle anderen auseinandergenommen dort. Algeria. Ja, wer hat Algeria und Tunisia und Libia? Sind das nicht die Franzosen und die Italiener, Portugiesen, Spanier? Ey, das ist doch nicht normal. Wir reden hier nicht von Kolonisation. Wir reden hier nicht von Kolonisation. Wir reden hier darüber, dass deine Vorfahren den Islam unter Druck annehmen mussten. Und zwar, entweder ihr konvertiert zum Islam, bezahlt Dschizia oder Nacken weg. Das stimmt nicht. Das behauptest du. Schau mal, ich sage dir noch eine Sache. Frankreich war in Algerien 132 Jahre lang und die haben versucht, die Religion wegzumachen, arabische Sprache wegzumachen und am Ende, die haben es nicht geschafft. Jetzt, heute, Algerien sind Muslime. Das ist auch einsteckende Sache, Habib. Das verstehe ich doch nicht. Aber dass wir zurückgehen zum Ursprung, als der Islam Saudi-Arabien verlassen hat, die Sahaba und alle. Was haben die getan? Haben die mit Blumen gesagt, bitte schon, nimm den Islam an oder Aslam, Taslam? Guck mal, wie ist Christenturm nach Südamerika gelandet? Siehst du, jetzt einmal kommst du direkt zum Christenturm. Hast du gesehen? Nein, guck mal. Gegenfrage, was macht Christenturm in Südamerika und wie ist er dort gekommen? Du hast recht, Habib. Du hast recht. Was macht Christenturm? Ja, Christenturm macht vieles. Aber was sagt Jesus? Schau mal, schau mal. Du sagst mir gerade, wie ist Islam nach Nordafrika gelandet? Schau mal. Gehste, schau mal, diese Shampoo, schau mal. Das ist unser Glaube und wir glauben an, was wir wollen. Warum darf ein Buddhist glauben? So zwei Schritte oder zwei Sätze vom Koran und das stimmt nicht. Schau mal, wir haben geredet. Okay, soll wir den Tafs hier von dir reden? Warum? Hör mir zu. Kann ich jetzt reden, bitte? Warum darf der Buddhist glauben an, was er will? Warum darf ein Jude glauben an, was er will? Warum darf ein Christen glauben an, was er will? Aber der Moslem, er muss glauben an, was er wollt. Das geht nicht so, Kollege. Wir in unserer Länder, wir bestimmen, was wir wollen. Wir sind momentan kolonisiert, aber wir befreien unsere Länder. Sahbe, darf ich dir darauf antworten? Oder willst du die ganze Zeit immer allein anreden? Nein, nein, nein. Du hast gefragt, warum darf der Jude oder der Buddhist, der Hinduist oder andere Religionen an das glauben an, was sie wollen. Ja, die anderen Religionen oder anderen Schriften haben nicht verzeichnet, dass man Andersgläubige angreift und sie zu ihrem Glauben zwingen sollte. Aber du und deine Religionsgeschichte bzw. der Islam und die islamische Geschichte, Tradition und das, was die Sahaba und Muhammad so praktiziert haben, zeigt uns, dass der Islam eine bösartige Sekte ist. Aber eine ganz bösartige. Du musst dich zu lachen. Sture 47, Vers 35. Ruf nicht auf zum Frieden, wo ihr doch die Oberhand haben werdet. Also die Muslime dürfen... Du nimmst dich doch ex-Muslim, gell? Warte ganz kurz. Die Muslime dürfen nur laut Tafsir-Gelehrter und allem Mögliche sich in einem unglaublichen Land so lange friedlich verhalten, wo sie noch nicht die Oberhand haben. Sie sollen genauso sein wie Muhammad in der Zeit in mechanischer Phase. Das, was du hier siehst, ist die mechanische Phase von Muhammad. Die sind ruhig, weil die noch nicht die Möglichkeit haben, das System zu verändern. Aber Gnade der europäischen Volk, der Tag, wenn die Muslime die Oberhand haben werden, werden sie islamisches Recht an ihnen sofort implementieren. Und dann siehst du, wie die Nacken therapieren hier. Dann siehst du den wahren Islam. Digga, siehst du nicht, was in Indien passiert? Oder hast du keine Ahnung, was Indien an Muslime antun? Ein Studier von Le Monde sagt... Schau mal, Le Monde ist eine französische Zeitschrift. Die hat gesagt, über 90% der Terrorattacke sind Muslime. Also über 90% der Terroropfer sind Muslime. Schau mal, wer wird getötet? Wer wird getötet? Muslimen in Indien. Wer tötet diese Muslime? Inder. Ihr seid doch die Europäer und die Christen. Die sind die größten Terroristen und die größten Mörder. Und die willst du jetzt das alles verharmlosen und dann kommst du mit Islam und so. Habib, Habib, hab ich verstanden. Und, 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 und... Du findest Terrorismus... Habib, Habib, findest du Terrorismus schlecht? Wie findest du... Natürlich Terrorismus ist schlecht. Lies mal bitte für alle Sura Al-Anfaal Aya 60 bitte vor. Du kannst ja Arabisch. Lies mal bitte vor. Guck mal. Ich, 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 ich spreche mit dir nicht. Warte, warte, warte. Siehst du, was du für einer bist? Siehst du, was du für einer bist? Siehst du, was du für einer bist? Lies mal, lies mal... Ja, weil deine Art und Weise sehr hässlich sind deswegen. Lies mal Sura Al-Anfaal Aya Vers 85, bitte. Al-Bakara Vers 85. Kannst du mal bitte. Du hast ein Problem mit Terrorismus. Okay, hab ich verstanden. Dann musst du ein Problem mit Allah. Ja. Schlag mal bitte Sura Al-Anfaal Aya Vers 85 auf. Was bitte? Nochmal? Schlag mal bitte Sura Al-Anfaal Aya Vers 85 auf. Das ist die Sura 8. Und was willst du damit sagen? Dass du ein Problem hast mit deinem eigenen Gott, der dich aufruft, die Ungläubigen zu terrorisieren. Ich habe nicht Probleme, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, ich habe Probleme mit Gott. Du hast doch gerade, als ich dich gefragt habe, was ein Problem mit Terrorismus ist, jetzt habe ich gesagt, ja. Was bedeutet das Wort Turhibuna? Was bedeutet was? Was bedeutet das Wort Turhibuna? Turhibuna? Schau mal, du glaubst nicht an Koran. Warum, warum, warum jetzt kommst du mir mit Koran? Du glaubst nicht an Koran. Ich bitte dich, Liesmann ein, die, 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 die Vers 85. Nur zwei Minuten hast du ein Problem mit Terrorismus gehabt. Da habe ich gesagt, da hast du ein Problem mit deinem Gott und deinem Buch. Das ist ein Problem mit Terroristen, weil Terroristen kommen von euch. Terrorismus, was in Guantanamo passiert, was ihr macht, was ihr, das Westen, die christlichen Länder, die Gent, die Terroristen, alle Länder weltweit. Das ist die Terrorismus. Okay, okay, ich habe verstanden. Danke für Kamiluwin, danke. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Danke für Kamiluwin. Anstatt der das liest, ja, der hat ein Riesenproblem mit seiner eigenen Religion. Hey, hallo, jetzt Muslim. Hallo, mein lieber Gott segne dich schon einfach. Danke schön, dein auch. Wie geht's dir? Kam du, Liesus, mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut, danke, danke dir. Okay, du, ich wollte mal fragen, ich habe so ganz früher, ganz früher mal habe ich so ein bisschen mit mir gesehen, mit so einer Zarahusta-Kette, kann das sein, dass du so, dass du Schia warst, aber so iranisch, so paniranisch warst, weißt du, was ich meine? Es gab nur eine Zeit in meinem Leben, wo ich so ein bisschen nationalistisch geworden bin und dann halte ich so die Kette einfach wie so ein Idiot in die Kamera und sage Iran, Iran, weil ich so diese Kette mit meinem Land assoziiert habe. Mehr war da nicht. Danach hatte ich die auch nie wieder an. Verstehst du? Ach, okay. Das hat nichts damit zu tun, dass ich an Zarathustra oder sowas geglaubt habe. Nein, das ist so die Urreligion oder was diese Ur, wie nennt man das, der Urglaube der Perser sozusagen. Die haben ja an diese Philosophie und Weisheiten von Zarathustra geglaubt, verstehst du? So heißt der ja, Zarathustra. Genau, aber ich finde zum Beispiel, das ist sogar auch nicht schlecht. Gut denken, gut handeln, gut fühlen, wie da gibst du so eine Weisheit. Ja, das ist eine schöne Weisheiten, Philosophien, aber rettet uns das. Rettet uns das unsere Seelen. Wie sind wir dadurch gerettet? Durch Philosophien. Nein. Der Apostel Paulus sagt, lasst euch nicht verführen durch leere Philosophien. Verstehst du, mein Lieber? Ja, aber eine Frage. Wenn du jetzt gut denkst, gut fühlst, gut handelst und nichts Böses machst, nichts klaust und sagen wir mal, du haltest wirklich nur richtig gut, ist es dann auch nicht ein Weg, wo du gehst, wo du sagst, okay, das könnte dich retten? Nein, weil die Bibel sagt, es gibt keine guten Menschen hier auf der Erde und nicht einer, der Gutes tut. Allesamt haben sie gesündigt und wir haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Adam und Eva hatten nur eine Sünde. Sie wurden aus dem Paradies geschmissen. Darum geht's. Eine Sünde hatten sie nur und du hast bestimmt schon mal in deinem Leben gelogen, oder? Ich auf jeden Fall. Siehst du, und dann bist du vor Gott nicht mehr rein und dann kommst du auch nicht in sein Himmelreich. Das war's. Ja, ist interessant, weil ich rede mit allen Religionsgruppen, ich habe vor jeder Religionsgruppe Respekt, so weißt du. Und ich versuche halt in allen Gruppen das Gute zu sehen. Aber ich glaube, du kannst das Gute sehen, weil er hat nie gesündigt, er hat nie irgendetwas Schlechtes gesagt oder getan, weil die Juden haben ihn damals versucht anzuklagen und dann hat er zu ihnen gesagt, hat der Herr gesagt, wer von euch kann mir auch nur eine Sünde nachweisen und keiner konnte es, niemand. Und selbst Pontius Pilatus bei seiner Kreuzigung, hat er gesagt, ich sehe nichts Falsches in ihm. Warum wollt ihr ihn überhaupt anklagen? Er hat nichts getan. Verstehst du? Darum geht's. Jesus Christus war unschuldig. Sie haben ihn unschuldig angeklagt und er ist für deine und meine Sünden ans Kreuz gegangen. Und diesen Gott, diesem Herrn, gebe ich gerne mein Leben hin, weil er aus Liebe heraus sein Leben für mich gegeben hat. Amen. Und Maria, war das seine Frau oder? Nein, war das ihre Mutter. Die Mutter? Ja, natürlich Mutter Maria. Mutter Maria, okay. Weil es gibt ja natürlich auch Theorien, die sagen, dass die zusammen war. Nein, ja auch. Ja, aber das hast du ja bestimmt auch schon mal gehört, weißt du. Und deswegen frage ich nur, weil ich das ja nicht weiß. Aber vorher, ich sage zu dir, es gibt Theorien, wie ich gesehen habe, dass du mit deiner Schwester Hand in Hand rumgelaufen bist. Was würdest du sagen? Ja, guck mal, das ist persönlich. Das ist persönlich. Ach so, aber dass du das dem Herrn Jesus Christus vorwärts, ist nicht persönlich, ne? Ja, wir reden doch über die Geschichte, so weißt du, so Geschichte ist. Das hast du fast, ne? Ja, wir reden über die Geschichte, so weißt du. Es gibt ja Leute, die behaupten, zum Beispiel, ich habe letztens, so aus Neugier so ein Video gesehen von Erich von denjenigen, er hat behauptet, dass er irgendwo in Indien eine Aufnahme gemacht hat. Er hat gemeint, dass Jesus vom Kreuz irgendwie, dass er von dort geflohen ist und dass er nach Indien gegangen ist. Und in Indien gäbe es ein Grab, die aus, die Leute aus Indien meinen, das war, das ist das Grab von Jesus. Also, der stellt die Theorie auf. Und weil letztendlich, du und ich, wir nehmen hier nicht in dem Jahrhundert zu rechnen. Und natürlich, ich glaube natürlich, dass Jesus ein sehr guter Mensch, was sein Profit war. Und ich versuche, wie gesagt, das Gute zu sehen. Und gut, ich muss zugeben, bei Mohammed ist es ein bisschen schwer. Bei Mohammed ist es echt ein bisschen schwer, gute Sachen zu finden. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, ja. Ja, also du siehst, dass die Geschichte fertig geschrieben ist in der Bibel. Und dass der Herr Jesus Christus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Also diese Theorie, dass er nach Indien ausgewandert ist und alles mögliche wird dadurch entkräftet, als der Söldner die Lanze in die Seite des Herrn reingestochen hat. Denn da kam nämlich Blut und Wasser raus. Und weißt du, was das bedeutet? Das ist nämlich eine perikardiale Füßigkeit, die austritt, wenn der Tod durch Erstickung eintritt. Das war's. Knockout für alle. Knockout für alle. Weil die Geiselung des Herrn Jesus Christus so gravierend war, so ultraheftig war, dass er schon allein bei diesem Auspeichen und so fast gestorben ist. Verstehst du? Und als der Söldner die Lanze in seine Seite gestochen hat, kam Wasser und Flüssigkeit, also Wasser und Blut. Und das deutet darauf hin, dass es eine perikardiale Flüssigkeit ist, so wie die Ärzte sagen, dass es der Erstickungstod damit auf sich hat. Wahnsinn, ne? Und das gibt es auch die Gemälde, wo Jesus an der Seite so eine Verletzung hat. Aber ich empfehle dir einmal, wenn du heute, es gibt einen Film, der nach einer wahren Begebenheit stattgefunden hat. Der Fall Jesus. Da gab es einen Journalisten, der eine Frau hatte. Diese Frau kam zum Glauben an Jesus Christus. Durch eine Geschichte ist sie dann zum Glauben an Jesus gekommen. Und er konnte das nicht begreifen, dass in der heutigen Zeit seine Frau auf einmal Jesus nachfolgt und von Jesus erzählt. Die dachte, sie ist am Spinnen. Und dann wollte der partout das Christentum widerlegen und beweisen, dass Jesus Christus nie existiert hat. Nie gekreuzigt worden ist und nie auferstanden ist und so. Am Ende dieser Reise hat er Jesus Christus auch angenommen, weil die Beweise zu erdrückend sind. Das war es. Ah, okay. Wie heißt es denn? Der Fall Jesu. Guck dir den an. Der Fall Jesu. Ja. Da werden echte, also das, was er geschildert hat, wird alles nochmal berichtet. Er hat Gespräche geführt mit echten Ärzten, die ihm das alles bestätigt haben. Das ist so krass. Das ist krass. Ja. Und zu der damaligen Zeit, das größte ärztliche Magazin hat den Fall Jesu auch bearbeitet und hat eindeutig bestätigt, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde und er am Kreuz gestorben ist. Und selbst der größte Bibelkritiker unserer Zeit, der Bart Ehrmann, sagt, dass keiner von uns behaupten kann, dass Jesus Christus nicht gekreuzigt worden ist. Er ist gekreuzigt worden. Das ist ein historischer Fakt. Kein, deswegen gibt es nichts dran rumzurütteln. Wahnsinn, ne? In der ersten Zeit, wo du so Ding mit dem Christentum zur Bewohnung gekommen bist, hast du irgendwie, wie hast du nicht das schlau gemacht? Ja, genau diese, ich habe nachgelesen, wir sind ja im Zeitalter des Internets. Du kannst dir Artikel angucken, du kannst dir viele Doktoren und Professoren anhören zu dem Thema und dann wirst du fündig werden. Wer suchet, der findet. Wenn du die Wahrheit wirklich finden willst, du wirst sie finden. Glaub es mir. Und die Wahrheit wird dich freimachen. So wie der Herr sagt, ihr werdet die Wahrheit finden und die Wahrheit wird euch freimachen. Und der Herr Jesus Christus ist die Wahrheit. Du gehst also auf die Suche nach Jesus Christus. Und wer da klopft, dem wird geöffnet. Wer da sucht, dem wird alles gegeben. Wo ich dich auf jeden Fall sehr, sehr respektive und feiere, dass du über den Islam, sehr viele Hadiths und so, die irgendwie pervers und irgendwie krank sind, gestürzt, dass du die so zeigst. Weißt du, vorher hat es ein ehemaliger Imam gemacht, der hieß Turan Dursum. Er hat sogar ein Buch veröffentlicht, ding nur auf Türkisch. Und er wurde dann nach Veröffentlichung des Buches, wurde er dann ermordet in Istanbul. Ja, also das war der erste, der die Hadiths so wirklich offenlegte und kritisierte. Und dann, du bist der zweite, der das wirklich so auseinander nimmt. Ja. Ja, ich hoffe, der Herr hat mich ja schon bewahrt, vor diesem ganzen Wahnsinn. Der hat allen gezeigt, nicht mit meinem kleinen Knecht hier spielen. Ja, das ist gut. Nee, ich feiere das, du gehst deinen Weg, wirklich, geh deinen Weg weiter. Es ist gut, was du machst. Ich feiere deinen Content. Ich hoffe natürlich, dass du zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommst. Das wünsche ich mir vom ganzen Herzen. Danke, danke dir. Der Fall Jesu, merke dir das. Nehm dir heute mal Zeit und guck den Film. Der Fall Jesu. Nee, den merke ich mir auf jeden Fall. Ich würde es mir auf jeden Fall schauen. Ja, guck ihn dir in Ruhe an. Der ist schön, der ist schön gemacht. Danke, danke dir. Danke, also ich muss jetzt weiter, gell? Ich feiere dich, also pass auf dich auf. Okay, mein Lieber, wenn was ist, kannst du immer wieder reinkommen. Ja, Gott segne dich und deine Familie. Danke dir auch, danke schön. Danke. So. Wen haben wir nächstes in der Leitung? Ja, ich habe nur eine Frage. Ja. Glaubst du an die Hölle? Ja. Und wenn der Jesus für die Sünde gestorben ist, wann gibst du die Hölle? Wann gibst du die Hölle? Warum gibst du dann die Hölle, wenn Jesus für die, äh, wenn Jesus für die Sünde gestorben ist? Ja, wenn du Jesus Christus zu deinen Lebzeiten nicht annimmst, dann fährst du zur Hölle. So ganz einfach. Nimmst du Jesus an, rettest du deine Seen. Das ist eine Frage, Mann. Eine von der Malte, warte. Was soll das denn? Ich dachte, der Jesus ist für die Sünde gestorben. Ja, aber Jesus Christus ist für die Sünde gestorben, nur dann, wenn du das Werk am Kreuz auch annimmst. Hast du das angenommen? Nein, werde ich auch niemals machen. Aber... Das widerspricht dich dann nicht, ne? Assalamu alaikum. Genau. Ich möchte nicht mit dir diskutieren. Ich habe noch eine Frage gestellt. Was bestätigt? Ihr widerspricht euch nur noch. Assalamu alaikum. Alles klar. Das habe ich gesehen. Vielen Dank, Tamerlan. Genau. Babbel, Mann. Was der sagt? Ja, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Warum gibst du die Hölle? Ja, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Hast du das angenommen, was der für dich am Kreuz getan hat? Bist du umgekehrt? Hast du Buße getan? Achso, das ist dann nicht mehr wichtig. Hauptsache, Jesus ist für Sünden gestorben. Ich gehe kaputt, ey. Das ist auch nicht mehr normal. Witzig. Ich kann einfach nicht mehr. So Gnade mit dem Chef. Wo ist mein Lieber? Alla, mein Lieber. Alla, mein Lieber. Sag mal, meine Lieber, eine Frage. Was willst du jetzt haben? Du machst Islam die ganze Zeit schlecht und so. Warum machst du sowas? Ah, du sagst also, dass Allahs Worte schlägt? Ah, du sagst also, dass Allahs Worte schlägt? Nein, guck mal, nicht ausweichen. Du denkst, du bist schlau und so. Der junge Mann, der hat dich jetzt gerade ganz nett gefragt. Und du lachst. Das ist respektlos. Ja, was soll ich denn? Was soll ich darüber feilen, oder was? Was soll ich denn? Was soll ich darüber feilen, oder was? Hast du schon mal einen Muslim, der die Bibel und die Christen beleidigt hat? Ja, Abishujayna in seinem Buch sagt, dass die Tora und die Evangelien verfälscht sind. Man kann sich die Seiten rausreißen und mit Hinten abfischen. Ist das besser? Was, noch mal bitte? Ich habe nicht gehört. Nochmal bitte. Im Buch von Abishujayna sagt er, dass die Tora und die Evangelien verfälscht ist. Man kann die Seiten der Tora und die Evangelien rausreißen und als Toilettenpapier benutzen. Ist das gut? Ist das respektvoll? Das ist nicht respektvoll, weil unser Prophet hat uns gesagt, wir müssen alle anderen Menschen respektieren. Ach so, deswegen verlangt ihr von uns Schutz. Aber warte, warte, guck mal, nicht ausweichen, habe ich doch gesagt. Wenn man einer schlecht ist, oder wenn man einer Idiot ist, du kannst nicht alle Muslimen als Idioten benehmen. Das habe ich doch nicht gesagt. Aber bei euch gibt es noch schlimme. Das ist der Koran, ja. Also im Koran, das kommt von Allah, Alhamdulillah, wir glauben das. Wenn du das nicht glaubst, das ist deine Sache. Wir reden beide gleichzeitig, ich habe dich nicht gehört. Nochmal bitte. Ja, ich habe gesagt, dein Gott, dein Allah verlangt, dass du nur Christen Gutskirchen bist. Ist nicht dein Gott, du sagst dein Allah, dein Gott. Ja, aber dein Gott ist ja gefährlich. Dein Gott ist die Mafia-Boss. Astagfirullah, ala illa adeim. Aber Minimo, ich habe nur einen Gott. Ja, wenn der nicht den Schub geht und andere. Mein Gott hat dir Gesundheit gegeben, hat dir Essen gegeben, hat dir Familie gegeben und du hast ihn jetzt gerade beleidigt. Aber Minimo, ich habe nur einen Gott. Aber du hast 300 Gott. Du hast Jesus, Vater, Sohn, Tante, Oma, Nachbarin. Tante und Oma, genau. Tante und Oma. Das ist so unglaublich. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe doch Gnade an mir. Ich habe doch bitte. Das ist unglaublich. Ich habe doch Tante und Oma, sagt er. Das ist wieder dieses 3er BMW Döner Niveau mit integrierte Dönerhalterung. Und dann sagen die Arme, warum lachst du? Ja, aber wie soll ich das denn sonst aushalten, sagt es mir, wie kann ich das denn sonst aushalten? Es geht doch nicht anders. Warte, ich muss kurz telefonieren. Einen Moment. Ja, sehr schön. Hallo? Hallo, Dönerhalterung. Der war gut nach Arme, Hamburg. Mit Dönerhalterung. Mit Kaffeehalterung, Dönerhalterung, alles drin. Warte, ganz kurz. Gänseau. Hallo, kannst du doch mal was sagen? Hallo? Is it me you're looking for? Sag doch endlich was zu diesem Schech. Hallo? Hallo? Sag ihn du. Sag ihn du. Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo, hallo? Alter, nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Tante und Oma? Ja, ich bin's. Du hast Angst. Ich schwör's dir. Du schaffst nicht mit Muslimen. Wenn du schwach bist, du kriegst dieses Gefühl. Du schmeißt die Person weg. Ich beleidige mir gar nichts. Warum bist du nicht weitergesprochen? Guck mal, am Lachen kann ich auch lachen. Kann ich auch lachen, aber ich schwörte mich schwach. Bitte. Ja, das ist die Wahrheit. Ich hab nur einen Allah, aber du hast einen Gott und seinen Sohn, seine Oma, seine Nachbarin. Das ist die Wahrheit. Schimpfst du dich nicht? Schimpfst du dich nicht? Guck mal, du schaffst nicht mit Muslimen. Schimpfst du dich nicht? Ich hab gar nichts lustig gesagt. Warum lachst du so kaka? Du bist so kindisch. Hallo. Du schaffst nicht. Guck mal, du machst wie ein Tier. Sei ein Mensch. Nicht ausweichen. Glaub mir. Die schlauen Leute, die wissen, dass du keine Ahnung hast. Du verarschst die schwachen Christen. Die sagen, ja, sehr gut. Du hast es gut gemacht. Guck mal, respektlos. Guck mal, du hast 20 Gott und du hast 300 Bibel, wieviel Testament? Du kannst dich wieder entstummeln, aber bitte niveauvoll bleiben, sonst gehen wir wieder auf dieses Niveau runter. Guck mal, ich habe dir auch gesagt, du bist schwach. Du schaffst es nicht. Ja, ich weiß, ich schaffe dich nicht. Du hast recht, du bist zu heftig. Ja, aber ich werde dich nicht beleidigen und ich werde die Bibel nicht mit Feuer brennen. Ich werde keinen Christ schlagen oder beleidigen oder seine Mutter oder Vater. Jesus für uns ist ein Prophet. Bei euch ist Gott. Das ist eure Sache. Ich würde das respektieren. Weil der Rechte ist oben im Himmel. Du sagst, dass du die Christen nicht beleidigen willst, aber sagst, dass Jesus nur ein Prophet ist. Das ist eine Beleidigung. Guck mal, einer sagt bei euch, Aisha ist sechs Jahre alt, bla bla bla. Ihr seid größte Kinderficker. Ey, 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 sowas nicht sagen. Ey, 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 sowas nicht sagen. Ja, das ist die Wahrheit. Das ist Frischheit, was sie immer, was sie schreibt. Ja, aber der Mohammed sagt, wir sind Terroristen. Er sagt, wir sind Terroristen. Er sagt, seit sie sechs Jahre alt war und hat die Eidung, seit sie neun warst. Sei halt, seit sie neun warst. Das stimmt nicht. Heiraten, heiraten, dass wir das nicht ins Bett und so und so. Guck mal, Mann, muss man nicht dumm sein. Muss man nichts suchen, was ist die Wahrheit, was stimmt, was stimmt nicht. Ja, du musst auch nicht so viel Schweinfleisch essen, du musst die Wahrheit suchen. Ich esse kein Schweinfleisch. Ich esse kein Schweinfleisch. Guck mal, guck mal, guck mal, er sagt immer, wir sind Terroristen. Wer hat den ersten Weltkrieg erschafft? Wer hat den zweiten Weltkrieg erschafft? Muslime oder wen? Guck mal, wo gibt Krieg jetzt? Es gibt überall über die islamische Länder. Es gibt keinen Krieg in der christlichen Länder. Euro-Waffen liegt an unserer Länder. Aber glaub mir, wir glauben an Gott. Denn Zeit wird sich ändern. Mal gucken. Ist kein Problem, es ist nicht viel Zeit. Kaum wird es. Der Vater. Aber dies ist doch Abdullah. Aber dies ist doch Abdullah. Er ist ein Vater. Er ist doch kein Deutscher. Er ist Iraner. Leider Iraner auch sind letzter Dreck. Die beleidigen auch Aisha. Die beleidigen Oma. Aber dein Land. Dein Land. Gott segne dich und deine Familie. Raus hier. Raus. Wir beleidigen nicht die Marokkaner, weil Marokkaner sind eigentlich gute Leute. Aber sowas wie du ist unglaublich. Möge der Herr Jesus Christus dich segnen, behütten und beschützen und deine Familie. Unglaublich. Stell dir mal vor, ich hätte gesagt, die Marokkaner sind der letzte Dreck. Was meinst du, was los wäre? Schau dir das mal bitte an. So sagt man. Unfassbar. Armee. Er meinte doch vorhin, wer hat Erste Weltkrieg, wer hat Zweite Weltkrieg. Wer war denn im Ersten Weltkrieg? Das Deutsche Kaiserreich und welches Osmanische Reich? Das Deutsche Kaiserreich hat mit dem Osmanischen Reich zusammengekämpft. Und dadurch ist ja auch das Osmanische Reich kleiner geworden. Und später kam Atatürk, der die türkische Republik ausgerufen hat. Was für einen Schwachsinn hätte er erzählt. Natürlich. Hätte das Deutsche Kaiserreich damals gesiegt. Keine Ahnung. Das war doch das Osmanische Kaiserreich, sag ich schon. Herzlichen Glückwunsch. Das Osmanische Reich. Oder... Denuzid an den Armeniern, 1915. An den Asyrern. Kam das aus dem Himmel oder was? Total egal. Gott segne. Ja. Nein, nur das wollte ich sagen, weil er total schrocken bleibt. Ja. Gottes Segen, Armee. Okay mein Lieber, danke. Ciao, ciao. Gottes Segen, ciao. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Danke Habibu und dich und deine Familie. Sorry, ich will diesen Bonbon kurz runter. Ich hatte die Mauer am Schluss noch. Ähm, was ich kurz sagen wollte, Bruder. Ich find's lustig, wie er sagt, also der, der gerade eben drin war, ihr habt 30 Götter, ihr habt 100 Götter. Sagt der, der an einem Glauben festhält, ja, in seinem Koran steht, wer einen Unterschied zwischen Allah und Muhammad, seinen Gesandten macht, der ist, der ist nicht wahrhaftig und nicht gläubisch. Haben wir schon mal zwei Götter. Muhammad und Allah. Dann der nächste Gott von ihm ist seine Kaaba, wo er küsst den Stein, damit seine Sünden ihm vergeben werden, weil sein Stein vergibt ihm seine Sünden. Da haben wir schon... Das ist die Hand von Allah. Ja. Das ist die rechte Hand von Allah auf Erden. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, sehr schön, mein Bruder. In Allah's Hand, ne, das wissen wir, hab ich euch ja gezeigt. Richtig, richtig, ja, ja. Ja, da haben wir schon drei Götter. Und er glaubt an einen Propheten, der vom Engel Gabriel, der edle Engel Gabriel, der die frohe Botschaft der Jungfrau Maria verkündet hat. Er glaubt an den Engel, ja, der Mohammed in der Höhle in Saudi-Arabien dreimal gewirkt hat und gesagt hat, lies, lies, das ist sein Glaube. Das ist sein Glaube. Der Arme hat nicht mal seinen eigenen Koran gelesen. Natürlich nicht. Der ist in einer anderen Welt. Er sagt, such nach der Wahrheit. Er sagt, such nach der Wahrheit. Er hat selber seinen eigenen Buch noch nie gelesen. Was für ein Jahel, wirklich, tut mir echt leid. Also echt unglaublich, diese Leute. Du machst gute Arbeit und ich danke dir auch. Alle Ehre. Alle Ehre dem Herrn, mein Bruder, hast du schön gesagt. Und du hast wirklich viel Wissen. Du machst gute Aufklärungsarbeit. Ich hoffe, dass die Menschen ihr Herz einfach öffnen und wirklich nach der Wahrheit suchen. Weil Jesus ist die Wahrheit, mein Bruder. Amen. Amen, mein Bruder. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Abend noch, mein Bruderherz. Gib dir auch. Ja, pass auf dich auf. Gott segne dich und deine Familie. Danke, Habibi. Dich und deine Familie auch, mein Bruder. Danke dir. Ja. Ciao. Sag, ich mache jetzt noch ein paar Minuten und dann gehe ich ein bisschen. Mach flach. Shalom, mein Bruder. Hallo, meine Liebe. Hallo, meine Liebe. Gott segne dich, dich und deine Familie. Was ich kurz sagen wollte, dass dieser Typ reinkam und sagt, ihr holt immer. Ihr Christen hier raus aus Koran, ein paar Dinge und ein paar Versen. Aber wenn er an Allah glaubt, dann glaubt er doch an Koran, oder? Natürlich. Und die holen immer nur raus das Gute. Und wie ist das gerecht? Warum holen die nicht raus? Hier, ich kann euch vorlesen, was ich in meiner Galerie habe. Da steht, dass man den Schwert, wenn man raus aus deren Religion geht, an den Hals bekommt. Und die soll ich umbringen. Und dann geht doch sportlich. Ich weiß nicht, dass Aisha sechs Jahre alt war. Also was willst du da erwarten von dem? Guck mal, da steht, man kann sechsjährige Kinder sowas machen. Gott soll aufpassen und uns helfen. Ich weiß nicht, aber die sind wirklich komisch. Der sagt drei Gute. Und wir haben zehnmal erklärt, das ist ein Gott. Also drei Personen in einem Gott. Ja. Und die kommen immer mit sowas und sagen, du hast Angst, du hast dies. Ich finde das super, Bruder. Wir unterstützen dich, dass du das machst. Mach weiter so. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Dich auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke, Bruder. Tschüss. So, ihr Lieben. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen offline. Und an so Gott will komme ich dann gleich nochmal, ne? Ein paar Stunden live oder was, ja? Komm, der gute... Hey, was geht, Armin? Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne, mein Vater. Ich wollte nur eine Sache sagen. Ich habe letztens so ein Video gesehen von Abul Bara, ne? Da hat er behauptet, dass es Dinosaurier niemals gegeben hätte. Weißt du was? Ich meine, das ist ja schon ein Knock-out gegen den Islam. Wenn die behaupten, es hat keine Dinosaurier existiert. Das ist ein Knock-out. Das ist vorbei. Dann kannst du diesen Glauben gar nicht mehr glauben. Weil mein Auto fährt doch mit Motorölkurva. Woher kommt denn Motoröl? Woher kommt Öl? Du musst ihn mal googeln. Woher kommt das Geld? Ja, bitte. Der kommt aus Kurva. Woher kommt das? Ja, Ferdale. Der kommt aus meinem Motoröl. Polska. Lästige Polska. Okay. Ich weiß. Wer war eigentlich jetzt? Guck mal. Ich frag dich gerade. Allein die Ausgrabungen zeigen schon, dass wirklich Dinosaurier existiert haben und die Bibel bestätigt das Buch hier. Das ist ja das Ganze. Sogar die Bibel sagt, es hat Dinosaurier gegeben. Aber dann kommt Mohammed und sagt, nein, es gibt die nicht. Ist doch Quatsch. Es gab zwei Arten, die berichtet wurden. Das ist einmal Behemoth und das ist der Levitian. Die beiden. Das ist dieser langen Hals. Dieser Pflanzenfresser mit diesem langen Schwanz. Und da kennst du ja Littlefoot und seine Mama oder was? Kennst du ja diesen Film von damals? Genau. Und dann gibt es noch diesen Levitian. Das ist dann derjenige. Ne. Levitian ist glaube ich der mit dem langen Hals. Und Behemoth ist der Tyrannosaurus Rex. Genau. Der Fleischfresser. Das ist ja auch nur zwei Minuten, die überhaupt entstanden kommen. Also ich meine, wie das überhaupt gekommen ist. Wie das überhaupt passiert ist. Ja. Du hast keinen Empfang, mein Lieber. Oh, hier ist ein älterer Mann. Den musst du auch noch mal rein. Was ist denn? Du hast dir den Schick nicht. Das ist das richtige Dönerleitung. Du hältst die Lachen. Sei ein Mann. jetzt sei wie ein mann rede wie ein mann okay das hat sich gerade sehr komisch angehört und auf mich zu drohen nein ich drohe niemanden okay dann rede der rede doch jetzt geht heraus kann doch nicht wahr sein nein ich habe keinen nerven für sowas kommen das reichen ich habe keinen nerven ihr lieben ich gehe jetzt mal ein bisschen offline ich brauche mal ruhe von diesem tik tok über paar stunden wenn nicht sogar bis morgen ich habe keinen nerven ehrlich ihr werdet von mir hier bespaßt ihr sitzt schön zu hause kuschelig warm und so mit popcorn und trinken und so und dann seht ihr doch der chef wieder ein ein nach dem anderen hier sich den verstand raus brettert das ist unglaublich gott segne euch und eure familien haltet immer an jesus christus fest lasst euch niemals verführen von dem islam oder einer anderen glaubens lehre der jesus christus hat den tod überwunden danke tun der jesus christus hat den tod überwunden das hat auch eindrucksvoll bewiesen durch die historischen beweise die uns vorliegen und da kann niemand dran rum rum rütteln also gibt es nichts rum rum zu rütteln jesus christus wurde gekreuzigt und ist auferstanden und das dürfen wir auch bezeugen okay macht's gut gott segne euch und eure familien ich hoffe wir sehen uns dann so gott will später oder morgen oder wann auch immer wenn wir überhaupt noch leben macht's gut